Theodor Fontane, Der Stechlin Gelesen von Hanshafen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Roman ist in neun Teile mit Überschriften und in sechsundvierzig fortlaufend nummerierte Kapitel gegliedert. Erster Teil Schloß Stechlin Erstes Kapitel Im Norden der Grafschaft Rubin, hart an der mecklenburgischen Grenze, zieht sich von dem Städtchen Gransee bis nach Rheinsberg hin und noch darüber hinaus eine mehrere Meilen lange Seenkette durch eine Menschenarme, nur hie und da mit ein paar alten Dörfern, sonst aber ausschließlich mit Förstereien, Glas- und Teeröfen besetzte Waldung. Einer der Seen, die diese Seenkette bilden, heißt Der Stechlin. Zwischen flachen, nur an einer einzigen Stelle steil und kaiartig ansteigenden Ufern liegt er da, rundum von alten Buchen eingefaßt, deren Zweige von ihrer eigenen Schwere nach unten gezogenen See mit ihrer Spitze berühren. Hier und da wächst ein Weniges von Schilf und Pinsen darauf, aber kein Kahn sieht seine Furchen, kein Vogel singt und nur selten, dass ein Habich darüber hinfliegt und seinen Schatten auf die Spiegelfläche wirft. Alles still hier. Und doch, von Zeit zu Zeit wird es an eben dieser Stelle lebendig, das ist, wenn es weit draußen in der Welt, sei es auf Island, sei es auf Java, zu rollen und zu grollen beginnt oder gar der Aschenregen der hawaiianischen Vulkane bis weit auf die Südsee hinausgetrieben wird. Dann regt sich's auch hier, und ein Wasserstrahl springt auf und sinkt wieder in die Tiefe. Das wissen alle, die den Stechli nun wohnen, und wenn sie davon sprechen, so setzen sie wohl auch hinzu, wenn das mit dem Wasserstrahl, das ist nur das Kleine, das beinahe Alltägliche. Wenn's aber draußen was Großes gibt, wie vor hundert Jahren in Lissabon, dann brodelt's hier nicht bloß und sprudelt und strudelt, dann steigt statt des Wasserstrahls ein roter Hahn auf und kräht laut in die Lande hinein. Das ist der Stechlin, der See, Stechlin. Aber nicht nur der See führt diesen Namen, auch der Wald, der ihn umschließt, und Stechlin heißt ebenso das langgestreckte Dorf, das sich den Windungen des Sees folgend um seine Südspitze herumzieht. Etwa hundert Häuser und Hütten bilden hier eine lange, schmale Gasse, die sich nur da, wo eine von Klosterhuts heranführende Kastanienallee die Gasse durchschneidet, platzartig erweitert. An eben dieser Stelle findet sich denn auch die ganze Herrlichkeit von Dorfstechlin zusammen, das Pfarrhaus, die Schule, das Schulzenamt, der Krug, dieser Letztere zugleich ein Eck- und Kramladen, mit einem kleinen Mohren und einer Girlande von Schwefelfäden in seinem Schaufenster. Dieser Ecke schräg gegenüber, unmittelbar hinter dem Pfarrhause, steigt der Kirchhof hinan, auf ihm, so ziemlich in seiner Mitte, die frühmittelalterliche Feldsteinkirche mit einem aus dem vorigen Jahrhundert stammenden Dachreiter und einem zur Seite des alten Rundbogenportals angebrachten Holzarm, daran eine Glocke hängt. Neben diesem Kirchhof samt Kirche setzt sich dann die von Klosterhuts her heranführende Kastanienallee noch eine halbe Strecke weiter fort, bis sie vor einer über einen sumpfigen Graben sich hinziehenden und von zwei riesigen Findlingsblöcken flankierten Bohlenbrücke halt macht. Diese Brücke ist sehr primitiv, jenseits derselben aber steigt das Herrenhaus auf, ein gelbgetünkter Bau mit hohem Dach und zwei Blitzableitern. Auch dieses Herrenhaus heißt Stechlin, Schloß Stechlin. Etliche hundert Jahre zurück stand hier ein wirkliches Schloß, ein Backsteinbau mit dicken Rundtürmen, aus welcher Zeit her auch noch der Graben stammt, der die von ihm durchschnittene, sich in den See hinaus erstreckende Landzunge zu einer kleinen Insel macht. Das ging so bis in die Tage der Reformation, während der Schwedenzeit aber wurde das alte Schloss niedergelegt, und man schien es seinem gänzlichen Verfall überlassen, auch nichts an seine Stelle setzen zu wollen, bis kurz nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms des Ersten die ganze Trümmermasse beiseite geschafft und ein Neubau beliebt wurde. Dieser Neubau war das Haus, das jetzt noch stand. Es hatte denselben nüchternen Charakter wie fast alles, was unter dem Soldatenkönig entstand, und war nichts weiter als ein einfaches Gordelogie, dessen zwei vorspringende bis dicht an den Graben reichende Seitenflügel ein Hufeisen und innerhalb desselben einen kahlen Vorhof bildeten, auf dem als einziges Schmuckstück eine große, blanke Glaskugel sich präsentierte. Sonst sah man nichts als eine vor dem Hause sich hinziehende Rampe, von deren dem Hofe zugekehrter Vorderwand der Kalk schon wieder abfiel. Gleichzeitig war aber auch ein Bestreben unverkehrbar, gerade diese Rampe zu etwas Besonderem zu machen, und zwar mit Hilfe mehrerer Kübel mit exotischen Blattpflanzen, darunter zwei Aloe, von denen die eine noch gut imstande, die andere dagegen krank war. Aber gerade diese Kranke war der Liebling des Schlossherrn, weil sie jeden Sommer in einer ihr freilich nicht zukommenden Blüte stand. Und das hing so zusammen. Aus dem sumpfigen Schlossgraben hatte der Wind vor langer Zeit ein fremdes Samenkorn in den Kübel der kranken Aloe geweht, und alljährlich schossen in Folge davon aus der Mitte der schon angegelbten Aloe-Blätter die weiß- und roten Dolten des Wasserliesch oder des Butomus um Bellatus auf. Jeder Fremde, der kam, wenn er nicht zufällig ein Kenner war, nahm diese Dolten für richtige Aloe-Blüten, und der Schlossherr hütete sich wohl diesen Glauben, der eine Quelle der Erheiterung für ihn war, zu zerstören. Und wie denn alles hier herum den Namen Stechlin führte, so natürlich auch der Schlossherr selbst. Auch er war ein Stechlin. Dubslav von Stechlin, Major außer Dienst und schon ein Gutstück über Sechzig hinaus, war der Typus eines Märküschen von Adel, aber von der milderen Observanz, eines jener erquicklichen Originale, bei denen sich selbst die Schwächen in Vorzüge verwandeln. Er hatte noch ganz das eigentümlich sympathisch berührende Selbstgefühl all derer, die schon vor den Hohenzollern da waren, aber erhegte dieses Selbstgefühl nur ganz im Stillen, und wenn es dennoch zum Ausdruck kam, so gleitete sich's in Humor, auch wohl in Selbstironie, weil er seinem ganzen Wesen nach überhaupt hinter alles ein Fragezeichen machte. Sein schönster Zug war eine tiefe, so recht aus dem Herzen kommende Humanität, und Stünkel und Überheblichkeit, während er sonst eine Neigung hatte, fünf Gerades einzulassen, waren so ziemlich die einzigen Dinge, die ihn empörten. Er hörte gern eine freie Meinung, je drastischer und extremer, desto besser. Dass sich diese Meinung mit der seinigen deckte, lag ihm fern zu wünschen. Beinah das Gegenteil, Paradoxen waren seine Passion. Ich bin nicht klug genug, selber welche zu machen, aber ich freue mich, wenn's andere tun. Es ist doch immer was drin, unanfechtbare Wahrheiten gibt es überhaupt nicht, und wenn es welche gibt, so sind sie langweilig. Er ließ sich gern was vorplaudern und plauderte selber gern. Des alten Schlossherrn Lebensgang war märkisch herkömmlich gewesen. Von jung an lieber im Sattel als bei den Büchern war er erst nach zweimaliger Scheiterung siegreich durch das Fähnrichsexamen gesteuert und gleich danach bei den brandenburgischen Kürassierern eingetreten, bei denen selbstverständlich auch schon sein Vater gestanden hatte. Dieser, sein Eintritt ins Regiment, fiel so ziemlich mit dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms des Vierten zusammen, und wenn er dessen erwähnte, so hob er sich selbst persiflierend gerne hervor, dass alles große seine Begleiterscheinungen habe. Seine Jahre bei den Kürassieren waren im wesentlichen Friedensjahre gewesen, nur anno 64 war er mit in Schleswig, aber auch hier ohne zur Aktion zu kommen. Es kommt für einen Märkischen nur darauf an, überhaupt mit dabei gewesen zu sein, das andere steht in Gottes Hand. Und er schmunzelte, wenn er dergleichen sagte, seine Hörer jedes Mal in Zweifel darüber lassen, ob er's ernsthaft oder scherzhaft gemeint habe. Wenigmehr als ein Jahr vor Ausbruch des Vierundsechtiger Krieges war ihm ein Sohn geboren worden und kaum wieder in seine Garnison Brandenburg eingerückt, nahm er den Abschied, um sich auf sein mit dem Tode des Vaters halb verödetes Schloss Stechlin zurückzuziehen. Hier warteten seiner glücklichen Tage seine glücklichsten, aber sie waren von kurzer Dauer. Schon das Jahr darauf starb ihm die Frau. Sich eine neue zu nehmen widerstand ihm, halb aus Ordnungssinn, halb aus ästhetischer Rücksicht. »Wir glauben doch alle mehr oder weniger an eine Auferstehung«, das heißt, er persönlich glaubte eigentlich nicht daran, »und wenn ich dann oben ankomme mit einer rechts und einer links, so ist das doch immer eine genierliche Sache.« Diese Worte, wie denn der Eltern tun, nur allzu häufig der Missbilligung der Kinder begegnet, richteten sich in Wirklichkeit gegen seinen dreimal verheiratet gewesenen Vater, an dem er überhaupt allerlei Großes und Kleines auszusetzen hatte, so beispielsweise auch, dass man ihm, dem Sohle, dem Pommerschen Namen Dubslav beigelegt hatte. »Gewiß, meine Mutter war eine Pommersche, noch dazu von der Insel Usedom, und ihr Bruder, nun ja, der hieß Dubslav, und so war denn gegen den Namen schon um des Onkels Wille nicht viel einzuwenden, und um so weniger, als er ein Erbonkel war. Daß er mich schließlich schließlich schändlich im Stich gelassen ist eine Sache für sich, aber trotzdem bleib ich dabei, solche Namensmanscherei verwirrt bloß. Was ein Märkischer ist, er muß Joachim heißen, oder Woldemar. Bleib im Lande und taufe dich redlich, wer aus Friesack ist, darf nicht Raoul heißen. Dubslav von Stechlin blieb also Witwer. Das ging nun schon an die dreißig Jahre her. Anfangs war's ihm schwer geworden, aber jetzt lag alles hinter ihm, und erlebte Gumpfilosoph nach dem Worten Vorbild des großen Königs, zu dem er jederzeit bewundernd aufblickte. Das war sein Mann, mehr als irgendwer, der sich seitdem einen Namen gemacht hatte. Das zeigte sich jedes Mal, wenn ihm gesagt wurde, daß er einen Bismarckkopf habe. Ö nun, ja, ja, den hab ich, ich soll ihm sogar ähnlich sehen, aber die Leute sagen es immer so, als ob ich mich dafür bedanken müßte, wenn ich nur wüsste, bei wem, vielleicht beim lieben Gott, oder am Ende gar bei Bismarck selbst. Die Stechlin sind aber auch nicht von schlechten Eltern, außerdem, ich für meine Person, ich habe bei den sechsten Kürassieren gestanden und Bismarck bloß bei den siebten, und die kleinere Zahl ist in Preußen bekanntlich immer die größere, ich bin ihm also einen über, und Friedrichsruhe, wo jetzt alles hinpilgert, soll auch bloß eine Karte sein. Darin sind wir uns also gleich, und solchen See wie den Stechlin, nun, den hat er schon ganz gewiß nicht, so was kommt überhaupt bloß selten vor. Ja, auf seinen See war Dubslav stolz, aber desto weniger stolz war er auf sein Schloß, es halbes ihn auch verdroß, wenn es überhaupt so genannt wurde. Von den armen Leuten ließ er sich's gefallen, für die ist es ein Schloß, aber sonst ist es ein alter Kasten und weiter nichts. Und so sprach er denn lieber von seinem Haus, und wenn er einen Brief schrieb, so stand darüber Hausstechlin. Er war sich auch bewußt, dass es kein Schloßleben war, das er hier führte, vor dem, als der alte Backsteibau noch stand, mit seinen dicken Türmen und seinem Lug ins Land, von dem aus man über die Krone der Bäume weg, weit ins Land hinaussah. Ja, damals war hier ein Schloßleben gewesen, und die derzeitigen alten Stechline hatten teilgenommen an allen Festlichkeiten, wie sie die Rupiner Grafen und die mecklenburgischen Herzöge gaben und waren mit den Beutzenburgern und den Bassewitzens verschwägert gewesen. Aber heute waren die Stechliner Leute von schwachen Mitteln, die sich eben nur noch hielten und beständig bemüht waren, durch eine gute Partie sich wieder leidlich in die Höhe zu bringen. Auch Dubslavs Vater war auf diese Weise zu seinen drei Frauen gekommen, unter denen freilich nur die erste, das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt hatte. Für den jetzigen Schlossherrn, der von der zweiten Frau stammte, hatte sich daraus leider kein unmittelbarer Vorteil ergeben, und Dubslav von Stechlin wäre kleiner und großer Sorgen und Verlegenheiten nie los und ledig geworden, wenn er nicht in dem benachbarten Gramsee seinen alten Freund Baruch Hirschfeld gehabt hätte. Dieser Alte, der den großen Tuchladen am Markt und außerdem die Modesachen und Damenhüte hatte, hinsichtlich, der ihm es immer hieß, Gerson schicke ihm alles zuerst, dieser alte Baruch, ohne das Geschäftliche darüber zu vergessen, hing in der Tat mit einer Art Zärtlichkeit an dem Stechliner Schlossherrn, was, wenn es sich wieder mal um eine neue Schuldverschreibung handelte, regelmäßig zu heiklen Auseinandersetzungen zwischen Hirschfeldvater und Hirschfeldsohn führte. Gott, Isidor, ich weiß, du bist fürs Neue, aber was ist das Neue? Das Neue versammelt sich immer auf dem Markt und mal stürmt es uns den Laden und nimmt uns die Hüte Stück für Stück und die Reiherfedern und die Straußenfedern. Ich bin fürs Alte und für den guten alten Herr von Stechlin. Ist doch der Vater von seinem Großvater gefallen in der großen Schlacht bei Prag und hat gezahlt mit seinem Leben. Ja, der hat gezahlt, wenigstens hat er gezahlt mit seinem Leben, aber der von heute, der zahlt auch, wenn er kann und wenn er hat und wenn er nicht hat und ich sage, Herr von Stechlin, ich werde schreiben siebeneinhalb, dann falscht er nicht und dann zwackt er nicht. Und wenn er kippt, nu, da haben wir das Objekt, Mittelboden und Wald und Jagd und viel Fischfang. Ich sehe es immer so ganz klein in der Perspektiv und ich sehe auch schon den Kirchturm. Aber, Vaterlieben, was sollen wir mit dem Kirchturm? In diese Richtung gingen öfter die Gespräche zwischen Vater und Sohn und was der Alte vorläufig noch in der Perspektive sah, das wäre vielleicht schon Wirklichkeit geworden, wenn nicht des alten Dubslav um zehn Jahre ältere Schwester mit ihrem von der Mutter her ererbten Vermögen gewesen wäre. Schwester Adelheid, Domina zu Kloster Wutz Die half und sagte gut, wenn es schlecht stand oder gar zum Außersten zu kommen schien, aber sie half nicht aus Liebe zu dem Bruder, gegen den sie ganz im Gegenteil viel einzuwenden hatte, sondern lediglich aus einem allgemeinen stechlinschen Familiengefühl. Preußen war was und die Macht Brandenburg auch, aber das Wichtigste waren doch die Stechlins und der Gedanke, das alte Schloss in andern Besitzungen und gar in einem solchen übergehen zu sehen, war ihr unerträglich. Und über all dies hinaus war ja auch noch ihr Patenkind da, ihr Neffe Woldemar, für den sie all die Liebe hegte, die sie dem Bruder versagte. Ja, die Domina half, aber solcher Hilfen unerachtet wuchs das Gefühl der Entfremdung zwischen den Geschwistern, und so kam es denn, dass der alte Dubslav, der die Schwester in Kloster Wutz weder gern besuchte noch auch ihren Besuch gern empfing, nichts von Umgang besaß, als seinen Pastor Lorenzen, den frühen Erzieher Woldemars, und seinen Küster- und Dorfschullehrer Krippenstapel, zu denen sich allenfalls noch auch noch Oberförster Katzler gesellte, Katzler, der Feldjäger gewesen war, und ein Gutstück Welt gesehen hatte, doch auch diese drei kamen nur, wenn sie gerufen wurden, und so war eigentlich nur einer da, der in jedem Augenblick Red und Antwort stand. Das war Engelke, sein alter Diener, der seit beinahe fünfzig Jahren alles mit seinem Herrn durchlebt hatte, seine glücklichen Leutnantstage, seine kurze Ehe und seine lange Einsamkeit. Engelke, noch um ein Jahr älter als sein Herr, war dessen vertrauter geworden, aber ohne Vertraulichkeit. Dubslav verstand es, die Scheidewand zu ziehen. Übrigens wäre es auch ohne diese Kunst gegangen, denn Engelke war einer von den guten Menschen, die nicht aus Berechnung oder Klugheit, sondern von Natur hingebend und demütig sind, und in einem treuen Dienen ihr Genüge finden. Alltags war er so Winter wie Sommer in ein Leinwandhabit gekleidet, und nur, wenn es zu Tisch ging, trug er eine richtige Livree von sandfarbenem Tuch mit großen Knöpfen dran. Es waren Knöpfe, die noch die Zeiten des Rheinsberger Prinzen Heinrich gesehen hatten, weshalb Dubslav, falls er mal wieder in Verlegenheit war, zu dem jüngst verstorbenen alten Herrn von Kortschädel gesagt hatte, ja, Kortschädel, wenn ich so meinen Engelke, wie er da geht und steht, ins Märkische Provinzialmuseum abliefern könnte, so kriegt ich ein Jahresgehalt und wäre raus. Das war im Mai, dass der alte Stechli in diese Worte zu seinem Freunde Kortschädel gesprochen hatte, heute aber war dritter Oktober und ein wundervoller Herbsttag dazu. Dubslav, sonst empfindlich gegen Zug, hatte die Türen aufmachen lassen und von dem großen Portal herzog ein erquicklicher Luftstrom bis auf die mit Weiß und schwarzen Fliesen gedeckte Virande hinaus. Eine große, etwas schadhafte Markise war hier herabgelassen und gab Schutz gegen die Sonne, deren Lichter durch die schadhaften Stellen hindurch schielen und auf den Fliesen ein Schattenspiel aufführten. Gartenstühle standen umher, vor einer Bank aber, die sich an die Hauswand lehnte, waren doppelte Strohmatten gelegt. Auf eben dieser Bank, ein Bild des Behagens, saß der alte Stechlin in Joppe und breitkrempigem Filzhut und sah, während er aus seinem Meerschaum allerlei Ringe blies, auf ein Rundell, in dessen Mitte von Blumen eingefaßt eine kleine Fontäne plätscherte. Rechts daneben lief ein sogenannter Poetensteig, an dessen Ausgang ein ziemlich hoher, aus allerlei Gebälk zusammengezimmerter Aussichtsturm aufragte. Ganz oben eine Plattform mit Fahnenstange, daran die preußische Flagge wehte, schwarz und weiß, alles schon ziemlich verschlissen. Engelke hatte vor kurzem einen roten Streifen annähen wollen, war aber mit seinem Vorschlag nicht durchgedrungen. Laß, ich bin nicht dafür, das alte schwarz und weiß hält gerade noch, aber wenn du was Rotes daran nähst, dann reißt es gewiß. die Pfeife war ausgegangen und Dubslav wollte sich eben von seinem Platz erheben und nach Engelke rufen, als dieser vom Gartensaal hier auf die Ferranda heraustrat. Das ist recht, Engelke, dass du kommst. Aber du hast ja was für ein Telegramm in der Hand. Ich kann Telegramme nicht leiden, immer ist einer tot oder es kommt wer, der besser zu Hause geblieben wäre. Engelke Dienstgeheimnis. Na, gib her. Und unter diesen Worten brach er das Telegramm auf und las, Lieber Papa, bin sechs Uhr bei dir, Rex und von Giacomo begleiten mich, dein Woldemar. Engelke stand und wartete. Ja, was da tun, Engelke, sagte Dubslav und drehte das Telegramm hin und her. Und aus Kremmen, und von heute früh, fuhr er fort, da müssen sie also die Nacht über schon in Kremmen gewesen sein, auch kein Spaß. Aber Kremmen ist doch soweit ganz gut. Eh, nu, gewiß, gewiß, bloß sie haben da so kurze Betten. Und wenn man wie Woldemar Kavallerist ist, kann man ja doch auch die acht Meilen von Berlin bis Stechlin in einer Pace machen. Warum also Nachtquartier? und Rex und von Tschakko begleiten mich. Ich kenne Rex nicht und kenne von Tschakko nicht. Wahrscheinlich Regimentskameraden. Haben wir denn was? Ich denk doch, gnädiger Herr. Und wovor haben wir denn unsere Mansell? Die wird schon was finden. Nun gut, also haben wir was. Aber wie laden wir dazu ein? So bloß ich, das geht nicht. Ich mag mich keinem Menschen mehr vorsetzen. Tschakko, das ginge vielleicht noch, aber Rex, wenn ich ihn auch nicht kenne, zu so was Feinem wie Rex, pass ich nicht mehr. Ich bin so altmodisch geworden. Was meinst du, ob die Gundermanns wohl können? Ach, die können schon, er gewiß, und sie kluckt auch bloß immer so rum. Also Gundermanns, gut. Und dann vielleicht Oberförsters. Du solltest die Kind, hat freilich die Masern, und die Frau, das heißt die Gemahlin, und Gemahlin ist eigentlich auch noch nicht das rechte Wort, der wartet wieder, man weiß nie recht, wie man mit ihr dran ist, wie man sie nennen soll, Oberförsterin Katzler oder Durchlaucht. Aber man kann's am Ende versuchen. Und dann unser Pastor, der hat doch wenigstens die Bildung. Gundermann allein ist zu wenig und eigentlich bloß ein Kludentreter, und seitdem er die sieben Mühlen hat, ist er noch weniger geworden. Engelke nickte. Na, dann schick also Martin, aber er soll sich proper machen, oder vielleicht ist Brose noch da, der kann ja auf seinem Retourgang bei Gundermanns mit rangehen, und soll ihnen sagen, sieben Uhr, aber nicht früher. Sie sitzen sonst so lange rum, und man weiß nicht, wovon man reden soll. Das heißt mit ihm. Sie rät immer zu. Und gib Rosen auch n' Kornus und fünfzig Pfennig. Ich werd ihm dreißig geben. Nein, nein, fünfzig. Erst hat er ja doch was gebracht, und nun nimmt er wieder was mit. Das ist ja so gut wie doppelt, also fünfzig. Kapp's ihm nicht ab. Zweites Kapitel Ziemlich um dieselbe Zeit, wo der Telegrafen Bote bei Gundermanns vorsprach, um die Bestellung des alten Herrn von Stecklin auszurichten, ritten Woldemar, Rex und Tschakko, die sich für sechs Uhr angemeldet hatten, in breiter Front von Kremen ab. Fritz, Woldemars Reitknecht, folgte den Reihen. Der Weg ging über Hutz, als sie bis in die Nähe von Dorf und Kloster dieses Namens gekommen waren, Burg Woldemar vorsichtig nach links hin aus, weil er der Möglichkeit entgehen wollte, seiner Tante Adelheid, der Dominat des Klosters, zu begegnen. Er stand zwar gut mit dieser und hatte sogar vor, ihr wie herkömmlich auf dem Rückwege nach Berlin seinen Besuch zu machen, aber in diesem Augenblick paßte ihm solche Begegnung, die sein pünktliches Eintreffen in Stecklin gehindert haben würde, herzlich schlecht. So beschrieb er denn einen weiten Halbkreis und hatte das Kloster schon um eine Viertelstunde hinter sich, als er sich wieder der Hauptstraße zuwandte. Diese, durch Moor und Wiesengründe führen, war ein vorzüglicher Reitweg, der an vielen Stellen noch eine Grasnarbe trug, bis halbes Anderthalb Meilen lang in einem scharfen Trabe vorwärts ging, bis an eine Avenue heran, die geradlinig auf Schloß Stechlin zuführte. Hier ließen alle drei die Zügel fallen und ritten im Schritt weiter. Über ihnen wölbten sich die schönen alten Kastanienbäume, was ihrem Anritt etwas Anheimelndes und zugleich beinahe Feierliches gab. »Das ist ja wie ein Kirchenschiff«, sagte Rex, der am linken Flügel ritt. »Finden Sie nicht auch, Tschako?« »Wenn Sie wollen, ja. Aber, pardon, Rex, ich finde die Wendung etwas trivial für einen Ministerial-Assessor.« »Nä, nun gut, dann sagen Sie was Besseres.« »Ich werde mich hüten.« »Wer unter solchen Umständen was Besseres sagen will, sagt immer was Schlechteres.« Unter diesen sich noch eine Weile fortsetzenden Gespräche waren sie bis an einen Punkt gekommen, von dem aus man das am Ende der Avenue sich aufbauende Bild in aller Klarheit überblicken konnte. Dabei war das Bild nicht bloß klar, sondern auch so frappierend, dass Rex und Tschako unwillkürlich anhielten. »Alle Wetterstechlin, das ist ja reizend«, wandte sich Tschako zu dem am anderen Flügel reitenden Woldemar. »Ich finde es gerade zu märchenhaft. Fata Morgana, das heißt, ich habe noch keine gesehen. Die gelbe Wand, die da noch das letzte Tageslicht auffängt, das ist wohl ihr Zauberschloss. Und das Stückchen Grau da links, das taxiere ich auf eine Kirchenecke. Bleibt nur noch der Staketzaun an der anderen Seite, da wohnt natürlich der Schulmeister. Ich verbürge mich, dass ich's damit getroffen.« »Aber die zwei schwarzen Riesen, die da gerade in der Mitte stehen und sich von der gelben Wand abheben«, »abheben ist übrigens auch trivial, entschuldigen Sie, Rex.« »Die stehen ja da wie die Cherubim.« »Allerdings etwas zu schwarz.« »Was sind das für Leute?« »Das sind Findlinge.« »Findlinge?« »Ja, Findlinge«, wiederholte Woldemar. »Aber wenn Ihnen das Wort anstößig ist, so können Sie sie auch Monolithe nennen.« »Es ist merkwürdig, Tschako, wie hochgradig verwöhnt im Ausdruck Sie sind, wenn Sie nicht gerade selber das Wort haben. Aber nun, meine Herren, müssen wir uns wieder in den Trab setzen. Ich bin überzeugt, mein Papa steht schon ungeduldig auf seiner Rampe, und wenn er uns so im Schritt ankommen sieht, denkt er, wir bringen eine Trauernachrift oder einer Verwundeten.« Wenige Minuten später, und alle drei trabten denn auch wirklich von Fritz gefolgt über die Bohlenbrücke fort, erst in den Vorhof hinein und dann an der blanken Glaskugel vorüber. Der Alte stand bereits auf der Rampe, Engelke hinter ihm und hinter diesem Martin, der alte Kutscher. Im Nu waren alle drei Reiter aus dem Sattel und Martin und Fritz nahmen die Pferde. So trat man in den Flur. »Erlaube, lieber Papa, dir zwei liebe Freunde von mir vorzustellen, Assessor von Rex, Hauptmann von Tschakow.« Der Alte Stechlin schüttelte jedem die Hands und sprach ihnen aus, wie glücklich er über ihren Besuch sei. »Seien Sie mir herzlich willkommen, meine Herren. Sie haben keine Ahnung, welche Freude Sie mir machen, mir, einem vergrätzten alten Einsiedler. Man sieht nichts mehr, man hört nichts mehr. Ich hoffe auf einen ganzen Sack voll Neuigkeiten.« »Ach, Herr Major«, sagte Tschakow, »wir sind ja schon vierundzwanzig Stunden fort, und ganz abgesehen davon, wer kann heutzutage noch mit den Zeitungen konkurrieren? Ein Glück, dass manche prinzipiellen Posttagen zu spät kommen, ich meine mit den neuesten Nachrichten, vielleicht auch sonst noch.« »Sehr wahr«, lachte Dubslav, »der Konservatismus soll übrigens seinem Wesen nach eine Bremse sein, damit muss man vieles entschuldigen, aber da kommen Ihre Mantelsäcke, meine Herren.« »Engelke, führe die Herren auf Ihr Zimmer.« »Wir haben jetzt sechs Einviertel.« »Um sieben, wenn ich bitten darf.« »Engelke hatte mittlerweile die beiden von Dubslav etwas altmodisch als Mantelsäcke bezeichneten Bladerollen in die Hand genommen und ging damit den beiden Herren voran auf die doppelarmige Treppe zu, die gerade da, wo die beiden Arme derselben sich kreuzten, einen ziemlich geräumigen Protest mit solchen Galerie bildete, zwischen den Säulchen aber, und zwar mit dem Blick auf den Flur, war eine Rokoko-Uhr angebracht mit einem Zeitgott darüber, der eine Hippe führte. Czako wies darauf hin und sagte leise zu Rex, »Ein bisschen graulich.« Ein Gefühl, darin er sich bestärkt sah, als man bis auf den mit ungeheurer Raumverschwendung angelegten Oberflur gekommen war. Über einer nach hinten zugelegenen Saaltür hing eine Holztafel mit der Endschrift Museum, während Hüben und Trüben an den Flurwänden links und rechts mächtige Birkenmaser und Ebenholzschränke standen, wahre Prachtstücke, mit zwei großen Bildern dazwischen, eines eine Burg mit dicken Backsteintürmen, das andere ein überlebensgroßer Ritter, augenscheinlich aus der Frunzbergzeit, wo das Bundlandsknechtliche schon die Rüstung zu drapieren begann. »Ist wohl ein Ahn?« fragte Czako. »Ja, Herr Hauptmann, und er ist auch unten in der Kirche.« »Auch so wie hier?« »Nein, bloß Grabstein und schon etwas abgetreten, aber man sieht doch noch, dass es derselbe ist.« Czako nickte. »Dabei waren sie bis an ein Eckzimmer gekommen, das mit der einen Seite nach dem Flur, mit der anderen Seite nach einem schmalen Gange hinlag. Hier war auch die Tür«, Engelke vorangehend öffnete und hing die beiden Playdrollen an die Haken, »eines hier gleich an der Tür stehenden Kleiderständers.« Unmittelbar daneben war ein Klingelzug mit einer grünen, etwas ausgefransten Puschel daran. Engelke wies darauf hin und sagte, »Wenn die Herren noch was wünschen, und um sieben zweimal wird angeschlagen.« Und damit ging er, die beiden, ihrer Bequemlichkeit überlassend. Es waren zwei nebeneinander gelegene Zimmer, in denen man Rex und Czako untergebracht hatte, das vordere größer und mit etwas mehr Aufwand eingerichtet, mit Stehspiegel und Toilette, der Spiegel sogar zum Kippen. Das Bett in diesem vorderen Zimmer hatte einen kleinen Himmel und daneben eine Etagere, auf deren oberen Brettchen eine Meißnerfigur stand, ihr ohnehin kurzes Röckchen lüpfend, während auf dem unteren Brett ein neues Testament lag, mit Kelch und Kreuz und einem Palmenzweig auf dem Deckel. Czako nahm das Meißner-Tüppchen und sagte, »Wenn nicht unser Freund Woldemar bei diesem Arrangement seine Hand mit dem Spiele gehabt hat, so haben wir hier in Bezug auf Requisiten ein Ahnungsvermögen, wie's nicht größer gedacht werden kann.« »Das Büppchen pour moi, das Testament pour vous?« »Czako, wenn Sie doch bloß das Necken lassen könnten.« »Ach, sagen Sie doch so was nicht, Rex, Sie lieben mich ja bloß um einer Neckerei in Willen.« Und nun traten sie von dem Vorderzimmer her in den etwas kleineren Wohnraum, in dem Spiegel und Toilette fehlten. Dafür aber war ein Rokoko-Sofa da, mit hellblauem Atlas und weißen Blumen drauf. »Ja, Rex«, sagte Czako, »Wie teilen wir nun?« »Ich denke, Sie nehmen nebeneinander den Himmel und ich nehme das Rokoko-Sofa noch dazu mit weißen Blumen, vielleicht Lilien.« »Ich wette, das kleine Ding von Sofa hat eine Geschichte.« »Rokoko hat immer eine Geschichte«, bestätigte Rex, »aber hundert Jahre zurück.« »Was jetzt hier haust, sieht mir Gott sei Dank nicht danach aus.« »Ein bisschen Spuk«, traue ich diesem alten Kasten allerdings schon zu, »aber keine Rokoko-Geschichte. Rokoko ist doch immer unsittlich.« »Wie gefällt Ihnen übrigens der Alte?« »Vorzüglich.« »Ich hätte nicht gedacht, dass unser Freund Voldemar solchen frommen Alten haben könnte.« »Das klingt ja beinahe«, sagte Rex, »wie wenn Sie gegen unseren Stechlin etwas hätten.« »Was durchaus nicht der Fall ist, unser Stechlin ist der beste Kerl von der Welt.« »Wenn ich das verdammte Wort nicht haßte, würde ich ihn sogar einen perfekten Gentleman nennen müssen.« »Aber...« »Nun?« »Aber...« »Er paßt noch nicht recht an seine Stelle.« »An welche?« »In sein Regiment.« »Aber, Czako, ich verstehe Sie nicht, er ist ja brillant angeschrieben, Liebling bei jedem.« »Der Oberst fällt große Stücke auf ihn, und die Prinzen machen ihm beinahe den Hof.« »Ja, das ist es ja eben, die Prinzen, die Prinzen.« »Was denn?« »Wie denn?« »Ach, das ist eine lange Geschichte, viel zu lang, um sie hier vor Tisch noch auszukramen, denn es ist bereits halb, und wir müssen uns eilen.« »Übrigens trifft es viele, nicht bloß unseren Stechlin.« »Immer dunkler, immer rätselvoller«, sagte Rex. »Nun, vielleicht, dass ich Ihnen das Rätsel löse.« »Schließlich kann mir ja Toilette machen und noch seinen Diskurs daneben haben.« »Die Prinzen machen ihm den Hof«, so gewuten sie zu bemerken, und ich antwortete, »Ja, das ist es eben.« »Und diese Worte kann ich Ihnen nur wiederholen.« »Die Prinzen.« »Ja, damit hängt es zusammen und noch mehr damit, dass die feinen Regimenter immer feiner werden.« »Gucken Sie sich mal die alten Rangliessen an.« »Das heißt wirklich alte, voriges Jahrhundert, und dann so bis anno sechs.« »Da finden Sie bei Regiment Garte du Gord oder bei Regiment Gendarm unsere guten alten Namen.« »Marwitz, Wackenitz, Kracht, Löschebrand, Bredow, Rochow«, »Höchstens, dass sich mal ein höherer, betitelter Schlesischer mit hinein verirrt.« »Natürlich gab es auch Prinzen damals.« »Aber der Adel gab den Ton an, und die paar Prinzen mussten noch froh sein, wenn sie nicht störten.« »Damit ist es nun aber, seit wir Kaiser und Reich sind vorbei.« »Natürlich spreche ich nicht von der Provinz, nicht von Litauen und Masuren, sondern von der Garde, von den Regimentern unter den Augen seiner Majestät.« »Und nun gar erst diese Garde Dragoner.« »Die waren immer pik, aber seit sie, pour comble le bonheur, auch noch Königin von Großbritannien und Irland sind, wird es immer mehr davon, und je piker sie werden, desto mehr Prinzen kommen hinein.« »Von denen übrigens auch jetzt schon mehr da sind, als es so oben hin aussieht, denn manche sind eigentlich welche und dürfen es bloß nicht sagen.« »Und wenn man dann noch gar die Alten mitrechnet, die da bloß à la suite stehen, aber doch noch immer mit dabei sind, wenn irgendwas los ist, so haben wir, wenn der Kreis geschlossen wird, zwar kein Parkett von Königen, aber doch einen Zirkus von Prinzen.« »Und da hinein ist nun unser guter Stechlin gestellt.« »Natürlich tut er, was er kann, macht so gewisse Luxusse mit, Gefühlsluxusse, Gesinnungsluxusse und wenn es sein muss, auch Freiheitsluxusse.« »So ein Schimmer von Sozialdemokratie.« »Das ist aber auf die Dauer schwierig.« »Richtige Prinzen können sich das leisten.« »Die verbebeln nicht leicht, aber Stechlin, Stechlin ist ein reizender Kerl, aber er ist doch bloß ein Mensch.« »Und das sagen Sie, Czako, gerade Sie, der Sie das Menschliche stets betonen?« »Ja, Rex, das tu ich, heut wie immer.« »Aber eines schickt sich nicht für alle, der eine darf's, der andere nicht.« »Wenn unser Freund Stechlin sich in diese seine alte Schloßkarte zurückzieht, so darf er ein Mensch sein, soviel er will.« »Aber als Gardedragoner kommt er damit nicht aus.« »Vom alten Adam will ich nicht sprechen, das hat immer noch so eine Nachbedeutung.« Während Rex und Chaco Toilette machten und abwechselnd über den alten und den jungen Stechlin verhandelten, schritten die, die den Gegenstand dieser Unterhaltung bildeten, Vater und Sohn, im Garten auf und ab und hatten auch ihrerseits ihr Gespräch. »Ich bin dir dankbar, dass du mir deine Freunde mitgebracht hast.« »Hoffentlich kommen sie auf ihre Kosten.« »Mein Leben verläuft ein bisschen zu einsam und es wird ohnehin gut sein, wenn ich mich wieder an Menschen gewöhne.« »Du wirst gelesen haben, dass unser guter alter Kortschädel gestorben ist, und in etwa vierzehn Tagen haben wir hier ne Neuwahl.« »Da muss ich dann ran und mich populär machen.« »Die Konservativen wollen mich haben und keinen andern.« »Eigentlich mag ich nicht, aber ich soll, und da passt es mir denn, dass du mir Leute bringst, an denen ich mich für die Welt sozusagen wieder wie einüben kann.« »Sind sie denn ausgiebig und plauderhaft?« »O sehr, Papa, vielleicht zu sehr, wenigstens der eine.« »Das ist gewiß der Czako.« »Sonderbar, die von Alexander reden alle gern.« »Aber ich bin sehr dafür, Schweigen kleidet nicht jeden, und dann sollen wir uns ja auch durch die Sprache vom Tier unterscheiden, also wer am meisten redet, ist der reinste Mensch.« »Und diesen Czako?« »Dem hab ich es gleich angesehen.« »Aber der Rex, du sagst Ministerialassessor.« »Ist er denn von der frommen Familie?« »Nein, Papa, du machst dieselbe Verwechslung, die beinahe alle machen.« »Die fromme Familie, das sind die Rex, gräflich und sehr vornehm.« »Die Rex natürlich auch, aber doch nicht so hoch hinaus und auch nicht so fromm.« »Allerdings nimmt mein Freund, der Ministerialassessor, einen Anlauf dazu, die Rex womöglich einzuholen.« »Dann hab ich also doch recht gesehen.« »Er hat so die Figur, die so etwas vermuten läßt, ein bisschen wenig Fleisch und so glatt rasiert.« »Habt ihr denn beim Rasieren in Cremmen gleich einen gefunden?« »Er hat immer alles bei sich, lauter Englische. Von Solingen oder Suhl will er nichts wissen.« »Ohne muß man ihn denn vorsichtig anfassen, wenn das Gespräch auf kirchliche Dinge kommt.« »Ich bin ja, wie du weißt, eigentlich kirchlich, wenigstens kirchlicher als mein guter Pastor.« »Es wird immer schlimmer mit ihm.« »Aber ich bin im Ausdruck mitunter ungenierter, als man vielleicht sein soll, und bei Niedergefahren zur Hölle kann's mir passieren,« »Daß ich nolenswohlens ein bißchen tolles Zeug rede.« »Wie steht es denn da mit ihm?« »Muss ich mich in Acht nehmen, oder macht er bloß so mit?« »Das will ich nicht geradezu behaupten.« »Ich denke mir, er steht so, wie die meisten stehen, das heißt, er weiß es nicht recht.« »Ja, ja, den Zustand kenn ich.« »Und weil er es nicht recht weiß, hat er sozusagen die Auswahl und wählt das, was gerade gilt und nach oben hin empfiehlt.« »Ich kann das auch so schlimm nicht finden.« »Einige nennen ihn einen Streber, aber wenn er es ist, ist er jedenfalls keiner von den Schlimmsten.« »Er hat eigentlich einen guten Charakter, und im sogenannten Team kann er reizend sein.« »Er verändert sich dann nicht in dem, was er sagt.« »Oder doch nur ganz wenig, aber ich möchte sagen, er verändert sich in der Art, wie er zuhört.« »Giako meint, unser Freund Rex halte sich mit dem Ohr für das schatlos, was er mit dem Munde versäumt.« »Giako wird überhaupt am besten mit ihm fertig, er schraubt ihn beständig, und Rex, was ich reizend finde, lässt sich diese Schraubereien gefallen.« »Daran siehst du schon, dass sich mit ihm leben lässt.« »Seine Frömmigkeit ist keine Lüge, bloß Erziehung, Angewohnheit, und so schließlich seine zweite Natur geworden.« »Ich werde ihn bei Tisch neben Lorenzen setzen.« »Die mögen dann beide sehen, wie sie miteinander fertig werden.« »Vielleicht erleben wir eine Bekehrung.« »Das heißt Rex, den Pastor.« »Aber da höre ich eine Kutsche in die Dorfstraße raufkommen.« »Das sind natürlich Gundermanns, die kommen immer zu früh.« »Der arme Kerl hat mal was von der Höflichkeit der Könige gehört und macht jetzt einen zu weitgehenden Gebrauch davon.« »Autodidakten übertreiben immer.« »Ich bin selber einer und kann also mitreden.« »Nun, wir sprechen morgen früh weiter, heute wird es nichts mehr.« »Du wirst dich auch noch ein bisschen striegeln müssen, und ich will mir einen schwarzen Rock anziehen.« »Das bin ich der guten Frau von Gundermann doch schuldig.« »Sie putzt sich übrigens nach wie vor wie ein Schlittenpferd, und hat immer noch den merkwürdigen Federbusch in ihrem Zopf.« »Das heißt, wenn's ihrer ist.« »Ende des zweiten Kapitels« »Ende des zweiten Kapitels« »Theodor Fontane« »Der Stechlin« »Drittes Kapitel« »Drittes Kapitel« Engelke schlug unten im Flur zweimal an, an einem alten als Tamtam fungierenden Schild, der an einem der zwei vorspringenden und zugleich die ganze Treppe tragenen Pfeiler hing.« »Eben diese zwei Pfeiler bildeten denn auch mit dem Podest und der in Front desselben angebrachten Rokoko-Uhr einen zum Gartensalon, diesem Hauptzimmer des Erdgeschoßes führenden, ziemlich pittoresken Portikus, von dem ein auf Besuch anwesender hauptstädtischer Architekt mal gesagt hatte,« »Sämtliche Bausünden von Schloss Stechlin würden durch diesen verdrehten, aber malerischen Einfall wieder gut gemacht.« Die Uhr mit dem Hippenmann schlug gerade Sieben, als Rex und Czako die Treppe herunterkamen und, eine Biegung machend, auf den von berufener Seite so glimpflich beurteilten sonderbaren Vorbau zusteuerten. Als die Freunde diesen passierten, sahen sie, die Türflügel waren schon geöffnet, in einer Bequemlichkeit in den Salon hinein und nahmen hier wahr, dass etliche, ihnen zu Ehren geladene Gäste bereits erschienen waren. Dubslav in dunklem Überruck und die Bändchenrosette, sowohl des preußischen wie des wendischen Kronenordens im Knopfloch, ging den Eintretenden entgegen, begrüßte sie nochmals mit der ihm eigenen Herzlichkeit. Und beide Herren gleich danach in den Kreis der schon Versammelten einführen, sagte er, »Bitte, die Herrschaften miteinander bekannt machen zu dürfen, Herr und Frau von Gundermann auf Siebenmühlen, Pastor Lorenzen, Oberförster Katzer und dann, nach links sich wendend, Ministerialassessor von Rex, Hauptmann von Czako vom Regiment Alexander.« Man verneigte sich gegenseitig, worauf Dubslav zwischen Rex und Pastor Lorenzen, Woldemar aber, als Atlatus seines Vaters, zwischen Czako und Katzler eine Verbindung herzustellen suchte, was auch ohne weiteres gelang, weil es Hüben und Rüben weder an gesellschaftlicher Gewandtheit noch an gutem Willen gebracht. Nur konnte Rex nicht umhin, die Siebenmühlener etwas einringlich zu mustern, trotzdem Herr von Gundermann in Frack und weißer Binde, Frau von Gundermann aber in geblümtem Atlas mit Marabou-Fächer erschienen war, er, augenscheinlich ein Parvenu, Sie Berlinrin aus einem nordöstlichen Vorstadtgebiet. Rex sah das alles, er kam aber nicht in die Lage, sich lange damit zu beschäftigen, weil Dubslav eben jetzt den Arm der Frau von Gundermann nahm und dadurch das Zeichen zum Aufbruch zu der im Nebenzimmer gedeckten Tafel gab. Alle folgten paarweise, wie sie sich vorher zusammengefunden, kamen aber durch die von Seiten Dubslavs schon vorher festgesetzte Tafelordnung wieder auseinander. Die beiden Stechlins, Vater und Sohn, placierten sich an den Schmalseiten einander gegenüber, während zur rechten und linken von Dubslav, Herr und Frau von Gundermann, rechts und links von Voldemar, aber Rex und Lorenzen saßen. Die Mittelplätze hatten Katzler und Tschakow inne. Neben einem großen alten Eichenbuffet ganz in der Nähe der Tür standen Engelke und Martin, Engelke in seiner sandfarbenen Livret mit den großen Knöpfen, Martin, dem nur Oblag mit der Küche Verbindung zu halten, einfach in schwarzem Rock und Stülpstiefeln. Der alte Dubslav war in bester Laune, stieß gleich nach den ersten Löffeln Suppe mit Frau von Gundermann vertraulich an, dankte für ihr Erscheinen und entschuldigte sich wegen der späten Einladung. »Aber erst um zwölf kam Voldemars Telegramm«, »es ist das mit dem Telegrafieren, solche Sache«, »manches wird besser, aber manches wird auch schlechter«, »und die feinere Sitte leidet nun schon ganz gewiß, schon die Form, die Abfassung, nur kürzer soll eine Tugend sein, aber sich kurz fassen heißt meistens auch sich grob fassen«, »Jede Spur von Verbindlichkeit fällt fort und das Wort Herr ist beispielsweise gar nicht mehr anzutreffen.« »Ich hatte mal einen guten Freund, der ganz ernsthaft versicherte, der häßlichste Mops sei der schönste.« »So läßt sich jetzt mein Na sagen, das gröbste Telegramm sei das feinste.« »Wennigstens das in seiner Art vollendetste.« »Jeder, der wieder eine neue Fünffenniger Sparnis herausdoktert, ist ein Genie.« Diese Worte Dubslavs hatten sich anfänglich an die Frau von Gundermann, sehr bald aber mehr an Gundermann selbst gerichtet, weshalb dieser Letztere denn auch antwortete, »Ja, Herr von Stechlin, alles Zeichen der Zeit.« »Und ganz bezeichnend, dass gerade das Wort Herr, wie sie schon hervorzuhebende Güte hatten, so gut wie abgeschafft ist.« »Herr, ist Unsinn geworden. Herr, passt den Herren nicht mehr.« »Ich meine natürlich die, die jetzt die Welt regieren.« Aber es ist auch danach, all diese Neuerungen, an denen sich leider auch der Staat beteiligt, was sind sie, Begünstigungen der Unbotmäßigkeit, also Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie.« »Weiter nichts.« »Und niemand da, der Lust und Kraft hätte, dies Wasser abzustellen.« »Aber trotzdem, Herr von Stechlin, ich würde nicht widersprechen, wenn mich das Tatsächliche nicht dazu zwänge.« »Trotzdem geht es nicht ohne Telegraphie, gerade hier in unserer Einsamkeit, und dabei das beständige Schwanken der Kurse, namentlich auch in der Mühlen- und Brettschneidebranche.« »Versteht sich, lieber Gundermann, was ich da gesagt habe. Wenn ich das Gegenteil gesagt hätte, wäre es eben so richtig. Der Teufel ist nicht so schwarz, wie er gemalt wird, und die Telegraphie auch nicht, und wir auch nicht. Schließlich ist es doch was Großes, diese Naturwissenschaften, dieser elektrische Strom, tipp, 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 und wenn uns daran läge, aber uns liegt nichts daran, so könnten wir den Kaiser von China wissen lassen, dass wir hier versammelt sind und seiner gedacht haben.« Und dabei all diese merkwürdigen Verschiebungen in Zeit und Stunde. Beinah komisch. Als ein U.S. die Pariser September Revolution ausbrach, wußte man's in Amerika drüben um ein paar Stunden früher, als die Revolution überhaupt da war. Ich sagte, September Revolution, es kann aber auch ne andere gewesen sein, die haben ja da so viele, dass man sie leicht verwechselt. Eine war im Juni, die andere war im Juli. Wer nicht ein Bombengedächtnis hat, muss da notwendig reinfallen. Engelke, präsentiere der gnädigen Frau den Fisch noch mal, und vielleicht nimmt auch Herr von Tschakow. Gewiß, Herr von Stechlin, sagte Tschakow, eigentlich aus reiner Gourmandise, dann aber auch aus Forschertrieb, oder Fortschrittsbedürfnis. Man will doch an dem, was gerade gilt, oder überhaupt Menschheitsentwicklung bedeutet, auch seinerseits nach Möglichkeit teilnehmen. Und das steht denn Fischnahrung jetzt oben an. Fische sollen außerdem viel Phosphor enthalten, und Phosphor, so heißt es, macht Helle. Gewiß, kicherte Frau von Gundermann, die sich bei dem Wort Helle wie persönlich getroffen fühlte, Phosphor war ja auch schon, ehe die schwedischen aufkamen. »Oh, lange vorher«, bestätigte Tschakow. »Was mich aber«, fuhr er, sich an Dubslav wendend fort, »an diesem Karpfen noch ganz besonders fesselt, beiläufig ein Prachtsexemplar, und das ist das, das er doch höchstwahrscheinlich aus ihrem berühmten See stammt, über den ich durch Woldemar, ihren Herrn Sohn, bereits unterrichtet bin, dieser merkwürdige See, dieser Stechlin. Und da frage ich mich denn unwillkürlich, denn Karpfen werden alt, daher beispielsweise die Mooskarpfen. Welche Revolutionen sind an diesem hervorragenden Exemplar seiner Gattung wohl schon vorübergegangen, ich weiß nicht, ob ich ihn auf hundertfünfzig Jahre taxieren darf, wenn aber, so würde er als Jüngling die Lissaboner Aktion und als Urkreis den neuerlichen Ausbruch des Krakatova mitgemacht haben. »Und all das erwogend regt sich mir die Frage auf«, Dubslav lächelte zustimmend, »und all das erwogend regt sich mir die Frage auf, wenn's nun ihrem Stechlin See so brodelnd beginnt oder gar die große Trichterbindung anhebt, aus der dann und wann, wenn ich recht gehört habe, der krähende Hahn aufsteigt. Wie verhält sich da der Stechling Karpfen, dieser doch offenbar nächst Beteiligte, bei dem Anpochen derartiger Weltereignisse? Beneidet er den Hahn, dem es vergönnt ist, in die Rubiner Heide hineinzukrähen, oder ist er umgekehrt ein Feigling, der sich in seinem Moorgrund verkriecht? Also ein Bourgeois, der am anderen Morgen fragt, »schießen Sie noch?« »Mein lieber Herr von Czako, die Beantwortung Ihrer Frage hat selbst für einen Anwohner des Stechlins seine Schwierigkeiten.« »Ins Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist, und zu dem innerlichsten und verschlossensten zählt der Karpfen. Er ist nämlich sehr dumm.« »Aber nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung wird er sich beim Eintreten der großen Eruption wohl verkrochen haben.« »Wir verkriechen uns nämlich alle.« »Heldentum ist Ausnahmezustand und meist Produkt einer Zwangslage.« »Sie brauchen mir übrigens nicht zuzustimmen, Sie sind noch im Dienst.« »Bitte, bitte, bitte«, sagte Herr Czako. »Sehr, sehr anders«, ging das Gespräch an der entgegengesetzten Seite der Tafel. Rex, der, wenn er dienstlich oder außerdienstlich aufs Land kam, immer eine Neigung spürte, sozialen Fragen nachzuhängen, und beispielsweise jedes Mal mit Vorliebe darauf aus war, an das Zahlenverhältnis der in und außer der Ehe geborenen Kinder allem Möglichen, teils dem Gemeinwohl, teils der Sittlichkeit zugutekommende Betrachtungen zu knüpfen, hatte sich auch heute wieder in einem mit Pastor Lorenzen angeknüpften Zwiegespräch seinem Lieblingsthema zugewandt, war aber, weil Dubslav durch eine Zwischenfrage den Fadenabschnitt in die Lage gekommen, sich vorübergehend statt mit Lorenzen mit Katzler beschäftigen zu müssen, von dem er zufällig in Erfahrung gebracht hatte, dass er früher Feldjäger gewesen sei. Das gab ihm einen guten Gesprächsstoff und ließ ihn fragen, ob der Herr Oberförster nicht mitunter schmerzlich den zwischen seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart liegenden Gegensatz empfinde, sein früherer Feldjägerberuf, so nehme er an, habe ihn in die weite Welt hinausgeführt, während er jetzt stabilisiert sei. Stabilisierung zählte zu Rex Lieblingswendungen und entstammte jenem sorglich ausgewählten Fremdwörterschatz, den er sich, er hatte diese Dinge dienstlich zu bearbeiten gehabt, aus den Erlassen König Friedrich Wilhelms des Ersten angeeignet und mit in sein Akten Deutsch herübergenommen hatte. Katzler, ein vorzüglicher Herr, aber auf dem Gebiet der Konversation doch nur von einer oft unausreichenden Orientierungsfähigkeit, fand sich in des Ministerialassessors etwas gedrechseltem Gedankengange nicht leicht zurecht und war froh, als in der hellhörige, mittlerweile wieder freigeworne Pastor, in der durch Rex aufgeworfenen Frage zu Hilfe kam. »Ich glaube, herauszuhören«, sagte Lorenzen, »dass Herr von Rex geneigt ist, dem Leben draußen in der Welt, vor dem in unserer stillen Grafschaft den Vorzug zu geben. Ich weiß aber nicht, ob wir ihm darin folgen können, ich nun schon gewiss nicht, aber auch unser Herr Oberförster wird mutmaßlich froh sein, seine vor dem im Eisenbahn-Coupé verbrachten Feldjäger-Tage hinter sich zu haben. Es heißt freilich, im engen Kreis verängert sich der Sinn und in den meisten Fällen mag es zutreffen, aber doch nicht immer, und jedenfalls hat das Weltfremde bestimmte große Vorzüge. »Sie sprechen mir durchaus aus der Seele, Herr Pastor Lorenzen«, sagte Rex. »Wenn es einen Augenblick vielleicht so klang, als ob der Globetrotter mein Ideal sei, so bin ich sehr geneigt, mit mir handeln zu lassen. Aber etwas hat es doch mit dem »Auch draußen zu Hause sein« auf sich, und wenn Sie trotzdem für Einsamkeit und Stille plädieren, so plädieren Sie doch wohl in eigener Sache. Denn wie sich der Herr Oberförster aus der Welt zurückgezogen hat, so wohl auch Sie. Sie sind beide darin ganz individuell einem Herzenszuge gefolgt, und vielleicht, dass meine persönliche Neigung dieselben Wege ginge, dennoch wird es andere geben, die von einem solchen sich zurückziehen aus der Welt nichts wissen wollen, die vielleicht umgekehrt, statt in einem sich hingeben an den Einzelnen, in der Beschäftigung mit einer Vielheit ihre Bestimmungen finden. Ich glaube, durch unseren Freund Stechlin zu wissen, welche Fragen Sie seit langem beschäftigen, und bitte Sie, dazu beglückwünschen zu dürfen, Sie stehen in der christlich-sozialen Bewegung. Aber nehmen Sie deren Schöpfer, der Ihnen persönlich vielleicht nahesteht. Er und sein Tun sprechen doch recht eigentlich für mich. Sein Feld ist nicht einzelne Seelsorge, nicht eine Landgemeinde, sondern eine Weltstadt. Stöckers Auftreten und seine Mission sind eine Widerlegung davon, dass das Schaffen im Engen und Umgrenzen notwendig das Segensreichere sein müsse. Lorenzen war daran gewöhnt, sei es zu Lob, sei es zu Tadel, sich mit dem ebenso gefeierten wie befeheteten Hofprediger in Parallele gestellt zu sehen, und empfand dies jedes Mal als eine Huldigung. Aber nicht minder empfand er dabei regelmäßig den tiefen Unterschied, der zwischen dem großen Agitator und seiner stillen Weise lag. Ich glaube, Herr von Rex nahm er wieder das Wort, dass Sie den Vater der Berliner Bewegung sehr richtig geschildert haben, vielleicht sogar zur Zufriedenheit des Geschilderten selbst, was, wie man sagt, nicht eben leicht sein soll. Er hat viel erreicht, und steht anscheinend in seinem Siegeszeichen. Hüben und drüben hat er Wurzel geschlagen und sieht sich geliebt und gehuldigt nicht nur seitens derer, denen er mildtätig die Schuhe schneidet, sondern beinahe mehr noch im Lager derer, denen er das Leder zu den Schuhen nimmt. Er hat schon so viele Beinamen, und der des heiligen Crispin wäre nicht der schlimmste. Viele wird es geben, wenn die sein Tun im guten Sinne beneiden. Aber ich fürchte, der Tag ist nahe, und der so rührige und anzugleich so mutige, der seine Ziele so weit steckte, sich in die Enge des Daseins zurücksehnen wird. Er besitzt, wenn ich recht berichtet bin, ein kleines Bauerngut irgendwo in Franken, und wohl möglich, ja, mir persönlich geradezu wahrscheinlich, dass jemand jener stillen Stelle früher oder später ein echteres Glück erblüht, als er es jetzt hat. Es heißt wohl, geht hin und lehret alle Heiden, aber schöner ist es doch, wenn die Welt uns suchend an uns herankommt. Und die Welt kommt schon, wenn die richtige Persönlichkeit sich hier auftut. Da ist dieser Wörishoverner Pfarrer, er sucht nicht die Menschen, die Menschen suchen ihn, und wenn sie kommen, so heilt er sie, heilt sie mit dem Einfachsten und Natürlichsten. Übertragen Sie das vom Äußern auf das Innere, so haben Sie mein Ideal, einen Brunnengraben just an der Stelle, wo man gerade steht. Innere Mission in nächster Nähe, sei's mit dem Alten, sei's mit etwas Neuem. Also mit dem Neuen, sagte Woldemar, und reichte seinem alten Lehrer die Hand. Aber dieser antwortete, nicht so ganz unbedingt mit dem Neuen, lieber mit dem Alten, soweit es irgend geht, und mit dem Neuen nur, soweit es sein muss. Das Mal war inzwischen weit vorgeschritten und bei einem Gange angelangt, der eine Spezialität von Schloss Stechlin war und jedes Mal die Bewunderung seiner Gäste bildete, losgelöste Krammelsvogelbrüste mit einer dunklen Kraftbrühe angerichtet, die, wenn die Herbst- und Eberöschen Tage da waren, als eine höhere Form von Schwarzsauer auf den Tisch zu kommen pflegten. Engelke präsentierte Burgunder dazu, der schon lange lag, noch aus alten, besseren Tagen her, und als jeder davon genommen erhob sich Dubslav, um erst kurz seine lieben Gäste zu begrüßen, dann aber die Damen leben zu lassen. Er müsse bei diesem Plural bleiben, trotz der die Damenwelt nur in einer Einheit vertreten sei. Doch er gedenke, dabei seiner lieben Freundin und Tischnachbarin, er küßte dieser huldigend die Hand, zugleich auch der Gemahlin seines Freundes Katzler, die leider, wenn auch vom Familienstandpunkt aus in hocher fräulicher Veranlassung am Erscheinen ihrer Mitte verhindert sei. Meine Herren, Frau Oberförster Katzler, er machte hier eine kleine Pause, wie wenn er eine höhere Titulatur ganz ernsthaft in Erwägung gezogen hätte, Frau Oberförster Katzler und Frau von Gundermann, sie leben hoch. Rex, Czako und Katzler erhoben sich, um mit Frau von Gundermann anzustoßen, als aber jeder von ihnen auf seinen Platz zurückgekehrt war, nahmen sie die durch den Toast unterbrochenen Privatgespräche wieder auf, wobei Dubslav als guter Wirt sich darauf beschränkte, kurze Bemerkungen nach links und rechts hin einzustreuen. Dies war indessen nicht immer leicht, am wenigsten leicht bei dem Geplauder, das der Hauptmann und Frau von Gundermann führten und das so pausenlos verlief, dass ein Einhaken sich kaum ermöglichte. Czako war ein guter Sprecher, aber er verschwand neben seiner Partnerin. Ihres Vaters Laufbahn, der es, ursprünglich Schreib- und Zeichenlehrer, in einer langen, schon mit anno 13 beginnenden Dienstzeit bis zum Hauptmann in der Plankammer gebracht hatte, gab ihr in ihren Augen eine gewisse militärische Zugehörigkeit, und als sie nach mehrmaligem Auslugen endlich den ihr wohlbekannten Namenstug des Regiments Alexander auf Czakos Achselkappe erkannt hatte, sagte sie, Gott, Alexander, nein, ich sage, mir war aber doch auch gleich so, Münzstraße, wir wohnten ja Linienstraße, Ecke der Ecke der Weinmeister, das heißt, als ich meinen Mann kennenlernte, vorher draußen Schönhauser Allee, aber wenn man so wen aus seiner Gegend widersieht, ich bin ganz glücklich, Herr Hauptmann. Ach, es ist zu traulich hier, und wenn wir nicht den Herrn von Stechlin hätten, so hätten wir so gut wie gar nichts. Mit Katzlers, aber dies flüsterte sie nur leise, mit Katzlers ist es nichts, die sind zu hoch hinaus, da muß man sich den kleinen machen, und so toll ist es am Ende doch auch nicht. Jetzt passen sie ja noch leidlich, aber abwarten. Sehr wahr, sehr wahr, sagte Czako, der, ohne was Sicheres zu verstehen, nur ein während des Dubslavschen Toastes schon gehabtes Gefühl bestätigt sah, dass es mit den Katzlers was Besonderes sein müsse. Frau von Gundermann aber, den ihr unbequemen Flüsterton aufgebend, fuhr wieder mit lauter werdender Stimme fort, »Wir haben den Herrn von Stechlin, und das ist ein Glück, und ist doch bloß eine halbe gute Meile, die meisten anderen wohnen viel zu weit, und wenn sie auch näher wohnten, sie wollen alle nicht, recht. Die Leute, mit denen wir hier eigentlich Umgang haben müssten, sind so diffizil und legen alles auf die Goldwaage. Das heißt, vieles legen sie nicht auf die Goldwaage, dazu reicht es bei den meisten nicht aus. Nur immer die Ahnen. Und 16 ist das Wenigste. Ja, wer hat gleich 16? Gundermann ist erst geadelt, und wenn er nicht Glück gehabt hätte, so wäre es gar nichts. Er hat nämlich klein angefangen, bloß mit einer Mühle. Jetzt haben wir nun freilich sieben, immer den Rien entlang, lauter Schneidemühlen, Bohlen und Bretter, einzöllig, zweizöllig und noch mehr, und die Berliner Dielen, die sind fast alle von uns. Aber, meine gnädigste Frau, das muss Ihnen doch ein Hochgefühl geben, alle Berliner Dielen. Und dieser Rienfluß, von dem Sie sprechen, der vielleicht eine ganze Seenkette verbindet und woran vermutlich eine reizende Villa liegt, und darin hören Sie Tag und Nacht, wie nebenan die Mühle die Säge geht, und die dicht herumstehenden Bäume bewegen sich leise, mitunter natürlich ist es auch ein Sturm, und Sie haben eine Pony-Equipage für Ihre Kinder, ich darf doch annehmen, dass Sie Kinder haben, wenn man so abgeschieden lebt und so beständig und so beständig aufeinander angewiesen ist. Es ist, wie Sie sagen, Herr Hauptmann, ich habe Kinder, aber schon erwachsen, beinahe alle, denn ich habe mich jung verheiratet. Ja, Herr von Tschakow, man ist doch einmal jung gewesen, und es ist ein Glück, dass ich die Kinder habe. Sonst ist kein Mensch da, mit dem man ein gebildetes Gespräch führen kann. Mein Mann hat seine Politik und möchte sich wählen lassen, aber es wird nichts, und wenn ich die Journale bringe, nicht mal die Bilder, sieht er sich an, und die Geschichten, sagte er, seien bloß dummes Zeug und bloß Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie. Seine Mühlen, was ich übrigens recht und billig finde, sind ihm lieber. Aber sie müssen doch viele Menschen um sich herum haben, schon in ihrer Wirtschaft. Ja, die hab ich, und die Mamsels, die man so kriegt, ja, ein paar Wochen geht es, aber dann bändeln sie gleich an, am liebsten mit dem Volontär. Wir haben nämlich auch Volontärs in der Mühlenbranche, und die meisten sind aus ganz gutem Hause, die jungen Menschen passen aber nicht auf, und da hat man's denn, und immer gleich Knall und Fall. All das ist doch traurig, und misstunter ist es auch so, dass man sich geradezu genieren muss. Czako seufzte. Mir ein Gräuel, all dergleichen, aber ich weiß vom Manöver her, was alles vorkommt, und mit einer Schleue, nichts schlauer, als verliebte Menschen. Ach, das ist ein Kapitel, wo mir noch nicht fertig wird. Aber Sie sagten, Linienstraße, meine gnädigste. Welche Nummer denn? Ich kenne da beinahe jedes Haus, kleine, nette Häuser, immer bloß Belletage, höchstens mal ein Eudeboeuf. Wie? Was? Großes, rundes Fenster, ohne Glas. Aber ich liebe diese Häuser. Ja, das kann ich auch von mir sagen, und in gerade solchen Häusern habe ich meine beste Zeit verbracht, als ich noch ein Quack war, höchstens vierzehn, und so grausam wild. Da waren damals nämlich noch die Ringsteine, und wenn es dann regnete, und alles überschwemmt war, und die Bretter anfingen, sich zu heben, und schon so halb herumschwammen, und die Ratten, die darunter steckten, nicht mehr wußten, wo sie hin sollten, dann sprangen wir auf die Bretter rauf, und nun die Bieste raus, links und rechts, und die Jungen hinterher, immer aufgekrempelt und ganz nackigt. Und einmal, weil der eine Junge nicht abließ, und mit seinen Holzbanddienen immer drauf losschlug, da wurde das Untier falsch, und bis den Jungen so, daß er schrie, nein, so hab ich noch keinen Menschen wieder schreien hören, und es war auch fürchterlich. Ja, das ist es, und da helfen bloß Rattenfänger. Ja, Rattenfänger, davon hab ich auch schon gehört, Rattenfänger von Hameln, aber die gibt es doch nicht mehr. Nein, gnädige Frau, die gibt es nicht mehr, wenigstens nicht mehr solche Hexenmeister mit Zauberspruch und einer Pfeife zum Pfeifen, aber die meine ich auch gar nicht. Ich meine überhaupt nicht Menschen, die dergleichen als Metier betreiben und sich in den Zeitungen anzeigen, unheimliche Gesichter mit einer Pelzkappe. Was ich meine, sind bloß Pinscher, die nebenher auch noch Rattenfänger heißen, und es auch wirklich sind. Und mit einem solchen Rattenfänger auf die Jagd gehen, das ist eigentlich das Schönste, was es gibt. Aber mit einem Pinscher kann man doch nicht auf die Jagd gehen. Doch, doch, meine gnädigste Frau. Als ich in Paris war, ich war da nämlich mal hinkommandiert, da bin ich mit runtergestiegen in die sogenannten Katakomben, hochgewölbte Kanäle, die sich unter der Erde hinziehen, und diese Kanäle sind wahre Ratten-Eldorado. Da sind sie zu Millionen, oben drei Millionen Franzosen, unten drei Millionen Ratten. Und einmal, wie gesagt, bin ich mit darunter geklettert und in einem Boote durch diese Unterwelt hingefahren, immer mitten in die Ratten hinein. Grässlich, grässlich, und sind sie heil wieder rausgekommen? Im Ganzen, ja, denn, meine gnädigste Frau, eigentlich war es doch ein Vergnügen. In unserem Kahn hatten wir nämlich zwei solche Rattenfänger, einen vorn und einen hinten, und nun hätten sie sehen sollen, wie das losging, schnapp, und das Tier um die Ohren geschlagen, und tot war es, und so weiter, so schnell wie sie nur zählen können, und mitunter noch schneller. Ich kann es nur vergleichen mit Mr. Carver, dem bekannten Mr. Carver, von dem sie gewiss mal gelesen haben, der in der Sekunde drei Glaskugeln wegschoss, und so immerzu viele Hundert. Ja, so was wie diese Rattenjagd da unten, das vergiss man nicht wieder. Es war aber auch das Beste da. Denn was sonst noch von Paris geredet wird, das ist alles übertrieben, meist dummes Zeug. Was haben sie denn großes? Opern, und Circus, und Museum, und in einem Saal eine Venus, die man sich nicht recht ansieht, weil sie das Gefühl verletzt, namentlich, wenn man mit Damen da ist. Und das alles haben wir schließlich auch, und manches haben wir noch besser, so zum Beispiel Niemann und die Del Eira. Aber solche Rattenschlacht, das muss wahr sein, die haben wir nicht, und warum nicht? Weil wir keine Katakomben haben. Der alte Dubslav, der das Wort Katakomben gehört hatte, wandte sich jetzt wieder über den Tisch hin und sagte, Pardon, Herr von Tschakow, aber Sie müssen meiner lieben Frau Gundermann nicht mit so furchtbar ernsten Sachen kommen, und noch dazu hier bei Tisch gleich nach Karpfel und Meerrettich. Katakomben, ich bitte Sie, die waren ja doch eigentlich in Rom und erinnern einen immer an die traurigsten Zeiten, an den grausamen Kaiser Nero und seine Verfolgungen und seine Fackeln. Und da war dann noch einer mit einem etwas längeren Namen, der noch viel grausamer war, und da verkrochen sich diese armen Christen gerade in eben diese Katakomben und manche wurden verraten und gemordet. Nein, Herr von Tschakow, da lieber was Heiteres. Nicht wahr, meine liebe Frau von Gundermann? Ach nein, Herr von Stechlin, es ist doch alles so sehr gelehrig, und wenn man so selten Gelegenheit hat. Na, wie Sie wollen, ich hab es gut gemeint. Stoßen wir an! Ihr Rudolf soll leben, das ist doch der Liebling, trotzdem er der Älteste ist. Wie alt ist er denn jetzt? 24. Ein schönes Alter, und wie ich höre, ein guter Mensch, er müsste nur mehr raus, er versauert hier ein bisschen. Sag ich ihm auch, aber er will nicht fort, er sagt, zu Hause sei es am besten. Bravo, dann nehme ich alles zurück. Lassen Sie ihn, zu Hause ist es am Ende wirklich am besten. Und gerade wir hier, die wir den Vorzug haben, in der Rheinsberger Gegend zu leben, ja, wo ist so was? Erst der große König, und dann Prinz Heinrich, der nie in die Schlacht verloren, und einige sagen, er wäre noch klüger gewesen als sein Bruder, aber ich will so was nicht gesagt haben. Ende des dritten Kapitels Theodor von Tane, der Stechlin diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Viertes Kapitel Frau von Gundermann schien auf das hier als einziger, also auch ältester Dame, zustehende Tafel aufhebungsrecht verzichten zu wollen, und wartete, bis statt ihrer, der schon seit einer Viertelstunde sich nach seiner Meerschaumpfeife sehnete Dubslav das Zeichen zum Aufbruch gab. Alles erhob sich jetzt rasch, um vom Esszimmer aus in den nach dem Garten hinaussehenden Salon zurückzukehren, dem es, war es Zufall oder Absicht, in diesem Augenblick noch an aller Beleuchtung fehlte, nur im Kamin glühten ein paar Scheite, die während der Essenszeit halb niedergebrannt waren, und durch die offenstehende hohe Glastür fiel von der Veranda her das Licht, der über den Parkbäumen stehenden Mondsichel. Alles gruppierte sich alsbald um Frau von Gundermann, um ihr die Pflichtschuldigen Honours zu machen, während Martin die Lampen, Engelke den Kaffee brachte. Das ein paar Minuten lang geführte gemeinschaftliche Gespräch kam, all die Zeit über, über ein unruhiges Hin und Her nicht hinaus, bis der Knäuel, in dem man stand, sich wieder in Gruppen auflöste. Das erste, sich abtrennende Paar waren Rex und Katzler, beide passionierte Billiardspieler, die sich, Katzler übernahm die Führung, erst in den Esssaal zurück, und von diesem aus in das daneben gelegene Spielzimmer begaben. Das hier stehende, ziemlich vernachlässigte Billiard ward schon an die fünfzig Jahre alt und stammte noch aus des Vaters Zeiten her. Dubschlaff selbst machte sich nicht viel aus dem Spiel, aus Spiel überhaupt nicht, und interessierte sich, soweit sein Billiard in Betracht kam, nur für eine sehr nachgedunkelte Karoline, von der ein Berliner Besucher mal gesagt hatte, »Alle Wetter, Stechlin, wo haben Sie die her? Das ist ja die gelbste Karoline, die ich all mein Lebtag gesehen habe«, Worte, die damals solchen Eindruck auf Dubschlaff gemacht hatten, dass er seitdem ein etwas freundlicheres Verhältnis zu seinem Billiard unterhielt, und nicht ungern von seiner Karoline sprach. Das zweite Paar, das sich aus der Gemeinschaft abtrennte, waren Woldemar und Gundermann. Gundermann, wie alle an Kongestionen leidenden, fand es überall zu heiß und wies, als er ein paar Worte mit Woldemar gewechselt, auf die offenstehende Tür, »Es ist ein so schöner Abend, Herr von Stechlin, könnten wir nicht auf die Veranda hinaus treten?« »Aber gewiß, Herr von Gundermann, und wenn wir uns absintieren, wollen wir auch alles Gute gleich mitnehmen. Engelke, bring uns die kleine Kiste, du weißt schon.« »Ah, Kapital!« »So ein paar Züge, das schlägt nieder, besser als Sodawasser.« »Und dann ist es wohl auch schicklicher im Freien. Meine Frau, wenn wir zu Hause sind, hat sich zwar daran gewöhnen müssen und spricht höchstens mal von Paffen, na, das ist nicht anders, dafür ist man eben verheiratet, aber in einem fremden Hause, da fangen denn doch die Rücksichten an.« »Unser guter alter die Treppenstufen heran und sahen auf den kleinen Wasserstrahl, der auf dem Rundell entsprang.« »Immer, wenn ich den Wasserstrahl sehe,« fuhr Gundermann fort, »muss ich wieder an unseren guten alten Kortschädel denken.« »Nur auch hinüber.« »Nah, jeder muß mal.« »Und wenn irgendeiner seinen Platz da oben sicher hat, der hat ihn.« »Ehrenmann, doch und doch und loyal, bis auf die Knochen.« Rethmer war er nicht, war eigentlich immer ein Vorzug, und hat mit seiner Schwätzerei dem Staat kein Geld gekostet, aber er wußte ganz gut Bescheid, und unter vier Augen, ich habe Sachen von ihm gehört, großartig. Ich sage mir, solchen kriegen wir nicht wieder.« »Ach, das ist Schwarzseherei, Herr von Gundermann. Ich glaube, wir haben viele von ähnlicher Gesinnung, und ich sehe nicht ein, warum ist ein Mann wie Sie.« »Geht nicht.« »Warum nicht?« »Weil er Herr Papa kandidieren will.« »Und da muss ich zurückstehen. Ich bin ja ein Neuling, und die Stechlins waren hier schon. Nun gut, ich will das Letztere gelten lassen, und nur, was das Kandidieren meines Vaters angeht, ich denke mir, es ist noch nicht so weit. Vieles kann noch dazwischen kommen, und jedenfalls wird er schwanken. Aber nehmen wir mal an, es sei, wie Sie vermuten, in diesem Falle träfe doch gerade das zu, was ich mir soeben zu sagen erlaubt habe. Mein Vater ist in jeden Anbetracht ein treuer Gesinnungsgenosse Kortschädels, und wenn er an seine Stelle tritt, was ist da verloren? Die Lage bleibt dieselbe. Nein, Herr von Stechlin, nun, was ändert sich? Vieles, alles. Kortschädel ist in den großen Fragen unerbittlich, und ihr Herr Vater lässt mit sich reden. Ich weiß nicht, ob Sie da recht haben, aber wenn es so wäre, so wäre das doch ein Glück. Ein Unglück, Herr von Stechlin, wer mit sich reden lässt, ist nicht stramm, und wer nicht stramm ist, ist schwach, und Schwäche, die destruktiven Elemente haben dafür eine feine Fühlung, Schwäche ist immer Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie. Die vier anderen der kleinen Tafelrunde waren im Garten sondern zurückgeblieben, hatten sich aber auch zu zwei und zwei zusammengetan. In der einen Fensternische, so dass sie den Blick auf den mondbeschienenen Vorplatz und die draußen auf der Veranda auf- und abschreitenden beiden Herren hatten, saßen Lorenzen und Frau von Gundermann. Die Gundermann war glücklich über das Detatet, denn sie hatte wegen ihres jüngsten Sohnes allerhand Fragen auf dem Herzen oder bildete sich wenigstens ein, sie zu haben, denn eigentlich hatte sie für gar nichts Interesse, sie mußte bloß, richtige Berlinerin, die sie war, reden können. Ich bin so froh, Herr Pastor, dass ich nun doch einmal Gelegenheit finde. Gott, wer Kinder hatte, hat auch immer Sorgen. Ich möchte wegen meines Jüngsten so gerne mal mit ihnen sprechen, wegen meines Arthur. Rudolf hat mir keine Sorgen gemacht, aber Arthur, er ist nun jetzt eingesegnet, und sie haben ihm, Herr Prediger, den schönen Spruch mitgegeben, und der Junge hat auch gleich den Spruch auf einem großen weißen Bogen geschrieben, alle Buchstaben erst mit zwei Linien nebeneinander und dann dick ausgetuscht, es sieht aus wie ein Plakat, und diesen großen Bogen hat er sich in die Waschtoilette geklebt, und da mahnte sie ihn immer. Nun, Frau von Gundermann, dagegen ist doch nichts zu sagen. Nein, das will ich auch nicht, eher das Gegenteil, es hat ja doch was Rührendes, dass es einer so ernst nimmt, denn er hat zwei Tage daran gesessen, aber wenn ein solch junger Mensch es immer liest, so gewöhnt er sich daran, und dann ist ja auch wieder die Verführung da, Gott, dass man immer über solche Dinge reden muss, noch keine Stunde, dass ich mit dem Herrn Hauptmann über unseren Volontär Fehmeyer gesprochen habe, netter Mensch, und nun gleich wieder mit Ihnen, Herr Pastor, auch über so was, aber es geht nicht anders und dann sind ja doch auch wir verantwortlich für seine Seele. Lorenzen lächelte, gewiß, liebe Frau von Gundermann, aber was ist es denn, um was handelt es sich denn eigentlich? Ach, es ist an und für sich nicht viel und doch auch wieder eine recht ärgerliche Sache. Und da haben wir jetzt die Jüngste von unserem Schullehrer Brandt ins Haus genommen, ein hübsches Ball, rotbraun und ganz kraus, und Brandt wollte, sie solle bei uns angelernt werden. Nun, wir sind kein großes Haus, gewiß nicht, aber Mendel abnehmen und rumpräsentieren, und sie weiß, ob links oder rechts, so viel lernt sie am Ende doch. Gewiß, und die Frieda Brandt, die kenne ich ganz gut, die wurde jetzt gerade vor dem Jahr eingesegnet, und es ist, wie Sie sagen, ein allerliebstes Geschöpf und klug und aufgekratzt, ein bisschen zu sehr. Sie will zu Ostern nach Berlin. Wenn sie nur erst da wäre, mir tut es beinahe schon leid, dass ich ihr nicht gleich zugeredet, aber so geht es einem immer. Ist denn was vorgefallen? Vorgefallen, das will ich nicht sagen, er ist ja doch erst sechzehn und eine Dusche dazu, gerade wie sein Vater, der hat sich auch erst rausgemausert seit der Grau geworden, was beiläufig auch nicht gut ist. Und da komme ich nun gestern Vormittag die Treppe rauf und will dem Jungen sagen, dass er in den Donenstrich geht und nachsieht, ob Krammetsvögel da sind, und die Tür steht halb auf, was noch das Beste war, und das ehe ich, wie sie ihm eine Nase dreht und die Zungenspitze rausstreckt. Also sowas von spitzer Zunge habe ich mein Leben noch nicht gesehen, die reine Eva. Für die Potiphar ist sie mir noch zu jung. Und als ich nun dazwischen trete, da kriegte ja nur der arme Junge das Zittern, und weil ich nicht recht wusste, was ich sagen sollte, so ging ich bloß hin und klappte den Waschstischdeckel auf, wo der Spruch stand und sah ihn scharf an. Und da wurde er ganz blass. Aber das Balg lachte. Ja, liebe Frau von Gundermann, das ist so, Jugend hat keine Tugend. Ich weiß doch nicht, ich bin auch einmal jung gewesen. Ja, Damen. Während Frau von Gundermann in ihrem Gespräch in der Fensternische mit derartigen Intimitäten kam und den guten Pastor Lorenzen abwechselnd in Verlegenheit und dann auch wieder in stille Heiterkeit versetzte, hatte sich Dubslav mit Hauptmann von Tschakko in eine schrägliche, überlegene Ecke zurückgezogen, wo eine altmodische Goseuse stand mit einem Marmortischchen davor. Auf dem Tische zwei Kaffeetassen samt aufgeklapptem Likörkasten, aus dem Dubslav eine Flasche nach der anderen herausnahm. Jetzt, wenn man vom Tisch kommt, muss es immer Kognak sein, aber ich bekenne Ihnen, lieber Hauptmann, ich mache die Mode nicht mit. Wir aus der alten Zeit, wir waren immer ein bisschen für Süße. Crème de Cacao, na natürlich, das ist Damen-Schnaps, davon kann ich eine Rede sein, aber Pomeranzen hier, wie Sie jetzt sagen, Curaçao, das ist mein Fall. Darf ich Ihnen eins schenken? Oder vielleicht lieber Danziger Goldwasser, kann ich übrigens auch empfehlen. Dann bitte ich um Goldwasser. Es ist doch schärfer, und dann bekenne ich Ihnen offen, Herr Major, Sie kennen ja unsere Verhältnisse, so ein bisschen Goldheimelt einen immer an, man hat keins, und dabei doch zugleich die Vorstellung, dass man es trinken kann. Es hat eigentlich etwas Großartiges. Dubslav nickte, schenkte von dem Goldwasser ein, erst für Caco, dann für sich selbst, und sagte, bei Tisch habe ich die Damen leben lassen, und Frau von Gundermann im Speziellen. Hören Sie, Hauptmann, Sie verstehen's, diese Ratten-Geschichte. Vielleicht war das ein bisschen zu viel, ich, ich, keineswegs, und dann, Sie waren ja ganz unschuldig, die Gnädige fing ja davon an, erinnern Sie sich, Sie verliebte sich ordentlich in die Geschichte von den Rindsteinbohnen, und wie sie darauf rumgetrampelt, bis die Ratten rauskamen, ich glaube sogar, sie sagte Biester, aber das schadet nicht, das ist so Berliner Stil, und unsere Gnädige hier, beiläufig eine geborene Helfrich, ist eine Vollblutberlinerin. Ein Wort, das mich doch einigermaßen überrascht. Ah, drohte Dubslav schelmisch mit dem Finger, ich verstehe, sie sind einer gewissen Unausreichendheit begegnet, und verlangen mindestens mehr Quadrat, von Kubik will ich nicht sprechen, aber wir von Adel müssen in diesem Punkt jedoch ziemlich milde sein, und ein Auge zudrücken, wenn das das richtige Wort ist. Unser eigenstes Vollblut bewegt sich auch in Extremen, und hat einen linken und einen rechten Flügel, der Linke nähert sich unserer Geborenen Helfrich. Übrigens unterhaltliche Madame, und wie beseligt sie war, als sie den Namenszug auf ihrer Achselklappe glücklich entdeckt und damit den Anmarsch auf die Münzstraße gewonnen hatte, was es doch alles für Lokalpatriotismen gibt. An dem unser Regiment teilnimmt oder ihn mitmacht. Die Welt um den Alexanderplatz herum hat übrigens zu ihren eigenen Zauber, schon um einer gewissen Unresidenzlichkeit willen, ich sehe nichts lieber als die große Markthalle, wenn beispielsweise die Fischtollen mit fünfhundert Aalen in die Netze gegossen werden, etwas Unglaubliches von Gezappel. Finde mich darin ganz zurecht und bin auch für Alexanderplatz und Alexanderkaserne samt allem, was dazugehört. Und so breche ich denn auch die Gelegenheit von Zaun, um nach einem ihrer früheren Regimentskommandeure zu fragen, dem liebenswürdigen Obersten von Zäuner, den ich noch persönlich gekannt habe. Hier unsere Stechliner Gegend ist nämlich Zäuner Gegend. Keine Stunde von hier liegt Köpernitz, eine reizende Besitzung, darauf die Zäunersche Familie schon in fridrizianischen Tagen ansässig war. Bin oft drüben gewesen, nun freilich auch schon zwanzig Jahre zurück, und komme noch einmal mit der Frage, haben Sie den Obersten noch gekannt? Nein, Herr Major, er war schon fort, als ich zum Regimente kam, aber ich habe viel von ihm gehört und auch von Köpernitz, weiß aber freilich nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Schade, dass Sie nur einen Tag für Stechlin festgesetzt haben, sonst müssen Sie das gut sehen. Alles ganz eigentümlich, und besonders auch ein Grabstein, unter dem eine uralte Dame von beinahe neunzig Jahren begraben liegt, eine Geborene von Zäuner, die sich in früher Jugend schon mit einem Emigranten am Rheinsberger Hof, mit dem Grafen Laroche-Aimont, vermailt hatte, merkwürdige Frau, von der ich Ihnen erzähle, wenn ich Sie mal wieder sehe. Nur eins müssen Sie heute schon mit anhören, denn ich glaube, Sie haben den Gustus dafür. Für alles, was Sie erzählen, keine Schmeicheleien, aber die Geschichte will ich Ihnen doch als Andenken mitgeben. Andere schenken sich Fotografien, was ich, selbst wenn es hübsche Menschen sind, ein Fall, der übrigens selten zutrifft, immer greulich finde. Schenke nie welche. Was meine Gefühle für Sie steigert. Aber die Geschichte. Da war also drüben in Köpernitz diese Laroche-Aimont, weil sie noch die Prinz Heinrich Tage gesehen und während derselben eine Rolle gespielt hatte, so zählte sie zu dem besonderen Lieblingen Friedrich Wilhelms des Vierten. Und nun, sagen wir ums Jahr 50, der Zufall es fügte, dass dem zur Jagd hier erschienen König das Köpernitzer Frühstück, ganz besonders aber eine Blut- und Zungenwurst, über die Maßen gut geschmeckt hatte, so wurde diese Veranlassung für die Gräfin am nächsten Heiligabend eine ganze Kiste voll Würste nach Potsdam hin in die königliche Küche zu liefern. Und es ging so durch Jahre. Da beschloß zuletzt der gute König, sich für all die gute Gabe zu revanchieren. Und als wieder Weihnachten war, traf in Köpernitz ein Postpaket ein. Inhalt eine zierliche kleine Blutwurst. Und zwar war es ein wunderschöner, rundlicher Blutkarniol mit Goldspeilerchen an beiden Seiten und die Speilerchen selbst mit Diamanten besetzt. Und neben diesem Geschenk lag ein Zettelchen Wurst, wieder Wurst. Allerliebst. Mehr als das, ich persönlich ziehe solchen guten Einfall einer guten Verfassung vor. Der König, glaube ich, auch. Und es denken heute noch viele so. Gewiß, Herr Major, es denken auch heute noch viele so. Und bei dem schwanke Zustand, in dem ich mich leider befinde, sind meine persönlichen Sympathien gelegentlich nicht weit ab davon. Aber ich fürchte doch, dass wir mit dieser unserer Anschauung sehr in der Minorität bleiben. Werden wir, aber Vernunft ist immer nur bei wenigen. Es wäre das Beste, wenn ein einziger alter Fritzenverstand die ganze Geschichte regulieren könnte. Freilich braucht ein solcher oberster Wille auch seine Werkzeuge. Die haben wir aber noch in unserem Adel, in unserer Armee und speziell auch in ihrem Regiment. Während der Alte diesen Trumpf ausspielte, kam Engelke, um ein paar neue Tassen zu präsentieren. Nein, nein, Engelke, wir sind schon weiter, aber stell nur hin. In ihrem Regiment, sage ich ja von Tschakko, schon sein Name bedeutet ein Programm und dieses Programm heißt Russland. Heutzutage darf man freilich kaum noch davon reden, aber das ist Unsinn. Und ich sage Ihnen, Hauptmann, das waren Preußens beste Tage, als da bei Potsdam herum die russische Kirche und das russische Haus gebaut wurden und als es immer hin und her ging zwischen Berlin und Petersburg. Ihr Regiment, Gott sei Dank, unterhält noch was von den alten Beziehungen und ich freue mich immer, wenn ich nur davon lese und vor allem, wenn ein russischer Kaiser kommt und ein Doppelposten vom Regiment Alexander vor seinem Balle steht. Und noch mehr freue ich mich, wenn das Regiment Deputationen schickt, Georgsfest, Namestag des Hohen Chefs oder wenn es sich bloß um Uniformabänderungen handelt, beispielsweise Klappkragen statt Stehkragen, diese verdammten Stehkragen, und wie dann der Kaiser alle begrüßt und zur Tafel zieht und so bei sich denkt, ja, ja, das sind brave Leute, da hab ich meinen Halb. Tschakko nickte, war aber doch in sichtlicher Verlegenheit, weil er trotz seiner vorher versicherten Sympathien ein ganz moderner, politisch stark angekränketer Mensch war, der bei strammer Dienstlichkeit zu all der gleichen Überspanntheiten ziemlich kritisch stand. Der alte Dubslav nahm indessen von alledem nichts wahr und fuhr fort. Und sehen Sie, lieber Hauptmann, so hab ich's persönlich in meinen jungen Jahren auch noch erlebt und vielleicht noch ein bisschen besser, denn Pardon, jeder hält seine Zeit für die Beste, vielleicht sogar, dass Sie mir zustimmen, wenn ich Ihnen mein Sprüchel erst ganz hergesagt haben werde. Da haben wir ja nun jenseits des Njemen, wie manche Gebildete jetzt sagen, die drei Alexander gehabt, den ersten, den zweiten und den dritten, alle drei große Herren und alle drei richtige Kaiser und fromme Leute oder doch beinah fromm, die's gut mit ihrem Volk und mit der Menschheit meinten und dabei selber richtige Menschen. Aber in dies Alexandertum, das so beinah das ganze Jahrhundert ausfühlt, da schiebt sich doch noch einer, ein Nicht-Alexander, und ohne Ihnen nahe treten zu wollen, der war doch der Häupter. Das war unser Nikolaus. Manche dummen Kerle haben Spottlieder auf ihn gemacht und vom schwarzen Niklas gesungen, wie man Kinder mit dem schwarzen Mann graulich macht. Aber das war ein Mann. Und dieser selbige Niklaus, nun, der hatte hier, ganz wie die drei Alexander, auch ein Regiment, und das waren die Nikolaus-Kürassiere, oder sage ich lieber, das sind die Nikolaus-Kürassiere, denn wir haben sie Gott sei Dank noch. Und sehen Sie, lieber Czako, das war mein Regiment. Dabei hab ich gestanden, als ich noch ein junger Tags war, und habe dann den Abschied genommen, viel zu früh, Dummheit, hätte lieber dabei bleiben sollen. Czako nickte, Dubslav nahm ein neues Glas von dem Goldwasser. Unsere Nikolaus-Kürassiere, Gott, erhalte Sie, wie Sie sind. Ich möchte sagen, in dem Regimente lebt noch die heilige Allianz fort, die Waffenbrüderschaft von Anno 13. Und dies Anno 13, das wir mit den Russen zusammen durchgemacht haben, immer nebeneinander im Piwak in Glück und Unglück, das war doch unsere größte Zeit. Größer als die jetzt große. Große Zeit ist es immer nur, wenn's beinahe schief geht und man jeden Augenblick fürchten muß, jetzt ist alles vorbei. Da zeigt sich, Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser. Ausdauer, das ist die Hauptsache. Nichts im Leibe, nichts auf dem Leibe, Hunde, Kälte, Regen und Schnee, so daß man in der natzen Patsche liegt und höchstens ein Kornus. Gognac, da hast du was, das gab's damals noch kaum, und so die Nacht durch, da konnte man Jesum Christum kennenlernen. Ich sage das, wenn ich auch nicht mit dabei gewesen, Anno 13 bei Großgörschen, das war für uns die richtige Waffenbrüderschaft. Jetzt haben wir die Waffenbrüderschaft, der Orgeldreher und der Mausfallenhändler. Ich bin für Russland, für Niklaus und Alexander, Preobraschentz, Xemenow, Kaluga, da hat man die richtige Anlehnung. Alles andere ist revolutionär, und was revolutionär ist, das wackelt. Kurz vor elf, der Mond war inzwischen unter, brach man auf, und die Wagen fuhren vor, erst der katzlische Kaläsch wagen, dann die Gundermannsche Schäes. Martin aber, mit einer Stalllaterne, leuchtete dem Pastor über Vorhof und Polenbrücke fort, bis an seine ganz im Dunkel liegende Pfarre. Gleich darauf zogen sich auch die drei Freunde zurück, und stiegen unter Vorantritt Engelkes die große Treppe hinauf, bis auf den Podest. Hier trennten sich auch Rex und Chaco von Voldemar, dessen Zimmer auf der anderen Flurseite gelegen war. Chaco, sehr müde, war ihm nu bettfertig. Es bleibt also dabei, Rex, sie logieren sich in dem Rokoko-Zimmer ein, wir wollen es ohne weiteres so nennen, und ich nehme das Himmelbett hier im Zimmer Nummer eins, vielleicht wäre das Umgekehrte richtiger, aber sie haben es so gewollt. Richtig, so wirkt er auch. Und nun gar erst die Frau. Der Einzige, der sich sehen lassen konnte, war dieser Katzler. Ein Karambolspieler ersten Ranges, übrigens Eisernes Kreuz. Und dann der Pastor. Nun ja, auch der, eine ganz gescheite Nummer, aber doch ein wunderbarer Heiliger, wie die ganze Sippe, zu der er gehört. Er hält zu Stöcker, sprach es auch aus, was neuerdings nicht jeder tut. Aber der neue Luther, der doch schon gerade bedenklich genug ist, Majestät hat ganz recht mit seiner Verurteilung, der geht ihm gewiss nicht weit genug. Dieser Lorenzen erscheint mir im Gegensatz zu seinen Jahren als einer der allerjüngsten. Und zu verwundern bleibt nur, dass der Alte so gut mit ihm steht. Freund Woldemar hat mehr davon erzählt. Der Alte liebt ihn und sieht nicht, dass ihm sein geliebter Pastor den Ast absägt, auf dem er sitzt. Ja, diese von der neuesten Schule, das sind die allerschlimmsten. Immer Volk und Wiedervolk und mal auch etwas Christus dazwischen. Aber ich lasse mich nicht so leicht hinters Licht führen. Es läuft alles darauf hinaus, dass Sie mit uns aufräumen wollen und mit dem alten Christentum auch. Sie haben ein neues und das Überlieferte behandeln Sie despektierlich. Könne ich Ihnen unter Umständen nicht verdenken. Seien Sie gut, Rex. Und lassen Sie Konventikel und Partei mal beiseite. Das Überlieferte, was einem da so vor die Klinge kommt, namentlich, wenn Sie sich die Menschen ansehen, wie sie nun mal sind, ist doch sehr reparaturbedürftig. Und auf solche Reparatur ist ein Mann wie dieser Lorenzen eben aus. Machen Sie die Probe, hi Lorenzen, hi Gundermann. Und Ihren guten Glauben in Ehren, aber Sie werden diesen Gundermann doch nicht über den Lorenzen stellen und ihn überhaupt nur ernsthaft nehmen wollen. Und wie dieser Wassermüller aus der Brett-Schneidebranche, so sind die meisten. Phrase, Phrase, mitunter auch Geschäft oder noch Schlimmeres. Ich kann jetzt nicht antworten, Jocko. Was Sie da sagen, berührt eine große Frage, bei der man doch aufpassen muß, und so mit dem Messer in der Hand, da verbietet sich's. Und das eine wackelige Licht hat ohnehin schon einen Dieb. Erzählen Sie mir lieber was von der Frau von Gundermann. Debattieren kann ich nicht mehr, aber wenn Sie plaudern, brauch ich bloß zuzuhören. Sie haben ihr ja bei Tisch einen langen Vortrag gehalten. Ja, und noch dazu über Ratten. Nein, Jocko, davon dürfen Sie jetzt nicht sprechen, dann doch lieber über alten und neuen Glauben. Und gerade hier, in solchem alten Kasten ist man nie sicher vor Spuk und Ratten. Wenn Sie nichts anderes wissen, dann bitte ich um die Geschichte, bei der wir heute früh in Krimmen unterbrochen wurden. Es schien mir was Bekanntes. Ach, die Geschichte von der kleinen Stuppe. Ja, hören Sie, Rex, das regt Sie aber auch auf. Und wenn man nicht schlafen kann, ist es am Ende gleich, ob wegen der Ratten oder wegen der Stuppe. Ende des vierten Kapitels Theodor Fontane Der Stechlin Fünftes Kapitel Rex und Jocko waren so müde, dass sie sich, wenn nötig, über Spuk und Ratten weggeschlafen hätten. Aber es war nicht nötig, nichts war da, das hätte stören können. Kurz vor acht erschien das alte Faktotum mit einem silbernen Deckelkrug, aus dem der Rasen heißen Wassersaufstieg, einem der wenigen Renommierstücke, über die Schloss Stechlin verfügte. Dazu bot Engelke dem Herrn einen guten Morgen und stattete seinen Wetterbericht ab, es gebe gewiss einen schönen Tag, und der junge Herr sei auch schon auf und gehe mit dem Alten um das Rundell herum. So war es denn auch, Woldemar war schon gleich nach Sieben unten im Salon erschienen, um mit seinem Vater, von dem er wußte, dass er ein Frühauf war, ein Familiengespräch über allerhand diffizile Dinge zu führen. Aber er war entschlossen, seinerseits nicht damit anzufangen, sondern alles von der Neugier und dem guten Herzen des Vaters zu erwarten, und darin sah er sich auch nicht getauscht. Ah, Woldemar, das ist recht, dass du schon da bist, nur nicht so lang im Bett, die meisten Langschläfer haben einen Knacks, es können aber sonst ganz gute Leute sein, ich wette, dein Freund Rex schläft bis neun. Nein, Papa, der gerade nicht, wer wie Rex ist, kann sich das nicht gönnen, der hat nämlich einen Verein gegründet für Frühgottesdienste, abwechselnd in Schönhausen und Finkenkrug, aber es ist noch nicht perfekt geworden. Freut mich, dass es noch hapert, ich mag so was nicht. Der alte Wilhelm hat zwar seinem Volk die Religion wiedergeben wollen, was ein schönes Wort von ihm war, alles, was er tat, war gut, aber Religion und Landpartie dagegen bin ich doch, ich bin überhaupt gegen alle falschen Mischungen, auch bei den Menschen. Die reine Rasse, das ist das eigentlich legitime, das andere, was sie nebenher noch Legitimität nennen, das ist schon alles mehr künstlich. Sage, wie steht es denn eigentlich damit, du weißt schon, was ich meine? Ja, Papa, nein, nicht so, nicht immer bloß Ja, Papa, so fängst du jedes Mal an, wenn ich auf dies Thema komme, da liegt schon ein halber Rüffü drin, oder ein Hinausschieben, ein Abwarten wollen, und damit kann ich mich nicht befreunden. Du bist jetzt 32, oder doch beinah, da muss der mit der Fackel kommen, aber du fackelst, verzeiht den Kalauer, ich bin eigentlich gegen Kalauer, die sind zu mir für Handlungsreisende, also du fackelst, sag ich, und ist kein Ernst dahinter, und so viel kann ich dir außerdem sagen, deine Tante Sanktissima, drüben in Kloster Woods, die wird auch schon ungeduldig, und das sollte dir zu denken geben, mich hat sie zeitlebenschlecht behandelt, wir stimmten eben nie zusammen, und konnten auch nicht, denn so halb Königin Elisabeth, halb Kaffeeschwester, das ist ne Melange, mit der ich mich nie habe befreunden können. Ihr drittes Wort ist immer ihr Rentmeister fix, und wäre sie nicht sechsundsiebzig, so erfänd ich mir eine Geschichte dazu. Mach es gnädig, Papa, sie meint es ja doch gut, und mit mir nun schon ganz gewiß. Gnädig machen, ja, Woldemar, ich will es versuchen, nur fürchte ich, es wird nicht viel dabei herauskommen, da heißt es immer, man solle Familiengefühl haben, aber es wird einem doch auch Blut sauer gemacht, und ich kann umgekehrter Versuchung nicht widerstehen, eine richtige Familienkritik zu üben, Adelheid fordert sie geradezu heraus, andererseits freilich, in dich ist sie wie vernarrt, und für dich hat sie Geld und Liebe, was davon wichtiger ist, stehe dahin, aber so viel ist gewiß, ohne sie wäre es überhaupt gar nicht gegangen, ich meine, dein Leben in deinem Regiment. Also, wir haben ihr zu danken, und weil sie das gerade so gut weiß wie wir, oder vielleicht noch ein bisschen besser, gerade deshalb wird sie ungeduldig, sie will Taten sehen, was vom Weiberstandpunkt aus allemal so viel heißt wie Verheiratung, und wenn man will, kann man es auch so nennen, ich meine Taten, es ist und bleibt ein Heroismus. Wer Tante Adelheid geheiratet hätte, hätte sich die Tapferkeitsmedaie verdient, und wenn ich schändlich sein wollte, so sagte ich das eiserne Kreuz. Ja, Papa, schon wieder ja, Papa, nun, meinetwegen, ich will dich schließlich in einer Lieblingswendung nicht stören, aber bekenne mir nebenher, denn das ist doch schließlich das, um was sich's handelt. Liegst du mit was im Anschlag, oder hast du was auf dem Korn? Papa, diese Wendungen erschrecken mich beinahe, aber wenn denn schon so jägermäßig gesprochen werden soll, ja, meine Wünsche haben ein bestimmtes Ziel, und ich darf sagen, mich beschäftigen diese Dinge. Mich beschäftigen diese Dinge, nimm mir's nicht übel, Woldemar, das ist ja gar nichts, beschäftigen. Ich bin nicht fürs Poetische, das ist für Gouvernanten und arme Lehrer, die nach Görmersdorf müssen, bloß, dass sie meistens kein Geld dazu haben, aber diese Wendung, sich beschäftigen, das ist mir denn doch zu prosaisch, wenn es sich um solche Dinge wie Liebe handelt, obwohl ich über Liebe nicht viel günstiger denke, wie über Poesie, bloß, dass Liebe doch noch mehr Unheil anrichtet, weil sie noch allgemeiner auftritt. Wenn es sich um Dinge wie Liebe handelt, so darf man nicht sagen, ich habe mich damit beschäftigt. Liebe ist doch schließlich immer was Forsches, sonst kann sie sich ganz und gar begraben lassen, und da möchte ich denn doch etwas von dir hören, was ein bißchen wie Leidenschaft aussieht. Es braucht ja nicht gleich was Schreckliches zu sein, aber so ganz ohne Stimulus, wie man, glaube ich, jetzt sagt, so ganz ohne so was geht es nicht. Alle Menschheit ist darauf gestellt, und wo's einschläft, ist so gut wie alles vorbei. Nun weiß ich zwar recht gut, es geht auch ohne uns, aber das ist doch alles bloß etwas, was einem von Verstandes wegen aufgezwungen wird, das egoistische Gefühl, das immer Unrecht, aber auch immer Recht hat, will von dem allem nichts wissen und besteht darauf, daß die Stechline weiterleben, wenn es sein kann, in aeternum, ewig weiterleben, ich räume ein, es hat ein bißchen was komisches, aber es gibt wenig ernste Sachen, die nicht doch eine komische Seite hätten. Also, dich beschäftigen diese Dinge, kannst du Namen nennen, auf wen haben eurer Hoheit Augen zu ruhen geruht. Papa, Namen darf ich noch nicht nennen, ich bin meiner Sache noch nicht sicher genug, und das ist auch der Grund, warum ich Wendungen gebraucht habe, die dir nüchtern und prosaisch erschienen sind, ich kann dir aber sagen, ich hätte mich lieber anders ausgedrückt, nur darf ich es noch nicht, und dann weiß ich ja auch, dass du selber einen abergläubischen Zug hast und ganz aufrichtig davon ausgehst, dass man sich sein Glück verreden kann, wenn man zu früh oder zu viel davon spricht. Brav, brav, das gefällt mir, so ist es. Wir sind immer von neidischen und boshaften Wesen mit Fuchsschwänzen und Fledermausflügeln umstellt, und wenn wir renommieren oder sicher tun, dann lachen sie, und wenn sie erst lachen, dann sind wir schon so gut wie verloren. Mit unserer eigenen Kraft ist nichts getan, ich habe nicht den Grashalm sicher, den ich hier ausreiße. Demut, Demut, aber trotzdem komme ich dir mit der naiven Frage, denn man widerspricht sich in einem Fort, ist es was Vornehmes, was Big Finees? Big Fine, Papa, will ich nicht sagen, aber vornehm, gewiß. Na, das freut mich, falsche Vornehmheit, das ist mir ein Gräuel, aber richtige Vornehmheit, à la Bonheur, sage mal, vielleicht was vom Hofe? Nein, Papa, na, desto besser. Aber da kommen ja die Herren, der Rex sieht wirklich verdeufelt gut aus, ganz das, was sie früher einen Gardeassessor nannten, und Fromm, sagst du, wird also wohl Carriere machen, Fromm ist wie nur untergelegte Hand. Während dieser Worte stiegen Rex und Czako die Stufen zum Garten hinunter und begrüßten den Alten. Er erkundigte sich nach ihren nächtlichen Schicksalen, freute sich, dass sie durchgeschlafen hätten und nahm dann Czakos Arm, um vom Garten her auf die Veranda, wo Engelke mittlerweile unter der großen Markise den Frühstückstisch hergerichtet hatte, zurückzukehren. Darf ich bitten, Herr von Rex? Und er wies auf einen Gartenstuhl ihm gerade gegenüber, während Woldemar und Czako links und rechts neben ihm Platz nahmen. Ich habe neuerdings den Tee eingeführt, das heißt nicht obligatorisch, im Gegenteil, ich persönlich bleibe lieber bei Kaffee, schwarz wie der Teufel, süß wie die Sünde, heiß wie die Hölle, wie bereits Dalléran gesagt haben soll, aber pardon, dass ich Sie mit so etwas überhaupt noch belästige. Schon mein Vater sagte mal, ja, wir auf dem Lande, wir haben immer noch die alten Wiener Kongresswitze, und das ist nun schon wieder ein menschenalter her. Ach, diese alten Kongresswitze, sagte Rex verbindlich, ich möchte mir die Bemerkung erlauben, Herr Major, dass diese alten Witze besser sind als die neuen, und kann auch kaum anders sein, den wir waren, denn die Verfasser von damals, Dalléran, den Sie schon genannt haben, und Wilhelm von Humboldt und Friedrich Gänz und ihresgleichen. Ich glaube, dass das Metier seitdem sehr herabgestiegen ist. Ja, herabgestiegen ist alles, und es steigt immer weiter nach unten, das ist, was man neue Zeit nennt, immer weiter runter. Und mein Pastor, den Sie ja gestern Abend kennengelernt haben, der behauptet sogar, das sei das Wahre, das sei das, was man Kultur nenne, das immer weiter nach unten gestiegen würde. Die aristokratische Welt habe abgewirtschaftet und nun komme die demokratische. Sonderbare Worte für einen Geistlichen, sagte Rex, für einen Mann, der doch die durch Gott gegebenen Ordnungen kennen sollte. Duxlaw lachte, Ja, das bestreitet er ihnen, und ich muss bekennen, es hat manche für sich, trotzdem es mir nicht recht passt. Im Übrigen, wir werden ihn, ich meine den Pastor, ja wohl noch beim zweiten Frühstück sehen, wo Sie dann Gelegenheit nehmen können, sich mit ihm persönlich darüber auseinander zu setzen. Er liebt solche Gespräche, wie Sie wohl schon gemerkt haben, und hat eine kleine Lutherneigung, sich immer auf das jetzt Übliche, hier steh ich, ich kann nicht anders auszuspielen. Mitunter sieht es wirklich so aus, als ob wieder eine gewisse Märtyrerlust in die Menschen gefahren wäre, bloß ich trau dem Frieden noch nicht so recht. Ich auch nicht, bemerkte Rex, meistens Renommisterei. Nein, nein, sagte Czako, da hab ich doch noch diese letzten Tage von einem armen russischen Lehrer gelesen, der unter die Soldaten gesteckt wurde, sie haben ja jetzt auch so was wie allgemeine Dienstpflicht, und dieser Mensch, der Lehrer, hat sich geweigert, eine Flinte loszuschießen, weil das bloß Vorschule sei zu Mord und Totschlag, also ganz und gar gegen das fünfte Gebot. Und dieser Mensch ist sehr gequält worden, und zuletzt ist er gestorben. Wollen Sie das auch Renommisterei nennen? Gewiss will ich das. Herr von Rex, sagte Dubslav, sollten Sie dabei nicht zu weit gehen, wenn sich's um Sterben handelt, da hört das Renommieren auf. Aber diese Sache, von der ich übrigens auch gehört habe, hat einen ganz anderen Schlüssel, das liegt nicht an der allgemein gewordenen Renommisterei, das liegt am Lehrerturm, alle Lehrer sind nämlich verrückt. Ich habe hier auch einen, an dem ich meine Studien gemacht habe, heißt Krippenstapel, was allein schon was sagen will. Er ist gerade um ein Jahr älter als ich, also runde siebenundsechzig, und eigentlich ein Prachtsexemplar, jedenfalls ein vorzüglicher Lehrer, aber verrückt ist er doch. Das sind sie alle, sagte Rex, alle Lehrer sind ein Schrecknis, wir im Kultusministerium können ein Lied davon singen, diese A.B.C. Pauker wissen alles, und seitdem anno der unsinnige Satz in Mode kam, der preußische Schulmeister habe die Österreicher geschlagen, nicht meinerseits würde lieber dem Zündnadelgewehr oder dem alten Steinmetz, der alles nur kein Schulmeister war, den Preis zu erkennen. Seitdem ist es vollends mit diesen Leuten nicht mehr auszuhalten. Herr von Stechlin hat eben von einem der Humboldts gesprochen. Nun, an Wilhelm von Humboldt trauen sie sich noch nicht recht heran, aber was Alexander von Humboldt konnte, das können sie nun schon lange. Da treffen sie's, Herr von Rex, sagte Dubslav, genau so ist meiner auch. Ich kann nur wiederholen, ein vorzüglicher Mann, aber er hat den Prioritätswahnsinn. Wenn Koch das Heilserum erfindet oder Edison ihnen auf fünfzig Meilen eine Oper vorspielt, mit Getrampeln und Händeklatschen dazwischen, so weist ihnen ein Krippenstapel nach, das etwas vor dreißig Jahren auch schon mit sich herumgetragen habe. Ja, so sind sie alle. Übrigens, aber darf ich Ihnen nicht noch von diesem gebackenen Schinken vorlegen? Übrigens mannt mich Krippenstapel daran, dass die Feststellung eines Vormittagsprogramms wohl an der Zeit sein dürfte. Krippenstapel ist nämlich der geborene Ciccaroli dieser Gegenden und durch Woldemar weiß ich bereits, dass sie uns die Freude machen wollen, sich um Stechlin und Umgebung ein klein wenig zu kümmern. Dorf, Kirche, Wald, See, um den See natürlich am meisten, denn der ist unsere Pieße de Résistance. Das andere gibt es woanders auch, aber der See, Lorenzen erklärt ihn außerdem noch für einen richtigen Revolutionär, der gleich mitrumort, wenn irgendwo was los ist. Und es ist auch wirklich so. Mein Pastor aber sollte beiläufig bemerkt so was lieber nicht sagen. Das sind so Geistreichigkeiten, die leicht übel vermerkt werden. Ich persönlich laß es laufen. Es gibt nichts, was mir so verhaßt wäre wie Polizeimaßregeln oder einem Menschen, der gern ein freies Wort spricht, die Kehle zuzuschnüren. Ich rede selber gern, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und verplauderst dich dabei, sagte Woldemar, und vergißt zunächst unser Programm. Um spätestens zwei müssen wir fort, wir haben also nur noch vier Stunden, und Glupso, ohne dass es nicht gehen wird, ist weit und kostet uns wenigstens die Hilfe davon. Alles richtig, aber dazu das Menü, meine Herren. Ich denke mir die Sache so. Erst, da gleich hinter dem Buchsbaum gange, Besteigung des Aussichtsturms, noch eine Anlage von meinem Vater her, die sich nach Ansicht der Leute hervor dem umfiel es schöner ausnahm als jetzt. Damals waren nämlich noch lauter bunte Scheiben da oben, und alles, was man sah, sah rot oder blau oder orange Farben aus. Und alle Welt war unglücklich, als sich diese bunten Gläser wegnehmen ließ. Ich empfand es aber wie eine Naturbeleidigung, grün ist grün, und Wald ist Wald. Also, Nummer 1 der Aussichtsturm, Nummer 2 Krippenstapel und die Schule, Nummer 3 die Kirche samt Kirchhof, Pfarrer schenken wir uns, dann Wald und See, und dann Globso, wo sich eine Glasindustrie befindet. Und dann wieder zurück und zum Abschluss ein zweites Frühstück, eine altmodische Bezeichnung, die mir aber trotzdem immer besser klingt als Lunch. Zweites Frühstück hat etwas ausgesprochen Behagliches und gibt zu verstehen, dass man ein erstes schon hinter sich hat. Woldemar, das ist mein Programm, das ich dir als einem Eingeweihten hier mitunter breite. Ja oder nein? Natürlich ja, Papa, du triffst dergleichen immer am besten. Ich meinerseits mache aber nur die erste Hälfte mit, wenn wir in der Kirche fertig sind, muss ich zu Lorenzen. Krippenstapel kann mich ja mehr als ersetzen, und in Globso weiß er all und jedes. Er spricht, als ob er Glasbläser gewesen wäre. Darf dich nicht wundern, dafür ist der Lehrer im Allgemeinen und Krippenstapel im Besonderen. So war denn also das Programm festgestellt, und nachdem Dubslav mit Engelkes Hilfe seinen noch ziemlich neuen weißen Filzhut, den er sehr schonte, mit einem votanartigen schwarzen Filzhut vertauscht und einen schweren Eichenschlok in die Hand genommen hatte, brach man auf, um zunächst auf den als erste Sehenswürdigkeit festgesetzten Aussichtsturm hinaufzusteigen. Der Weg dahin keine hundert Schritte führte durch einen sogenannten Poetensteig. Ich weiß nicht, sagte Dubslav, warum meine Mutter diesen etwas anspruchsvollen Namen hier einführte, so viel mir bekannt, hat sich hier niemals etwas betreffen lassen, was zu dieser Rangerhöhung einer ehemaligen Taxushecke hätte Veranlassung geben können, und ist auch recht gut so. Warum gut, Papa? Nun, nimm mir's nicht übel, lachte Dubslav, du sprichst ja, wie wenn du selber einer wärst. Im Übrigen räume ich dir ein, dass ich kein rechtes Urteil über derlei Dinge habe, bei den Kürassieren war keiner, und ich habe überhaupt nur einmal einen gesehen, mit einem kleinen Verdruss und einer Goldbrille, die er beständig abnahm und putzte, natürlich bloß ein Männchen, klein und eitel, aber sehr elegant. »Elegant«, fragte Giacco, »dann stimmt es nicht, dann haben sie so gut wie keinen gesehen.« Unter diesem Gespräche waren sie bis an den Turm gekommen, der in mehreren Etagen und zuletzt auf bloßen Leitern anstieg. Man musste schwindelfrei sein, um gut hinaufzukommen, oben aber war es wieder gefahrlos, weil eine feste Wandung das Podium umgab. Rex und Giacco hielten Umschau, nach Süden hin lag das Land frei, nach den drei anderen Seiten hin aber war alles mit Waldmassen bedeckt, zwischen denen gelegentlich die sich hier auf weite Meilen hinziehende Seenkette sichtbar wurde. Der nächste See war der Stechlin. »Wo ist denn nun die Stelle?« fragte Giacco, »natürlich die, wo's sprudelt und strudelt.« »Sehen Sie die kleine Buchtung da mit der weißen Steinbank?« »Jawohl, ganz deutlich.« »Nun, von dieser Steinbank aus keine zwei Bootslängen in den See hinein, da haben Sie die Stelle, die, wenn's sein muss, mit Java telefoniert.« »Ich geb was drum,« sagte Giacco, wenn jetzt der Hahn zu krähen anfinge. »Diese kleine Aufmerksamkeit muß ich Ihnen leider schuldig bleiben und habe überhaupt danach rechts hin nichts anderes mehr für Sie als die roten Ziegeldächer, die sich zwischen dem Waldrand und dem See wie an einem Bollwerk hinziehen. Das ist die Kolonie Globso, da wohnen die Glasbläser. Und dahinter liegt die Glashütte. Sie ist noch unter dem alten Fritzen entstanden und heißt die grüne Glashütte. Die grüne, das klingt dabei nahe wie aus einem Märchen, ist aber eher das Gegenteil davon, sie heißt nämlich so, wenn man da grünes Glas macht, allergewöhnlichstes Flaschenglas. An Rubinglas mit Goldrand dürfen Sie hier nicht denken, das ist nicht für unsere Gegend. Und damit kletterten sie wieder hinunter und traten nach Passierung des Schlossvorhofs auf den quadratischen Dorfplatz hinaus, an dessen einer Ecke die Schule gelegen war. Es musste die Schule sein, das sah man an den offenstehenden Fenstern und den Alphen davor, und als die Herren bis an den grünen Staketenzaun heran waren, hörten sie auch schon den prompten Schulgang da drinnen, erst die scharfe, kurze Frage des Lehrers und dann die sofortige Massenantwort. Im nächsten Augenblick, unter Vorantritt Dubslavs betraten alle den Flur, und weil ein kleiner weißer Kläffer sofort furchtbar zu bellen anfing, erschien Krippenstapel, um zu sehen, was los sei. Guten Morgen, Krippenstapel, sagte Dubslav, ich bringe Ihnen Besuch. Sehr schmeichelhaft, Herr Baron. Ja, das sagen Sie, wenn's nur wahr ist, aber unter allen Umständen lassen Sie den Baron aus dem Spiel. Sehen Sie, meine Herren, mein Freund Krippenstapel ist ein ganz eigenes Haus, alltags nennt er mich Herr von Stechlin, den Major unterschlägt er, und wenn er ärgerlich ist, nennt er mich gnädiger Herr, aber so wie ich mit Freunden komme, betitelte er mich Herr Baron. Er will was für mich tun. Krippenstapel, still vor sich hinschmunzeln, hatte mittlerweile die Tür zu der seiner Schulklasse gegenübergelegenen Wohnstube geöffnet und bat die Herren eintreten zu wollen. Sie nahmen auch jeder einen Stuhl in die Hand, aber stützten sich nur auf die Lehne, während das Gespräch zwischen Lubslav und dem Lehrer seinen Fortgang nahm. Sagen Sie, Krippenstapel, wird es denn überhaupt gehen? Sie sollen uns natürlich alles zeigen, und die Schule ist noch nicht aus. Oh, gewiß geht es, Herr von Stechlin. Ja, hören Sie, wenn der Hirt fehlt, rebelliert die Herde. Nicht zu befürchten, Herr von Stechlin. Da war einmal ein Burgermeister, achtundvierziger Zeit, Namen will ich lieber nicht nennen, der sagte, wenn ich meinen Stiefel ans Fenster stelle, regier ich die ganze Stadt. Das war mein Mann. Richtig, den hab ich auch noch gekannt, ja, der verstand es. Überhaupt immer in der Furcht des Herrn. Dann geht alles am besten. Der Hauptregente bleibt doch der Krückstock. Der Krückstock, bestätigte Krippenstapel, und dann freilich die Belohnungen. Belohnungen, lachte Dubslav, aber Krippenstapel, wo nehmen Sie denn die her? Oh, die hat's schon, Herr von Stechlin, aber immer mit Verschiedenheiten. Ist es was Kleines, so kriegt der Junge bloßen Katzenkopf weniger, ist es aber was Großes, dann kriegt er ne Wabe. Ne Wabe? Richtig, davon haben wir schon heute früh beim Frühstück gesprochen, als ihr Honig auf den Tisch kam. Ich habe den Herren dabei gesagt, sie wären der beste Imker in der ganzen Grafschaft. Zu viel Ehre, Herr von Stechlin, aber das darf ich sagen, ich versteh es. Und wenn die Herren mir folgen wollen, um das Volk bei der Arbeit zu sehen, es ist jetzt gerade die beste Zeit. Alle waren einverstanden, und so gingen sie denn doch den Flur hin bis in Hof und Garten hinaus und nahmen ihr Stellung vor einem offenen Etageschuppen, drin die Stöcke standen, nicht altmodische Bienenkörbe, sondern richtige Bienenhäuser, nach der zirzonschen Methode, wo man alles herausnehmen und jeden Augenblick in das Innere bequem hineingucken kann. Krippenstapel zeigte dann auch alles, und Rex und Chaco waren ganz aufrichtig interessiert. Nun aber, Herr Lehrer, Krippenstapel, sagte Chaco, nun bitte, geben Sie uns auch einen Kommentar, wie ist das denn eigentlich mit den Bienen, es soll ja was ganz Besonderes damit sein. Ist es auch, Herr Hauptmann, das Bienenleben ist ziemlich feiner und vornehmer als das Menschenleben. Feiner, das kann ich mir schon denken, aber auch vornehmer, was Vornehmeres als den Menschen gibt es nicht, indessen, wie es auch damit sei, ja oder nein, sie machen einen nur immer neugieriger. Ich hab mal gehört, die Bienen sollen sich auf das Staatliche so gut verstehen, beinahe vorbildlich. So ist es auch, Herr Hauptmann, und eines ist ja da, worüber sich das Thema vielleicht reden lässt. Sie sind nämlich in jedem Stock drei Gruppen oder Klassen. In Klasse 1 haben wir die Königin, in Klasse 2 haben wir die Arbeitsbienen, die, was für Arbeitsvolk wohl eigentlich immer das Beste ist, geschlechtslos sind, und in Klasse 3 haben wir die Drohnen, die sind männlich, worin zugleich ihr eigentlicher Beruf besteht, denn im Übrigen tun sie gar nichts. Interessanter Staat, gefällt mir, aber immer noch nicht vorbildlich genug. Ja, und nun bedenken Sie, Herr Hauptmann, winterlang haben Sie so da gesessen und gearbeitet oder auch geschlafen, und nun kommt der Frühling und das erwachende neue Leben ergreift auch die Bienen, am mächtigsten, aber die Klasse 1, die Königin. Und sie beschließt nun, mit ihrem ganzen Volk einen Frühlingsausflug zu machen, der sich für sie persönlich sogar zu einer Art Hochzeitsreise gestaltet, so muss ich es nennen. Unter den vielen Drohnen, nämlich, die ja auf der Ferse sind, wählt sie sich einen Begleiter, man könnte sagen, einen Tänzer, der dann auch berufen ist, in eine noch intimere Stellung zu ihr einzurücken. Etwa nach einer Stunde kehrt die Königin und ihr Hochzeitszug in die beengenden Schranken ihres Staates zurück, ihr Dasein hat sich inzwischen erfüllt, ein ganzes Geschlecht von Bienen wird geboren, aber weitere Beziehungen zu dem bewussten Tänzer sind ein für allemal ausgeschlossen. Es ist gerade das, was ich vorhin als fein und vorne bezeichnet habe, Bienenköniginnen lieben nur einmal, die Bienenkönigin liebt und stirbt. Und was wird aus der bevorzugten Drohne aus dem Prinzessinnen-Tänzer, dem Prinz-Konzort, wenn dieser Titel ausreicht? Dieser Tänzer wird ermordet. Nein, Herr Lehrer Krippenstappe, das geht nicht. Unter dieser letzten Mitteilung bricht meine Begeisterung wieder zusammen, das ist ja schlimmer als der heinische Asra, der stirbt doch bloß. Aber hier haben wir Ermordung, sagen Sie Rex, wie stehen Sie dazu? Das monogamische Prinzip, woran doch schließlich unsere ganze Kultur hängt, kann nicht strenger und überzeugender demonstriert werden. Ich finde es großartig. Czako hätte gern geantwortet, aber er kam nicht dazu, weil in diesem Augenblicke Dubslav darauf aufmerksam machte, dass man noch viel vor sich habe, zunächst die Kirche. Sönne Hochwürden, der wohl eigentlich dabei sein müsste, wird es nicht übel nehmen, wenn wir auf ihn verzichten, aber Sie, Krippenstapel, können Sie? Krippenstapel wiederholte, dass er zeitvoll aufhabe. Zudem schlug die Schuluhr und gleich beim ersten Schlage hörte, man wist drinnen in der Klasse lebendig wurde und die Jungen in ihren Holzband dienen über den Flur weg auf die Straße stürzten. Draußen aber stellten sie sich militärisch auf, weil sie mittlerweile gehört hatten, dass der gnädige Herr gekommen sei. Morgen, Jungens, sagte Dubslav an einen kleinen Schwarzhaarigen herantretend. »Bist von Glubsow?« »Nein, gnädiger Herr von Dago.« »Na, lernt's doch gut.« Der Junge grinte. »Wann war denn Verbelin?« »18. Juni.« »Und Leipzig?« »18. Oktober.« »Immer 18. bei uns.« »Das ist recht, Junge.« »Da.« Und dabei griff er in seinen Rock und suchte nach einem Nickel. »Sehen Sie, Hauptmann.« »Sie sind ein bisschen ein Spötter, so viel hab ich schon gemerkt.« »Aber so muss es gemacht werden.« »Der Junge weiß von Verbelin und von Leipzig und hat ein kluges Gesicht und steht, red und antwort.« »Und rote Backen hat er auch.« »Sieht er aus, als ob er einen Kummer hätte oder einen Gram ums Vaterland?« »Unsinn.« »Ordnung.« »Und immer Feste.« »Na, solange ich hier sitze, solange hält es noch.« »Aber freilich, es kommen andere Tage.« »Woldemar lächelte.« »Na«, fuhr der Alte fort, »will mich trösten.« »Als der Alte Fritz zu sterben kam, dachte auch, es ginge die Welt unter und sie steht immer noch.« »Und wir Deutsche sind wieder oben auf.« »Ein bisschen zu sehr, aber immer besser als zu wenig.« Inzwischen hat er sich Krippenstapel in seiner Stube propper gemacht, schwarzer Rock mit dem Inhaberband des Adlers von Hohenzollern, den ihm sein gütiger Gutsherr verschafft hatte. Statt des Hutes, den er in der Eile nicht hatte finden können, trug er eine Mütze von sonderbarer Form. In der Rechten aber hielt er einen ausgehöhlten Kirchenschlüssel, der wie eine rostige Pistole aussah. Der Weg zur Kirche war ganz nah, und nun standen sie dem Portal gegenüber. Rex, zu dessen Ressort auch kirchenbauliches gehörte, setzte sein Pincenet auf und musterte, »Sehr interessant.« »Ich setze das Portal in die Zeit von Bischof Luger, Prämonstratenserbau. Wenn mich nicht alles täuscht, Anlehnung an die Brandenburger Krypte, also sagen wir zwölfhundert.« »Wenn ich fragen darf, Herr von Stechlin, existieren Urkunden und war vielleicht Herr von Quast schon hier oder Geheimrat Adler, unser bester Kenner.« Dubslav geriet in eine kleine Verlegenheit, weil er sich einer solchen Gründlichkeit nicht gewärtigt hatte. Herr von Quast war einmal da, aber in Wahlangelegenheiten, »Und mit den Urkunden ist es gründlich vorbei, seit Wrangel hier alles niederbrannte. Wenn ich von Wrangel spreche, meine ich natürlich nicht unseren Vater Wrangel, der übrigens auch keinen Spaß verstand, sondern den Schillerschen Wrangel. Und außerdem, Herr von Rex, ist es schon schwer für einen Laien. Aber Sie, Krippenstapel, was meinen Sie?« Rex, über den plötzlich etwas von Dienstlichkeit gekommen war, zuckte zusammen. Er hatte sich an Herr von Stechlin gewandt, wenn nicht als einen Wissenden, so doch als einen ebenbürtigen, und dass jetzt Krippenstapel aufgefordert wurde, das entscheidende Wort in dieser Angelegenheit zu sprechen, wollte ihm nicht recht passend erscheinen. Überhaupt, was sollte diese Figur, die doch schon stark die Karikatur streifte, schon der Bericht über Bienen und namentlich, was er über die Königin und den Prinz Consort gesagt hatte, hatte so merkwürdig, anzüglich geklungen, und nun wurde dies Schulmeister-Original auch noch aufgefordert, über bauliche Fragen und aus welchem Jahrhundert die Kirche stamme sein Urteil abzugeben. Er hatte wohlweislich nach Quast und Adler gefragt. Und nun kam Krippenstapel. Wenn man durchaus wollte, konnte man das alles patriarchalisch finden, aber es mißfiel ihm doch. Und leider war Krippenstapel, der zu seinen sonstigen Sonderheiten auch noch den ganzen Trotz des Autodidakten gesellte, keineswegs angetan, die kleinen Unebenheiten, in die das Gespräch hineingeraten war, wieder glatt zu machen. Er nahm vielmehr die Frage »Krippenstapel, was meinen Sie?« ganz ernsthaft auf und sagte »Wollen verzeihen, Herr von Rex, wenn ich unter Anlehnung an eine neuerdings erschienene Broschüre des Oberlehrers Tucheband in Templin zu widersprechen wage. Dieser Grafschaftswinkel hier ist von mehr mecklenburgischem und uckermärkischem als brandenburgischem Charakter, und wenn wir für unsere Stechlin nach Vorbildern forschen wollen, so werden wir sie wahrscheinlich in Kloster Himmelpfort oder Gransee zu suchen haben, aber nicht in Dom Brandenburg. Ich möchte hinzusetzen dürfen, dass Oberlehrer Tuchebands Aufstellungen, soviel ich weiß, unwidersprochen geblieben sind.« »Ciaco, der diesem auflackernden Kampfe zwischen einem Ministerialassessor und einem Dorfschulmeister mit größtem Vergnügen folgte, hätte gerne noch weitere Scheite zugetragen, Woldemar aber empfand, dass es höchste Zeit sei, zu intervenieren, und bemerkte, »Nichts sei schwerer, als auf diesem Gebiete Bestimmungen zu treffen«, ein Satz, den übrigens sowohl Rex wie Krippenstapel ablehnen zu wollen schienen, »und dass er vorschlagen möchte, lieber in die Kirche selbst einzutreten, als hier draußen über die Säulen und Kapitelle weiter zu debattieren.« Man fand sich in diesen Vorschlag, Krippenstapel öffnete die Kirche mit seinem Riesenschlüssel und alle traten ein. Ende des fünften Kapitels Theodor Fontane, Der Stechlin Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechstes Kapitel Gleich nach zwölf, Woldemar hatte sich, wie geplant, schon lange vorher, um bei Lorenzen vorzusprechen, von den andern Herren getrennt, waren Dubslav, Rex und Czako von dem Globsower Ausflug zurück und Rex, feiner Mann, der er war, war bei Passierung des Vorhofs verbindlich an die mit Sinn ausgelegte blanke Glaskugel herangetreten, um ihr als einem mutmaßlichen Produkte der eben besichtigten grünen Glashütte seine Ministerialaufmerksamkeit zu schenken. Er ging dabei soweit, von Industriestaat zu sprechen. Czako, der gemeinschaftlich mit Rex in die Glaskugel hineinguckte, war mit allem einverstanden, nur nicht mit seinem Spiegelbilde. Wenn man bloß etwas besser aussähe. Rex versuchte zu widersprechen, aber Czako gab nicht nach und versicherte, ja Rex, Sie sind ein schöner Mann, Sie haben eben mehr zuzusetzen, und da bleibt denn immer auch noch was übrig. Oben auf der Rampe stand Engelke. Nun, Engelke, wie steht's? Woldemar und der Pastor schon da? Nein, gnädiger Herr, aber ich kann dir die Christel schicken. Nein, nein, schicke nicht, das stört bloß. Aber warten wollen wir auch nicht. Es war doch weiter nach Klubsow, als ich dachte, das heißt, eigentlich war es nicht weiter, bloß die Beine wollen mich mehr recht, und hat solche Anstrengung, bloß das eine Gute, daß man hungrig und durstig wird. Aber da kommen ja die Herren. Und der Grüßte von der Rampe her nach der Bohlenbrücke hinüber, über die Woldemar und Lorenzen eben in den Schloßhof eintraten. Rex trat ihnen entgegen, Dubslav dagegen nahm Csakos Arm und sagte, Nun kommen Sie, Hauptmann, wir wollen derweilen ein bisschen recherchieren und uns einen guten Platz aussuchen, mit der ewigen Veranda, das ist nichts. Unter der Marquise steht die Luft wie eine Mauer, und ich muss frische Luft haben. Vielleicht ein erstes Zeichen von Hydropsy, kann eigentlich Fremdwörter nicht leiden, aber mitunter sind sie doch ein Segen, wenn ich so zwischen Hydropsie und Wassersucht die Wahl habe, bin ich immer für Hydropsie, Wassersucht hat so was kolossal anschauliches. Unter diesen Worten waren sie bis in den Garten gekommen, an eine Stelle, wo viel Buchsbaum stand, dem Poetensteigegrad gegenüber. Sehen Sie hier, Hauptmann, das wäre so was, niedrige Buchsbaumwand, da haben wir Luft und doch keinen Zug, denn vor Zug muss ich mich auch hüten, wegen Rheumatismus, oder vielleicht ist es auch die Gicht. Und dabei hören wir das Plätschern von meiner Sanssouci-Fontäne. Was meinen Sie? Kapital, Herr Major. Ach, lassen Sie den Major, Major klingt immer so dienstlich. Also hier, Engelke, hier decke den Tisch und stell auch ein paar Fuchsien oder was gerade blüht in die Mitte, nur nicht Astern, Astern sind ganz gut, aber sozusagen unterm Stand und sehen immer aus wie ein Bauerngarten. Und dann mache dich in den Keller und hol uns was Ordentliches herauf. Du weißt ja, was ich zum Frühstück am liebsten habe. Vielleicht hat Hauptmann Czako denselben Geschmack. Ich weiß noch nicht, um was es sich handelt, Herr von Stechlin, aber ich möchte mich für Überanstimmung schon jetzt verbürgen. Inzwischen waren auch Woldemar, Rex und der Pastor vom Garten Sonnenau her auf die Veranda hinausgetreten und Dubslav ging ihnen entgegen. Guten Tag, Pastor, nun, das ist recht. Ich dachte schon, Woldemar würde von Ihnen annektiert werden. Aber Herr von Stechlin, Ihre Gäste und Woldemars Freunde, betonen Sie das nicht zu Lorenzen, es gibt Umgangsformen und Artigkeitsgesetze gewiss, aber das alles reicht nicht weit. Was der Mensch am ehesten durchbricht, das sind gerade solche Formen, und wer sie nicht durchbricht, der kann einem auch Leid tun. Wie geht es denn in der Ehe? Haben Sie schon einen Mann gesehen, der die Formen wahrt, wenn seine Frau ihn ärgert? Ich nicht. Leidenschaft ist immer siegreich. Ja, Leidenschaft, aber Woldemar und ich sind auch in Leidenschaft, sie haben die Freundschaftsleidenschaft, Orest und Dylades, und so was hat es immer gegeben, und dann, was noch viel mehr sagen will, sie haben nebenbei hier die Konspirationsleidenschaft. Aber, Herr von Stechlin, nein, nicht die Konspirationsleidenschaft, ich nehme es zurück, aber sie haben dafür etwas anderes, nämlich die Weltverbesserungsleidenschaft, und das ist eine der größten, die es gibt. Und wenn zwei solche Weltverbesserer zusammen sind, da können Rex und Jocko warten, und da kann selbst ein warmes Frühstück warten. Sag mal noch immer die Kaum, Papa, wie du weißt, es ist jetzt alles Englisch. Natürlich, die Franzosen sind abgesetzt, und ist auch recht gut so, wie wohl unsere Vettern darüber erst rechts nicht taugen. Selbst ist der Mann, aber ich glaube, das Frühstück wartet. Wirklich, es war so. Während die Herren zu zwei und zwei an der Buchsbaumwandung auf- und abschritten, hatte Englke den Tisch arrangiert, an den jetzt Wirt und Gäste herantraten. Es war eine längliche Tafel, deren dem Rundell zugekehrte Längsseite man freigelassen hatte, was allen einen Überblick übers hübsche Gartenbild gestattete. Dubslav, das Arrangement musternd, nickte Englke zu, zum Zeichen, dass er's getroffen habe. Dann aber nahm er die Mittelschüssel und sagte, während das Jerex reichte, toujours das heißt, es sind eigentlich Krametsvögel, wie schon gestern Abend, aber wer weiß, wie Krametsvögel auf Französisch heißen, ich wenigstens weiß es nicht, und ich glaube, nicht einmal Tucheband wird uns helfen können. Ein allgemeines verlegenes Schweigen bestätigte Dubslavs Vermutung über französische Vokabelkenntnis. Wir kamen übrigens, fuhr dieser fort, dicht vor Glupso durch einen Donenstrich, überall hingen noch viele Krametsvögel in den Schleifen, was mir auffiel und was ich doch, wie so vieles Gute meinem alten Krippenstapel zuschreiben muss. Es wäre doch ne Kleinigkeit für die Jungens, den Donenstrich herauszublündern, aber so was kommt nicht vor. Was meinen Sie, Lorenzen? Ich freue mich, daß es ist, wie es ist, und daß die Donenstriche nicht ausgeplündert werden, aber ich glaube, Herr von Stechlin, zu dürfen es Krippenstapel nicht anrechnen. Dubslav lachte herzlich. Da haben wir wieder die alte Geschichte. Jeder Schulmeister Schulmeister dann seinen Pastor herum, und jeder Pastor passt dort über seinen Schulmeister. Ewige Rivalität. Der natürliche Zug ist doch, daß die Jungen's nehmen, was sie kriegen können. Der Mensch stiehlt wie ein Rabe, und wenn er's mit einmal unterlässt, so muß das doch einen Grund haben. Den hat es auch, Herr von Stechlin, bloß einen andern. Was sollen sie mit dem Krammelsvogel machen? Für uns ist es eine Delikatesse, für einen armen Menschen ist es gar nichts, knapp so viel wie ein Sperling. Ach, Lorenzen, ich sehe schon, sie liegen da wieder mit dem Patrimonium der Enterbten im Anschlag. Sperling, das klingt ganz so. Aber so viel ist doch richtig, daß Krippenstapel die Jungen's brillant in Ordnung hält. Wie ging das heute Schlag auf Schlag, als ich den kurzgeschornen Schwarzkopf ins Examen nahm, und wie stramm waren die Jungen's und wie manierlich, als wir sie nach einer Stunde in Globsoe wieder sahen. Wie sie da so fidel spielten und doch voll Respekt in allem. Frei, aber nicht fresh, das ist so mein Satz. Woldemar und Lorenzen, die nicht mit dabei gewesen waren, waren neugierig, auf welchen Vorhang sich all dies lobt des alten Bezöge. Was hat denn, fragte Woldemar, die Globsover Jungens mit einem also so guter Reputation gebracht? Oh, es war wirklich schaumant, sagte Czako, wir steckten noch unter den Waldbäumen, als wir auch schon Stimmen wie Kommandorufe hörten, und kaum, dass wir auf einen freien, vom Kastanien umstellten Platz hinausgetreten waren, waren, eigentlich war es wohl schon ein großer Fabrikhof, so sahen wir uns wie mitten in einer Partei. Rex nickte zustimmend, während Czako fortfuhr. Auf unserer Seite stand die bis dahin augenscheinlich siegreiche Partie, deren weiterer Angriff aber wegen der guten gegnerischen Deckung mit einem stoppte, kaum zu verwundern, denn eben diese Deckung bestand aus wohl Tausend ein großes Carré bildenden Glasballons, hinter die sich die geschlagene Truppe wie hinter eine Barrikade zurückgezogen hatte. Da standen sie nun und nahmen ein mit den massenhaft umherliegenden Kastanien geführtes Feuergefecht auf. Die meisten ihrer Schüsse gingen zu kurz und fielen in Klappern wie Hagel auf die Ballons nieder. Ich hätte dem Spiel, ich weiß nicht, wie lange zusehen können. Als man unser aber ansichtig wurde, stob alles unter Hurra und Mützen schwenken auseinander. Überall sind Fotografen, nur wo sie hingehören, da fehlen sie, genauso wie bei der Polizei. Dubslav hatte schmunzelnd die Schilderung angehört. Hören Sie, Hauptmann, Sie verstehen es aber, Sie können mit Dukaten den großen Kurfürsten vergolden. Ja, sagte Rex, seinen Partner plötzlich im Stiche lassend, das tut unser Freund Tschako nicht anders, drei Viertel ist immer Dichtung. Ich gebe mich auch nicht für einen Historiker aus, sondern wenigstens für einen korrekten Aktenmenschen. Und dabei, lieber Tschako, nahm jetzt Dubslav das Wort, dabei bleiben Sie nur, auf Ihr Spezielles. In so wichtiger Sache müssen Sie mir aber in meiner Lieblingssorte Bescheid tun, nicht in Rotwein, den mein berühmter Miteinsiedler das natürliche Getränk des norddeutschen Menschen genannt hatte, einer seiner mannigfaltigen Irrtümer, vielleicht der Größte, das natürliche Getränk des norddeutschen Menschen ist am Rhein und am Main zu finden und am vorzüglichsten da, wo sich, wenn ich den Ausdruck gebrauchen darf, beide vermählen. Ungefähr von dieser Vermählungsstelle kommt auch der hier und dabei wies er auf eine vor ihm stehende Boxbeutelflasche Sehen Sie, meine Herren, verhaßt sind mir alle langen Hälse. Das hier aber, das nenn ich eine gefällige Form. Heißt es nicht irgendwo, laß mich dicke Leute sehen oder so ähnlich. Da stimme ich zu, dicke Flaschen, die sind mein Fall. Und dabei stieß er wiederholt mit Giacco an, noch einmal auf ihr Wohl und auf ihres, Herr von Rex, und dann auf das Wohl meiner Globsover oder wenigstens meiner Globsover Jungens, die sich nicht bloß um Fair-Berlin kümmern und um Leipzig, sondern, wie wir gesehen haben, auch selber ihre Schlachten schlagen. Ich ärgere mich nur immer, wenn ich diese riesigen Ballons da zwischen meinen Globsovern sehe. Und hinter dem ersten Fabrikhof, ich wollte sie nur nicht weiter damit behelligen, da ist doch ein zweiter Hof, der sieht noch schlimmer aus, da stehen nämlich wahre Glasungeheuer, auch Ballons, aber mit langem Hals dran. Und die heißen dann retorten. Aber Papa, sagte Woldemar, dass du dich über die paar retorten und Ballons nicht beruhigen kannst. Solange ich nur denken kann, eiferst du dagegen. Es ist doch ein wahres Glück, dass so viel davon in die Welt geht und den armen Fabrikleuten einen guten Lohn sichert. So was wie Streik kommt hier ja gar nicht vor. Und in diesem Punkt ist unsere Stechliner Gegend doch wirklich noch wie ein Paradies. Lorenzen lachte. Ja, Lorenzen, Sie lachen, warf Dubslav hier ein, aber bei Lichte besehen hat Woldemar doch recht. Was, und Sie wissen auch warum, eigentlich nicht oft vorkommt. Es ist genauso, wie er sagt. Natürlich bleibt nun Sefa und die Schlange, das ist die uralte Erbschaft, aber so viel noch von guter alter Zeit in dieser Welt zu finden ist so viel findet sich hier, hier in unserer lieben alten Grafschaft. Und in dies Bild richtiger Gliederung oder meinetwegen auch richtiger Unterordnung, denn ich erschrecke vor solchem Worte nicht, in dieses Bild des Friedens paßt mir diese ganze globsowere Tortenbläserei nicht hinein, und wenn ich nicht fürchten müßte, für einen Querkopf gehalten zu werden, so hätte ich bei hoher Behörde schon lange meine Vorschläge wegen dieser Retorten und Ballons eingereicht. Und natürlich gegen beide. Warum müssen es immer Ballons sein, und wenn schon, na, dann liebe solche solche wie diese, die lasse ich mir gefallen, und dabei hob er die Boxbeutelflasche. Wie diese, bestätigte Tschakko. Ja, Tschakko, Sie sind ganz der Mann, meinen Papa in seiner Idiosynkrasie zu bestärken. Idiosynkrasie wiederholte der Alte, wenn ich so was höre. Ja, Woldemar, da glaubst du nun wieder wunderbar, was Feines gesagt zu haben, aber es ist doch bloß ein Wort, und was bloß ein Wort ist, ist nie was Feines, auch wenn es so aussieht. Dunkle Gefühle, die sind fein, und so gewiss die Vorstellung, die ich mit dieser lieben Flasche hier verbinde, für mich persönlich was Celestes hat, kann man Celestes sagen? Lorenzen nickte zustimmend, so gewiss hat die Vorstellung, die sich für mich an diese Glopsover Riesenboxbeutelflaschen knüpft, etwas Infernalisches, aber Papa! Still, unterbrich mich nicht, Woldemar, denn ich komme jetzt eben an eine Berechnung, und bei Berechnungen darf man nicht gestört werden. Über hundert Jahre besteht nun schon diese Glashütte, und wenn ich nun so das jedesmalige Jahresprodukt mit hundert multipliziere, so rechne ich mir alles in allem, wenigstens eine Million heraus. Die schicken sie zunächst in andere Fabriken, und da destillieren sie fortlauflos, und zwar allerhand schreckliches Zeug in diese grünen Ballons hinein, Salzsäure, Schwefelsäure, rauchende Salpetersäure, das ist die schlimmste, die hat immer einen rot-gelben Rauch, der einem gleich die Lunge auffrißt. Aber wenn einen der Rauch auch zufrieden läßt, jeder Tropfen brennt ein Loch in Leinwand oder in Tuch oder in Leder, überhaupt in alles, alles wird angebrannt und angeätzt. Das ist das Zeichen unserer Zeit, jetzt, angebrannt und angeätzt. Und wenn ich dann bedenke, dass meine Glossower da mittun und ganz gemütlich die Werkzeuge liefern für die große Generalwelt Anbrennung, ja, hören Sie, meine Herren, das gibt mir einen Stich, und ich muss Ihnen sagen, ich wollte, jeder kriegte lieber einen halben Morgen Land von Staatswegen und kaufte sich zu Ostern ein Ferkelchen und zu Martini schlachteten sie ein Schwein und hätten den Winter über zwei Speckseiten jeden Sonntag eine ordentliche Scheibe und Alltagskartoffel und Grieben. Aber Herr von Stechlin lachte Lorenzen, das ist ja die reine Neuland Theorie, das wollen ja die Sozialdemokraten auch. Ach was, Lorenzen, mit denen ist nicht zu reden, übrigens Prosit, wenn sie's auch nicht eigentlich verdienen. Das Frühstück zog sich lange hin und das dabei geführte Gespräch nahm noch ein Paarmal einen Anlauf ins Politische hinein. Lorenzen aber, der kleine Schraubereien gern vermeiden wollte, wich jedesmal geschickt aus und kam lieber auf die Stechliner Kirche zu sprechen. Er war aber auch hier vorsichtig und beschränkte sich unter Anlehnung an Tucheband auf Architektonisches und Historisches. bis Dubslav ziemlich abrupt ihn fragte, wissen Sie denn, Lorenzen, auf unserem Kirchenboden Bescheid? Krippenstapel hat mich erst heute wissen lassen, dass wir da zwei vergoldete Bischöfe mit Krummstab haben, »oder vielleicht sind es auch bloß Äbte.« Lorenzen wußte nichts davon, weshalb ihm Dubslav gutmütig mit dem Finger drohte. So ging das Gespräch, aber kurz vor zwei musste dem allen ein Ende gemacht werden. Engelke kam und meldete, dass die Pferde da und die Mäntelsäcke bereits aufgeschnallt seien. Dubslav ergriff sein Glas, um auf ein frohes Wiedersehen anzustoßen. Dann erhob man sich. Rex, bei Passierung der Rampe, trat noch einmal an die kranke Aloe heran und versicherte, dass solche Blüte doch etwas eigentümlich Geheimnisvolles habe. Dubslav hütete sich zu widersprechen und freute sich, dass der Besuch mit etwas für ihn so erheiterndem abschloss. Gleich darauf ritt man ab. Als sie bei der Glaskugel vorbeikamen, wandten sich alle drei noch einmal zurück, und jeder lüpfte seine Mütze. Dann ging es zwischen den Findlingen hin auf die Dorfstraße hinaus, auf der eben eine ziemlich ramponiert aussehende Halbschäse, das lederne Verdeck zurückgeschlagen, an ihnen vorüberfuhr, die Sitze leer, alles an dem Fuhrwerk ließ Ordnung und Sauberkeit vermissen, das eine Pferd war leidlich gut, das andere schlecht, und zu dem neuen Livrerock des Kutschers wollte der alte Hut, der wie ein fuchsiges Dorfstück aussah, nicht recht passen. »Das war ja Gundermanns Wagen.« »So, so«, sagte Czaka, »auf den hätte ich beinahe geraten.« »Ja, dieser Gundermann«, lachte Woldemar, »mein Vater wollte Ihnen gern etwas Gesellschaftliches vorsetzen,« »Aber er vergriff sich.« »Gundermann auf sieben Mühlen ist so ziemlich unsere schlechteste Nummer.« »Ich sehe, er hat Ihnen nicht recht gefallen.« »Gott, gefallen, Stichlin, was heißt gefallen?« »Eigentlich gefällt mir jeder oder auch keiner.« »Eine Dame hat mir mal gesagt, die langweiligen Leute wären schließlich gerade so gute Ideen wie die Interessanten.« »Und es hat was für sich.« »Aber dieser Gundermann, zu welchem Zwecke lässt er denn eigentlich seinen leeren Wagen in der Welt herumkutschieren?« »Ich bin dessen auch nicht sicher, wahrscheinlich in Wahlangelegenheiten.« »Er persönlich wird irgendwo hängen geblieben sein, um Stimmen einzufangen.« »Unser braver alter Kortschädel, nämlich, der allgemein beliebt war, ist diesen Sommer gestorben.« »Und da will nun Gundermann, der sich auf dem Konservativen hin ausspielt, aber keiner ist im trüben Fischen.« »Er intrigiert, ich habe das in einem Gespräch, das ihm mit ihm hatte, ziemlich deutlich herausgehört, und Lorenzen hat es mir bestätigt.« »Ich kann mir denken«, sagte Rex, »das gerade Lorenzen gegen ihn ist.« »Aber dieser Gundermann, für den ich weiter nichts übrig habe, hat doch wenigstens die richtigen Prinzipien.« »Ach Rex, ich bitte Sie«, sagte Czako, »richtige Prinzipien.« »Geschmacklosigkeiten hatte er und öde Redensarten.« »Dreimal habe ich ihn sagen hören, das wäre wie Wasser auf die Mühlen der Sozialdemokratie.« »So was sagt kein anständiger Mensch mehr.« »Und jedenfalls setzt er nicht hinzu, dass er das Wasser abstellen wolle.« »Das ist eine schreckliche Wendung.« Unter diesen Worten waren sie bis an den hochüberwölbten Teil der Kastanienallie gekommen. Engelke, der gleich frühmorgens ein allerschönstes Wetter in Aussicht gestellt hatte, hatte recht behalten. Es war ein richtiger Oktobertag, klar und frisch und milde zugleich. Die Sonne fiel hie und da durch das noch ziemlich dichte Laub, und die Reiter freuten sich des Spielens durch Schatten und Lichter. Aber noch anmutiger gestaltete sich das Bild, als sie bald danach in einen Seitenweg einmündeten, der sich durch eine flache, nur hie und da von Wasserlachen durchzogene Wiesenlandschaft hinschlängelte. Die großen Heiden und Forsten, die das eigentlich Charakteristische dieses nördlichen Grafschaftswinkels bilden, trat er an dieser Stelle weit zurück, und nur ein paar einzelne, wie vorgeschobene Kulissen wirkende Waldstreifen wurden sichtbar. Alle drei hielten an, um das Bild auf sich wirken zu lassen. Aber sie kamen nicht recht dazu, weil sie, während sie sich umschauten, eines alten Mannes ansichtig wurden, der nur durch einen flachen Graben von ihnen getrennt auf einem Stück Wiese stand und das hochstehende Gras mähte. Jetzt erst sah auch er von seiner Arbeit auf und zog seine Mütze. Die Herren taten ein Gleiches und schwankten, ob sie näher heranreiten und eine Ansprache mit ihm haben wollten, aber er schien das weder zu wünschen noch zu erwarten, und so rieten sie denn weiter. »Mein Gott«, sagte Rex, »das war ja Krippenstapel, und hier draußen, so weit ab seiner Schule, wenn er nicht die Seehundsfellmütze aufgehabt hätte, die wie aus einer konfiszierten Schulmappe geschnitten aussah, hätte ich ihn nicht wiedererkannt.« »Ja, er war es, und das mit der Schulmappe wird auch wohl zutreffen«, sagte Woldemar. »Krippenstapel kann eben alles, der reine Robinson.« »Ja, Stechlin«, warf Jocko hier ein, »Sie sagen das so hin, als ob Sie's bespötteln wollten.« »Eigentlich ist es aber doch was Großes, sich immer selber helfen zu können.« »Er wird wohl nen Sparren haben«, zugegeben, aber ihrem gepriesenen Lorenzen ist er denn doch um ein gutes Stück überlegen, schon weil er ein Original ist und ein Eulengesicht hat. Eulengesichtsmenschen sind andern Menschen fast immer überlegen. »Aber, Zsako, ich bitte Sie, das ist ja doch alles Unsinn. Und Sie wissen es auch, Sie möchten nur, ganz wie Rex, wenn auch aus einem anderen Motiv dem armen Lorenzen was am Zeug flicken, bloß weil Sie herausführen, das ist eine lautere Persönlichkeit.« »Ja, tun Sie mir Unrecht, Stechlin. Ganz und gar, ich bin auch fürs Lautere, wenn ich nur persönlich nicht in Anspruch genommen werde.« »Nun davor sind Sie sicher, vom Brombeerstrauch keine Trauben.« »Im Übrigen muß ich hier abbrechen und Sie bitten, mich auf ein Walchen entschuldigen zu wollen, ich muß da nämlich nach dem Forsthause hinüber, da drüben neben der Waldecke.« »Aber Stechlin, was wollen Sie denn bei einem Förster?« »Kein Förster, er ist ein Oberförster, zu dem ich will, und zwar derselbe, den Sie gestern Abend bei meinem Papa gesehen haben, Oberförster Katzler, bürgerlich, aber doch beinahe schon ein historischer Name.« »So, so?« »Jedenfalls nach dem, was mir Rex erzählt, ein brillanter Billardspieler.« »Und doch, wenn Sie nicht ganz intim mit ihm sind, finde ich diesen Abstecher übertrieben artig.« »Sie hätten recht, Czako, wenn es sich lediglich um Katzler handelte.« »Das ist aber nicht der Fall. Es handelt sich nicht um ihn, sondern um seine junge Frau.« »Ja, da sind Sie nun auch wieder auf einer falschen Fährte.« »So was kann nicht vorkommen, ganz abgesehen davon, dass mit Oberförstern immer schlecht Kirschen pflücken ist.« »Die Blasen einen weg, man weiß nicht wie.« »Es handelt sich hier einfach um einen Teilnahmebesuch, um etwas, wenn Sie wollen, schönmenschliches.« »Frau Katzler erwartet nämlich.« »Aber mein Gott, Stechlin, Ihre Worte werden immer rätselhafter, Sie können doch nicht bei jeder Oberförstersfrau, die erwartet, eine Visite machen wollen, und das wäre denn doch eine Riesenaufgabe, selbst wenn Sie sich auf Ihre Grafschaft hier beschränken wollten.« »Es liegt alles ganz exzeptionell.« »Übrigens mache ich es kurz mit meinem Besuch, und wenn Sie Schritt reiten, worum ich bitte, so hol ich Sie bei Genshagen noch wieder ein, von da bis Wutz haben wir kaum noch eine Stunde, und wenn wir's forcieren wollen, keine halbe.« Und während er noch so sprach, bog er rechts ein und ritt auf das Forsthaus zu. Woldemar hatte die Mitte zwischen Rex und Czako gehabt, jetzt tritten diese beiden nebeneinander. Czako war neugierig und hätte gern Fritz herangerufen, um dies und das über Katzler und Frau zu hören, aber er sah ein, dass das nicht ginge. So blieb ihm nichts als ein Meinungsaustausch mit Rex. »Sehen Sie«, hob er an, »unser Freund Woldemar trabte da nicht hin, wie wenn er dem Glücke nachjagte. Glauben Sie mir, da steckt eine Geschichte dahinter. Er hat die Frau geliebt, oder liebt sie noch? Und dies merkwürdige Interesse für den in Sicht stehenden Erdenbürger. Übrigens vielleicht ein Mädchen. Was meinen Sie dazu, Rex?« »Ach, Czako, Sie wollen dir doch nur hören, was Ihrer eigenen frivolen Natur entspricht. Sie haben keinen Glauben an reine Verhältnisse. Sehr mit Unrecht. Ich kann Ihnen versichern, es gibt dergleichen. »Nun ja, Rex.« »Sie«, »der sich frühgottesdienste leistet.« »Aber Stechlin, Stechlin ist auch eine sittliche Natur, Sittlichkeit ist ihm angeboren, und was er von Natur mitbrachte, das hat sein Regiment weiter in ihm ausgebildet. Czako lachte. »Nun hören Sie, Rex, Regimenter kenn ich doch auch, es gibt ihrer von allen Arten, aber Sittlichkeitsregimenter kenn ich noch nicht.« »Es gibt ihrer aber, zumindest hat's ihrer immer gegeben, sogar solche mit das Käse.« »Nun ja, Cromwell und die Bolitaner, aber long, long ago«, »verzeihen Sie die abgedudelte Phrase«, »aber wenn es sich um so feine Dinge wie als Käse handelt, muss man notwendig einen englischen Brocken einschalten.« »In Wirklichkeit bleibt alles beim Alten.« »Sie sind ein schlechter Menschen, Kenner, Rex, wie alle Konventikler, die glauben immer, was sie wünschen.« »Und auch an unserem Stechlin werden Sie vermutlich erfahren, wie falsch Sie gerechnet haben.« »Im übrigen kommt da gerade zu rechter Zeit ein Wegweiser. Lassen Sie uns nachsehen, wo wir eigentlich sind.« »Wir reiten so immer darauf los und wissen nicht mehr, ob links oder rechts.« Rex, der von dem Wegweiser nichts wissen wollte, war einfach fürs Weiterreiten, und das war auch das Richtige, denn keine halbe Stunde mehr, so holte Stechlin sie wieder ein. »Ich wusste, dass ich sie noch vor Genshagen treffen würde.« »Die Frau Oberförsterin läßt sich übrigens den Herren empfehlen.« »Er war nicht da, was recht gut war.« »Kann ich mir denken«, sagte Czako. »Und was noch besser war, sie sah brillant aus.« »Eigentlich ist sie nicht hübsch, Blondine mit großen Vergißmeinnichtaugen und etwas lymphatisch, auch wohl nicht ganz gesund.« »Aber sonderbar, solche Dramen, wenn was in Sicht steht, sehen immer besser aus als eine natürliche Verfassung.« »Ein Zustand, der allerdings bei der Katzler kaum vorkommt.« »Sie ist noch nicht volle sechs Jahre verheiratet und erwartet mitnächstem das Siebente.« »Das ist aber doch unerhört.« »Ich glaube, so was ist ein Scheidungsgrund.« »Mir nicht bekannt und auch offen gestanden nicht sehr wahrscheinlich.« »Jedenfalls wird es die Prinzessin nicht als Scheidungsgrund nehmen.« »Aber Prinzessin«, fuhren Rex und Czako a tempo heraus.« »Ja, die Prinzessin«, wiederholte Woldemar. »Ich war die ganze Zeit über gespannt, was das wohl für einen Eindruck auf Sie machen würde, weshalb ich mich auch gehütet habe, vorher mit Andeutungen zu kommen.« »Und es traf sich gut, dass mein Vater gerade gestern Abend nur so ganz leicht darüber hinging.« »Ich möchte beinahe sagen, diskret, was sonst nicht seine Sache ist.« »Prinzessin«, wiederholte Rex, dem die Sache beinahe den Atem nahm, »Und aus einem regierenden Hause?« »Ja, was heißt aus einem regierenden Hause?« »Regiert haben sie allemal, und soviel ich weiß, wird ihnen diesmal regiert haben auch immer noch angerechnet, wenigstens, so wie es sich um Eheschließungen handelt.« »Um so großartiger, wenn einzelne der hier in Betracht kommenden Damen auf alle diese Vorrechte verzichten und ohne Rücksicht auf Ebenbürtigkeit sich aus reiner Liebe vermählen.« »Ich sage vermählen, weil sich verheiraten etwas plebäisch klingt.« »Frau Katzler ist eine Ippe Büchsenstein.« »Eine Ippe«, sagte Rex, »nicht zu glauben.« »Und erwartet wieder?« »Ich bekenne, daß mich das am meisten schockiert.« »Diese Ausgiebigkeit, ich finde kein anderes Wort, oder richtiger, ich will kein anderes finden, ist doch eigentlich das Bürgerlichste, was es gibt.« »Zugegeben, und so hat es die Prinzessin auch wohl selber aufgefaßt.« »Aber das ist gerade das Große an der Sache, ja, so sonderbar es klingt, das Ideale.« »Stechlin, Sie können nicht verlangen, daß man das so ohne Weiteres versteht.« »Einhalb Dutzend Pelge, wo steckt da das Ideale?« »Doch, Rex, doch, die Prinzessin selbst, und das ist das Rührendste, hat sich darüber ganz unumwunden ausgesprochen.« »Und zwar zu meinem Alten?« »Sie sieht ihn öfter und möchte ihn, glaube ich, bekehren.« »Sie ist nämlich von der strengen Richtung und hält sich auch zu Superintendent Koseleger, unserem Papst hier.« »Und kurz und gut, sie macht meinem Papa beinahe den Hof und erklärt ihn für einen perfekten Kavalier, wobei Katzler immer ein etwas süßsaures Gesicht macht, aber natürlich nicht widerspricht.« »Und wie kam sie nur dazu, ihrem Papa gerade Confessions in einer so delikaten Sache zu machen?« »Das war voriges Jahr, genau um diese Zeit, als sie auch mal wieder erwartete.« »Da war mein Vater drüben und sprach, als das durch die Situation gegebene Thema berührt wurde, halb diplomatisch, halb humoristisch von der Königin Luise.« Hinsichtlich deren der alte Doktor Heim, als der Königin das Sexte oder Siebente geboren werden sollte, ziemlich freiweg von der Notwendigkeit der Brache gesprochen hatte. »Bisschen stark«, sagte Rex, »ganz im alten Heimstil, aber freilich, Königinnen lassen sich viel gefallen.« »Und wie nahm es die Prinzessin auf?« »Oh«, sie war reizend, lachte, war weder verlegen noch verstimmt, sondern nahm meines Vaters Hand so zutraulich, wie wenn sie seine Tochter gewesen wäre. »Ja, lieber Herr von Stechlin«, sagte sie, »wer A sagt, der muss auch B sagen. Wenn ich diesen Segen durchaus nicht wollte, dann musste ich einen Durchschnittsprinzen heiraten. Da hätte ich vielleicht das gehabt, was der alte Heim empfehlen zu müssen glaubte. Stattdessen aber nahm ich meinen guten Katzler, herrlicher Mann, Sie kennen ihn und wissen, er hat die schöne Einfachheit aller stattlichen Männer.« »Und seine Fähigkeiten, soweit sich überhaupt davon sprechen läßt, haben etwas Einseitiges. Als ich ihn heiratete, war ich deshalb ganz von dem einen Gedanken erfüllt, alles Prinzeßliche von mir abzustreifen und nichts bestehen zu lassen, woraus Übelwollende hätten herleiten können. Ach, sie will immer noch eine Prinzessin sein.« »Ich entschloß mich also für das Bürgerliche und zwar voll und ganz, wie man jetzt, glaube ich, sagt. Was dann kam nun, das war einfach die natürliche Konsequenz.« »Großartig«, sagte Rex, »ich entschlage mich nach solchen Mitteilungen jeder weiteren Opposition, welch ein Maß an Entsagung, denn auch im Nichtentsagen kann ein Entsagen liegen.« »Andauernde Opferung eines Innersten und Höchsten.« »Unglaublich«, lachte Czako. »Rex, Rex, ich habe Ihnen da schon vorhin alle Menschenkenntnis abgesprochen, aber hier übertrumpfen Sie sich selbst. Wer Konventikel leidet, der sollte doch wenigstens die Weiber kennen.« Erinnern Sie sich, Stechlin sagte, sie sei lymphatisch und habe, vergiss mal nicht Augen. Und nun sehen Sie sich den Katzler an. Beinahe sechs Fuß und Rotblond und das eiserne Kreuz. Czako, Sie sind wieder mal frivol. Aber man darf es mit jenen nicht so genau nehmen, das ist das Lawische, was in Ihnen nachspuckt. Latente Sinnlichkeit. »Ja, sehr latent, durchaus vergrabener Schatz. Und ich wollte wohl, dass ich in die Lage käme, besser damit wuchern zu können. Aber« So ging das Gespräch noch eine gute Weile, die große Chaussee, worauf ihr Weg inzwischen wieder eingemündet, stieg allmählich an, und als man den Höhepunkt dieser Steigung erreicht hatte, lag das Kloster samt seinem gleichnamigen Städtchen in verhältnismäßiger Nähe vor ihnen. Auf ihrem Hinriete hatten Rex und Czako so wenig davon zu Gesicht bekommen, dass ein gewisses Betroffensein über die Schönheit, des sich ihnen jetzt darbietenden Landschafts- und Architekturbildes kaum ausbleiben konnte. Czako besonders war ganz aus dem Häuschen, aber auch Rex stimmte mit ein. »Die große Feldsteingiebelwand«, sagte er, »so gewagt im Allgemeinen bestimmte Zeitangaben auf diesem Gebiete sind, möchte ich in das Jahr 1357, also Landbuch Kaiser Karls IV., setzen dürfen.« »Wohl möglich«, lachte Woldemar, »es gibt nämlich Zahlen, die nicht gut widerlegt werden können, und Landbuch Kaiser Karls IV. paßt beinah immer.« Rex hörte darüber hin, weil er in seinem Geiste wieder mal einer allgemeineren und zugleich höheren Auffassung der Dinge zustrebte. »Ja, meine Herren«, hob er an, »das geschmähte Mittelalter, da verstand man's.« »Ich wage den Ausspruch, den ich übrigens nicht einem Kunsthandbuch entnehme, sondern der langsam in mir herangereift ist.« »Die Blattfrage geht über die Stilfrage.« »Jetzt wählt man immer die häßlichste Stelle.« »Im Mittelalter hatte man noch keine Brillen, aber man sah besser.« »Gewiß«, sagte Tschakko, »aber dieser Angriff auf die Brillen, Rex ist nichts für Sie, wer immer mit seinem Pince-nez oder Monocle so viel operiert.« Das Gespräch kam nicht weiter, weil eben in diesem Augenblick mächtige Turmuhrschläge vom Städtchen Wutz her herüberklangen. »Man hielt an, und jeder zählte vier.« »Kaum aber hatte die Uhr ausgeschlagen, so begann eine zweite und tat auch ihre vier Schläge.« »Das ist die Klosteruhr«, sagte Tschakko. »Warum?« »Weil sie nachschlägt, alle Klosteruhren gehen nach, natürlich.« »Aber wie dem auch sei, Freund Woldemar hat uns, glaube ich, für vier Uhr angemeldet, und so werden wir uns eilen müssen.« Ende des sechsten Kapitels Theodor Fontane, der Stechlin Siebtes Kapitel Alle setzten sich denn auch wieder in Trab, mit ihnen Fritz, der dabei näher an die voraufreitenden Herren herankam, das Gespräch schwieg ganz, weil jeder in Erwartung der kommenden Dinge war. Die Chaussée lief hier auf eine gute Strecke zwischen Pappeln hin, als man aber bis in unmittelbare Nähe von Klosterhutz gekommen war, hörten diese Pappeln auf, und der sich mehr und mehr verschmälernde Weg wurde zu beiden Seiten von Feldsteinmauern eingefaßt, über die man alsbald in die verschiedensten Gartenanlagen mit allerhand Küchen und Blumenbeeten und mit vielen Obstbäumen, dazwischen hineinsah. Alle drei ließ ihn jetzt die Pferde wieder in Schritt fallen. »Der Garten hier links«, sagte Woldemar, »ist der Garten der Domina, meiner Tante Adelheid. Etwas primitiv, aber wundervolles Obst. Und hier gleich rechts, da bauen die Stiftsdamen ihren Dill und ihren Mairan. Es sind aber nur ihrer vier, und wenn welche gestorben sind, aber sie sterben selten, so sind es noch weniger.« Unter diesen orientierenden Mitteilungen, die es hier aus seinen Knaben jahren her Weg und Steg kennenden Woldemar, waren alle durch eine Maueröffnung in einen großen Wirtschaftshof eingeritten, »der baulich so ziemlich jegliches enthielt, was hier bis in die Tage des Dreißigjährigen Krieges hinein, der dann freilich alles zerstörte, mal Kloster Wutz gewesen war.« Vom Sattel aus ist sich alles bequem überblicken, das meiste, was sie sahen, waren wirr durcheinandergeworfene, von Baum und Strauch überwachsene Trüngermassen. »Es erinnert mich an den Palatin«, sagte Rex, »nur ins christlich-gotische transponiert.« »Gewiß«, bestätigte Czako lachend, »Soweit ich urteilen kann, sehr ähnlich. Schade, dass Krippenstapel nicht da ist oder Tucheband.« Damit brach das Gespräch wieder ab. In der Tat, wohin man sah, lagen Mauerreste, in die seltsamlich genug die Wohnungen der Klosterfrauen eingebaut waren, zunächst die größere der Domina, daneben die kleineren der vier Stiftsdamen, alles an der vorderen Langseite hin. Dieser Gegenüber aber zog sich eine zweite, parallel laufende Trümmerlinie, darin die Stallgebäude, die Remisen und die Rollkammern untergebracht waren. Verblieben nur noch die zwei Schmalseiten, von denen die eine nichts als eine von Holunderbüschen übergrünte Mauer, die andere dagegen eine hochaufragende, mächtige Giebelwand war, dieselbe, die man schon beim Anritt aus einiger Entfernung gesehen hatte. Sie stand da, wie bereit, alles unter ihrem beständig drohenden Niedersturz zu begraben, und nur das eine konnte wieder beruhigen, dass sich auf höchster Spitze der Wand ein Storchenpaar eingenistet hatte, Störche, deren feines Vorgefühl immer weiß, ob etwas hält oder fällt. Von der Maueröffnung, durch die man eingeritten, bis an die in die Feldsteintrümmer eingebauten Wohngebäude, waren nur wenige Schritte, und als man davor hielt, erschien alsbald die Domina selbst, um ihre Neffen und seine beiden Freunde zu begrüßen. Fritz, der wie überall, so auch hier Bescheid wusste, nahm die Pferde, um sie nach einem an der anderen Seite gelegenen Stallgebäude hinüberzuführen, während Rex und Chaco nach kurzer Vorstellung in den von Schränken umstellten Flur eintraten. »Ich habe dein Telegramm«, sagte die Domina, »erst um ein Uhr erhalten, es geht über Gransee, und der Bote muss weitlaufen.« »Aber sie wollen ihm ein Rad anschaffen, solches, wie jetzt überall Mode ist.« »Ich sage Rad, weil ich das fremde Wort, das so verschieden ausgesprochen wird, nicht leiden kann. Manche sagen Ei, und manche sagen Ski.« »Bildungsprätentionen sind mir fremd, aber man will sich doch auch nicht bloßstellen.« Eine Treppe führte bis in den ersten Stock hinauf, eigentlich war es nur eine Stiege. Die Domina, nachdem sie die Herren bis an die unterste Stufe begleitet hatte, verabschiedete sich hier auf eine Weile. »Du wirst so gut sein, Woldemar, alles in deine Hand zu nehmen. Führe die Herren hinauf. Ich habe unser bescheidenes Klostermahl auf fünf Uhr angeordnet, also noch eine gute halbe Stunde. Bis dahin, meine Herren.« Oben war eine große Blättkammer zur Fremdenstube hergerichtet worden. Ein Waschtisch mit Finkennäpfchen und Krügel in Kleinformat war aufgestellt worden, was in Erwägung der beinahe linniputanischen Raumverhältnisse durchaus passend gewesen wäre. Wenn nicht sechs an ebenso vielen Türhaken hängende Riesenhandtücher das Ensemble wieder gestört hätten. Rex, der sich, ihn drückten die Stiefel, auf kurze zehn Minuten nach einer kleinen Erleichterung sehnte, bediente sich eines eisernen Stiefelknechts, während Chakos ein Gesicht in einer der kleinen Waschschüsseln begrub und beim Abreiben das feste Gewebe der Handtücher lupte. »Sicherlich eigengespinnt, überhaupt, Stechlin, das muss wahr sein. Ihre Tante hat so was, man merkt doch, dass sie das Regiment führt, und wohl schon seit lange. Wenn ich recht gehört, ist sie älter als ihr Papa.« »Oh, viel, beinahe um zehn Jahre, sie wird sechsundsiebzig.« »Ein respektables Alter, und ich muß sagen, wohlkonserviert.« »Ja, man kann es beinahe sagen, das ist eben der Vorzug solcher, die man schlank nennt.« »Beiläufig ein Euphemismus, wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren, und die Zeit natürlich auch, sie kann nichts nehmen, wo sie nichts mehr findet.« »Aber ich denke, Rex tut mir übrigens leider, weil er wieder in seine Stiefel muß, »Wir begeben uns jetzt nach unten und machen uns möglichst liebenwürdig bei der Tante. Sie wird uns wohl schon erwarten, um uns ihren Liebling vorzustellen.« »Wer hieß das?« »Nun, das wechselt, aber da es bloß vier sein können, so kommt jeder bald wieder an die Reihe. Während ich das letzte Mal hier war, war es ein Fräulein von Schmargendorf, »Und es ist leicht möglich, dass jetzt wieder dran ist.« »Eine nette Dame?« »O, ja, ein Pummel.« Und wie vorgeschlagen, nach kurzem Sicherheitsjustieren in der improvisierten Fremdenstube, kehrten alle drei Herren in Tante Adelheits Salon zurück, der niedrig und verblackt und etwas altmodisch war. Die Möbel, lauter Erbschaftsstücke, wirkten in dem niedrigen Raum beinahe grotesk und die schwere Tischdecke mit einer mächtigen, ziemlich modernen Astrallampe drauf, paßte schlecht zu dem Zeissigbauer am Fenster und noch schlechter zu dem über einem kleinen Kaffir hängenden Schlachten Bilde König Wilhelm auf der Höhe von Lippa. Trotzdem hatte dies stihllose Durcheinander etwas Anheimelndes. In dem primitiven Kamin, nur eine Steinplatte mit Rauchfang, war ein Holzfeuer angezündet, beide Fenster standen auf, waren aber durch schwere Gardinen so gut wie wieder geschlossen, und aus dem etwas schief über dem Sofa hängenden Quadratspiegel wuchsen drei Pfauenfedern heraus. Tante Adelheid hatte sich in den Staat geworfen und ihre Karlsbadergranatbrosche vorgesteckt, die der alte Dubslav wegen der sieben mittelgroßen Steine, die einen größeren und buckelartig vorspringenden Umstanden die siebenkurfürstenbrosche nannte. Der hohe, hagere Hals ließ die Domine noch größer und herrischer erscheinen, als sie war, und rechtfertigte durchaus die brüderliche Malice. Wickelkinder, wenn sie sie sehen, werden unruhig, und wenn sie zärtlich wird, fangen sie an zu schreien. Man sah ihr an, dass sie nur immer vorübergehend in einer höheren Gesellschaftssphäre gelebt hatte, sich trotzdem aber zeitlebens der Angewohnen und Zugehörigkeit soeben diesen Kreise bewusst gewesen war. Dass man sie zur Domina gemacht hatte, war nur zu billigen, sie wusste zu rechnen, anzuordnen, und war nicht bloß von sehr gutem, natürlichem Verstand, sondern unter Umständen auch voller Interesse für ganz bestimmte Personen und Dinge. Was aber, trotz solcher Vorzüge, den Verkehr mit ihr schwer machte, das war die tiefe Prosa ihrer Natur, das märkisch Enge, das Misstrauen gegen alles, was die Welt der Schönheit oder gar der Freiheit auch nur streifte. Sie erhob sich, als die drei Herren eintraten und war gegen Rex und Chaco aufs Neue von verbindlichstem entgegenkommen. »Ich muss Ihnen noch einmal aussprechen, meine Herren, wie sehr ich bedauere, Sie nur so kurze Zeit unter meinem Dache sehen zu dürfen.« »Du vergisst mich, liebe Tante«, sagte Woldemar, »ich bleibe dir noch eine gute Weile, mein Zug geht, glaube ich, erst um neun, und bis dahin erzähl ich dir eine Welt und beichte.« »Nein, nein, Woldemar, nicht das, nicht das. Erzählen sollst du mir recht, recht viel. Und ich habe sogar Fragen auf dem Herzen, du weißt wohl schon welche, aber nur nicht beichten. Schon das Wort macht mir jedes Mal ein Unbehagen. Es hat solch ausgesprochen katholischen Beigeschmack. Unser Rentmeister Fix hat recht, wenn er sagt, Beichte sei nichts, weil immer unaufrichtig. Und es habe in Berlin, aber das sei nun freilich schon sehr, sehr lange her, einen geistlichen Gegeben, der habe dem Beichtstuhl einen Satansstuhl genannt. Das finde ich nun offenbar übertrieben und habe mich auch in diesem Sinne zu fix geäußert. Aber andererseits freue ich mich doch immer auf, richtig einem so mutig protestantischen Worte zu begegnen. Mut ist, was uns not tut. Ein fester Protestant, selbst wenn er schroff auftritt, ist mir jedes Mal eine Herzstärkung. Und ich darf ein gleiches Empfinden auch wohl bei Ihnen, Herr von Rex, voraussetzen. Rex verbeugte sich. Woldemar aber sagte zu Czako, Ja, Czako, da sehen Sie's, Sie sind nicht einmal genannt worden. Eine Domina, äh, verzeiht, Tante, bildet eben ein feines Unterscheidungsvermögen aus. Die Tante lächelte gnädig und sagte, Herr von Czako ist Offizier. Es gibt viele Wohnungen in meines Vaters Haus. Das aber muss ich aussprechen. Der Unglaube wächst, und das Katholische wächst auch. Und das Katholische, das ist das Schlimmere. Götzendienst ist schlimmer als Unglaube. Gehst du darin nicht zu weit, liebe Tante? Nein, Woldemar, sieh. Der Unglaube, der ein Nichts ist, kann den lieben Gott nicht beleidigen, aber Götzendienst beleidigt ihn. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, da steht es. Und nun gar der Papst in Rom, der ein Obergott sein will und unfehlbar. Czako, während Rex schwieg und nur seine Verbeugung wiederholte, kam auf die verwegene Idee, für Papst um Papst, um eine Lanze brechen zu wollen, entschlug sich dieses Vorhabens aber, als er wahrnahm, dass die alte Dame ihr Dominagesicht aufsetzte. Etwas war indessen nur eine rasch vorüberziehende Wolke, dann fuhr Tante Adelheid, das Thema wechselnd in schnell wiedergewonnener guter Waune fort. Ich habe die Fenster öffnen lassen, aber auch jetzt noch, meine Herren, ist es ein wenig stickig. Das macht die niedrige Decke. Darf ich Sie vielleicht auffordern, noch eine Promenade durch unseren Garten zu machen? Unser Klostergarten ist eigentlich das Beste, was wir hier haben. Nur der unseres Rentmeisters ist noch gepflegter und größer und liegt auch am See. Er Rentmeister fix, der hier alles zusammenhält, ist uns, wie in wirtschaftlichen Dingen, so auch namentlich in seinen Gartenanlagen, ein Vorbild. Überhaupt ein Charakter voller Mann und dabei treu wie Gold, trotzdem sein Gehalt unbedeutend ist und seine Nebeneinnahmen ganz unsicher in der Luft schweben. Ich hatte fix den auch bitten lassen, mit uns bei Tische zu sein. Er versteht so gut zu plaudern, gut und leicht, ja beinahe freimütig und doch immer durchaus diskret, aber er ist dienstlich verhindert. Die Herren müssen sich also mit mir begnügen und mit einer unserer Konventualinen, einem mir lieben Fräulein, das immer munter und ausgelassen, aber doch zugleich bekenntnisstreng ist, ganz von jener schönen Heiterkeit, die man bloß bei denen findet, deren Glaube feste Wurzel getrieben hat. Ein Gutgewissen ist das beste Ruhigissen, damit hängt es wohl zusammen. Rex, an den sich diese Worte vorzugsweise gerichtet hatten, drückte wiederholt seine Zustimmung aus, während Chaco beklagte, das fix verhindert sei, solche Männer sprechen zu hören, die mit dem Volk Gefühlung haben und genau wissen, wie es einerseits in den Schlössern, andererseits in den Hütten der Armut aussieht, das ist immer in hohem Maße fördernd und lehrreich, und ein Etwas, auf das ich jederzeit ungern verzichte. Gleich danach erhob man sich und ging ins Freie. Der Garten war von sehr ländlicher Art, durch seine ganze Länge hin zog sich ein von Buchsbaumrabatten eingefaßter Gang, neben dem links und rechts in wohlgepflegten Beeten, Rittersporn und Studentenblumen blühten. Gerade in seiner Mitte weitete sich der sonst schmale Weg zu einem runden Platz aus, der auf eine große Glaskugel stand, ganz an die Stechliner erinnernd, nur mit dem Unterschied, dass hier das eingelegte blanke Zinn fehlte. Beide Kugeln stammten natürlich aus der Globsower grünen Hütte. Weiterhin, ganz am Ausgang des Gartens, wurde man eines etwas schiefen Bretterzaunes ansichtig, mit einem Pflaumenbaum dahinter, dessen einer Hauptzweig aus dem Nachbargarten her, in den der Domina überreichte. Rex führte die Tante. Dann folgte Woldemar mit Hauptmann Tschakko weit genug ab von dem vorauffolgenden Paar, um ungeniert miteinander sprechen zu können. »Nun, Tschakko«, sagte Woldemar, »bleiben wir, wenn's sein kann, noch ein bisschen weiter zurück. Ich kann Ihnen gar nichts sagen, wie gern ich in diesem Garten bin, allen Ernstes. Ich habe hier nämlich als Junge hundertmal gespielt und in den Birnbäumen gesessen. Damals standen hier noch etliche hier links, wo jetzt die Moorrübenbeete stehen. Ich mache mir nichts aus Moorrüben, woraus ich übrigens schließe, dass wir heute welche zu Tisch kriegen.« »Wie gefällt Ihnen der Garten?« »Ausgezeichnet. Es ist ja eigentlich ein Bauerngarten, aber doch mit viel Rittersporn drin, und zu jedem Rittersporn gehört eine Stiftsdame.« »Nein, Tschakko, nicht so.« »Sagen Sie mir ganz ernsthaft, ob Sie solche Gärten leiden können.« »Ich kann solche Gärten eigentlich nur leiden, wenn Sie eine Kegelbahn haben.« »Und dieser hier ist wie geschaffen dazu, lang und schmal.« »Alle unsere modernen Kegelbahnen sind zu kurz, wie früher alle Betten zu kurz waren.« »Wenn die Kugel aufsetzt, ist sie auch schon da, und der Bengel unten schreit einen an mit seinem »Acht um den König«.« »Für mich fängt das Vergnügen erst dann, wenn das Brett lang ist und man der Kugel anmerkt, sie möchte links oder rechts abirren.« »Aber die eingeborene Gewalt zwingt Sie zum Ausharren, zum Bleiben auf der rechten Bahn.« »Es hat was Symbolisches oder Pädagogisches oder meinetwegen auch Politisches.« Unter diesem Gespräche waren Sie ganz nach unten hin bis an die Stelle gekommen, wo der nachbarliche Pflaumenbaum seinen Zweig über den Zaun wegstreckte. Neben dem Zaun aber in gleicher Linie mit ihm stand eine grüngestrichene Bank, auf der, von dem Gezweig überdacht, eine Dame saß, mit einem kleinen und runden Hut und einer Adlerfeder. Als sich die Herrschaften ihr näherten, erhob sie sich und schritt auf die Domina zu, dieser die Hand zu küssen, zugleich verneigte sich gegen die drei Herren. »Erlauben Sie mir«, sagte Adelheid, »Sie mit meiner lieben Freundin, Fräulein von Schmargendorf, bekannt zu machen, Hauptmann von Tschakow, Ministerialassessor von Rex, meinen Neffen, liebe Schmargendorf, kennen Sie ja.« Adelheid, als sie so vorgestellt hatte, zog ihre kleine Uhr aus dem Gürtel hervor und sagte, »Wir haben noch zehn Minuten, wenn es Ihnen recht ist, bleiben wir noch in Gottes freier Natur.« »Woldemar, führe meine liebe Freundin, oder lieber Sie, Herr Hauptmann, Fräulein von Schmargendorf wird ohnehin Ihre Tischdame sein.« Fräulein von Schmargendorf war klein und rundlich, einige Vierzig Jahre alt, von kurzem Hals und wenig Teie. Von den sieben Schönheiten, über die jede Evas Tochter Verfügung haben soll, hatte sie, soweit sich ihr Kredit feststellen ließ, nur die Wüste. Sie war sich dessen denn auch bewusst und trug immer dunkle Tuchkleider mit einem Samtbesatz oberhalb der Teie. Dieser Besatz bestand aus drei Dreiecken, deren Spitze nach unten lief. Sie war immer fidel, zunächst aus glücklicher Naturanlage, dann aber auch, weil sie mal gehört hatte, Fidelität erhalte jung. Er lag daran, jung zu sein, obwohl sie keinen rechten Nutzen mehr daraus ziehen konnte. Benachbarte Adelige gab es nicht, der Pastor war natürlich verheiratet und fix auch, und weiter nach unten ging es nicht. Adelheit und Rex waren meist weit voraus, sodass man sich immer erst an der Glaskugel traf, wenn das voranschreitende Paar schon wieder auf dem Rückweg war. Chaco grüßte dann jedes Mal militärisch zur Domina hinüber. Diese selbst war in einem Gespräch mit Rex fest engagiert und verhandelte mit ihm über ein bedrohliches Wachstum des Sektiererwesens. Rex fühlte sich davon getroffen, da er selbst auf dem Punkte stand, Ölvingianer zu werden. Er war aber Lebemann genug, um sich schnell zurechtzufinden und vor allem auf jede nachhaltige Bekämpfung der von Adelheit geäußerten Ansichten zu verzichten. Er lenkte geschickt in das Gebiet des allgemeinen Unglaubens ein, dabei sofort einer vollen Zustimmung begegnend. Ja, die Domina ging weiter und sich abwechselnd auf die Apokalypse und dann wieder auf Fix berufend betonte sie, dass wir am Anfang und vom Ende stünden. Fix gehe freilich wohl etwas zu weit, wenn er eigentlich keinen Tage mehr so recht traue. Das seien nutzlose Beunruhigungen, weshalb sie denn auch in ihn gedrungen sei, von solchen Berechnungen Abstand zu nehmen oder wenigstens alles noch einmal zu prüfen. Keine Zweifel, so schloß sie. Fix ist für Rechnungssachen entschieden, talentiert, aber ich habe ihm trotzdem sagen müssen, dass zwischen Rechnungen und Rechnungen doch immer noch ein Unterschied sei. Czako hatte dem Freireim von Schmargendorf den Arm gereicht, Woldemar, weil der Mittelgang zu schmal war, folgte wenige Schritte hinter den beiden und trat nur immer da, wo der Weg sich erweiterte, vorübergehend an ihre Seite. Wie glücklich ich bin, Herr Hauptmann, sagte die Schmargendorf, ihre Partnerin zu sein, jetzt schon hier und dann später bei Tisch. Czako verneigte sie. Und merkwürdig, fuhr sie fort, dass gerade das Regiment Alexammer Alexander immer so vergnügte Herren hat. Einen Namensvetter von ihnen, oder vielleicht war es auch ihr älterer Herr Bruder, den habe ich noch von einer Einquartierung in der Prignitz her ganz deutlich in Erinnerung, trotzdem es schon an die zwanzig Jahre ist oder mehr. Denn ich war damals noch blutjung und tanzte mit ihrem Herrn Vetter einen richtigen Radova, der um jene Zeit noch in Mode war, aber schon nicht mehr so recht. Und ich habe auch noch den Namenszug und einen kleinen Vers von ihm in meinem Album, »Jegor von Batschko, seconde lieutenant im Regiment Alexander«. »Ja, Herr von Batschko, so kommt man wieder zusammen, oder wenigstens mit einem Herrn gleichen Namens.« Czako schwieg und nickte nur, weil er Richtigstellungen überhaupt nicht liebte. Woldemar aber, der jedes Wort gehört und in Bezug auf solche Dinge kleintlicher als sein Freund, der Hauptmann dachte, wollte durchaus Remedur schaffen und bat, dass Fräulein darauf aufmerksam machen zu dürfen, dass der Herr, der den Vorzug habe, sie zu führen, nicht ein Herr von Batschko, sondern ein Herr von Czako sei. Die kleine Rundliche geriet in eine momentane Verlegenheit, Czako selbst aber kam mir mit großer Courtoisie zu Hilfe. »Lieber Stechlin«, begann er, »ich beschwöre Sie um 66 schocksächsische Schuhzwecken, kommen Sie doch nicht mit solchen Kleinigkeiten, die man jetzt, glaube ich, »Veitäten« nennt. Wenigstens habe ich das Wort immer so übersetzt. »Czako, Batschko, Batschko, Czako, wie kann man davon so viel Aufhebens machen? Name, wissen Sie, ist Schall und Rauch, siehe Goethe, und Sie werden sich doch nicht in Widerspruch mit dem bringen wollen. Dazu reicht es denn doch am Ende nicht aus. »Hihihihi«. »Außer dem, ein Mann wie Sie, der es trotz seines Liberalismus fertigbringt, immer seinen Adel bis wenigstens dritten Kreuzzug zurückzuführen. Ein Mann wie Sie sollte mir doch diese kleine Verwechslung ehrlich gönnen.« »Denn dieser mir in den Schoß gefallene Batschko, Gott sei Dank, daß auch unser einem noch was in den Schoß fallen kann. »Hihihihi.« »Denn dieser mir in den Schoß gefallene Batschko ist doch freilich einfach eine Rang- und Standeserhöhung, ein richtiges Avancement.« »Die Batschkos reichen mindestens bis Huss oder Ziska, und wenn es vielleicht Ungarn sind, bis auf die Hunjadis zurück, während der erste wirkliche Tschako noch keine zweihundert Jahre alt ist. »Und von diesem ersten wirklichen Tschako stammen wir doch natürlich ab«, erwägen sie, bevor es nicht einen wirklichen Tschako gab, also einen steifen grauen Filzhut mit Leder oder Blech beschlagen, er kann es auch keinen von Tschako gegeben haben. Der Adel schreibt sich immer von solchen Dingen seiner Umgebung oder seines Metiers oder seiner Beschäftigung her. Wenn ich wirklich noch mal Lust verspüren sollte, mich standesgemäß zu verheiraten, so scheitere ich vielleicht an der Jugendlichkeit meines Adels und werde mich dann dieser Stunde wehmütig freundlich erinnern, die mich, wenn auch nur durch eine Namensverwechslung, auf einen kurzen Augenblick zu erhöhen trachtete. Woldemar, seiner Philisterei sich bewusst werdend, zog sich wieder zurück, während die Schmargendorf treuherzig sagte, »Sie glauben also wirklich, Herr von, äh, Herr Hauptmann, dass sie von einem Tschako her stammen?« »Soweit solch merkwürdiges Spiel der Natur überhaupt möglich ist, bin ich fest davon durchdrungen.« In diesem Moment, nach abermaliger Passierung des Platzes mit der Glaskugel, erreichte das Paar die Bank unter dem Pflaumen Zweige. Die Schmargendorf hatte schon lange vorher nach zwei großen, dicht zusammensitzenden Pflaumen hinübergeblickt und sagte, während sie jetzt ihre Hand danach ausstreckte, »Nun wollen wir aber ein Vielliebchen essen, Herr Hauptmann, wo, wie hier zwei zusammensitzen, da ist immer ein Vielliebchen.« Eine Definition, der ich mich durchaus anschließe, aber mein gnädiges Fräulein, wenn ich vorschlagen dürfte, mit dieser herrlichen Gabe Gottes doch lieber bis zum Dessert zu warten, das ist ja doch auch die eigentliche Zeit für viel Liebchen. »Nun, wie Sie wollen, Herr Hauptmann, und ich werde diese zwei bis dahin für uns aufheben, aber diese dritte hier, die nicht mehr so ganz dazu gehörte, die werde ich essen, ich esse so gern Pflaumen, und Sie werden sie mir auch gönnen. Alles, alles, eine Welt.« Es schien fast, als ob sich Czako noch weiter über das Pflaumenthema namentlich auch über die sich darin bergenden Wagnisse verbreiten wollte, kam aber nicht dazu, weil eben jetzt ein Diener in weißen Baumwohlhandschuhen augenscheinlich eine Gelegenheitsschöpfung in der Hoftür sichtbar wurde. Dies war das mit der Domina verabreitete Zeichen, das der Tisch gedeckt sei. Die Schmargendorf, ebenfalls eingeweiht in diese zu raschen, entschlüssen drängende Zeichensprache, bückte sich deshalb, um vom einen der Gemüsebeete rasch noch ein großes Kleeblatt abzubrechen, auf das sie sorglich die beiden rotgetüpfelten Pflaumen legte. Gleich danach, aber aufs Neue des Hauptmanns armnehmend, schritt sie unter Vorantritt der Domina auf Hof und Flur und ganz zuletzt auf den Salon zu, der sich inzwischen in manchem Stücke verändert hatte, vor allem darin, dass neben dem Kamin eine zweite Konventualin stand, in dunkler Seide, mit Kopfschleifen und tiefliegenden, starren Kakadu-Augen, die in das Wesen aller Dinge einzudringen schienen. Ah, meine Liebste, sagte die Domina auf diese zweite Konventualin zuschreitend, es freut mich herzlich, dass Sie sich trotz Migräne noch herausgemacht haben, wir wären sonst ohne dritte Tischdame geblieben. Erlauben Sie mir vorzustellen, Herr von Rex, Herr von Czako, Fräulein von Triglaff aus dem Hause Triglaff. Rex und Czako verbeugten sich, während Woldemar, dem sie keine Fremde war, an die Konventualin herantrat, um ein Wort der Begrüßung an sie zu richten. Czako, die Triglaff unwillkürlich musternd, war sofort von einer ihn frappierenden Ähnlichkeit betroffen und flüsterte gleich danach, dem sein Monokel wiederholendlich in Angriff nehmenden Rex leise zu, Krippenstapel, weibliche Linie. Rex nickte. Während dieser Vorstellung hatte der im Hintergrund stehende Diener den oberen und unteren Türriegel mit einer gewissen Ostentation zurückgezogen, einen Augenblick noch, und beide Flügel aus dem neben dem Salon gelegenen Esszimmer taten sich mit einer stillen Feierlichkeit auf. Herr von Rex, sagte Domina, darf ich um Ihren Arm bitten? Im Nu war Rex an ihrer Seite, und gleich danach traten alle drei Paare in den Nebenraum ein, auf dessen gastlicher und nicht ohne Geschick hergerichteter Tafel zwei Blumenvasen und zwei silberne Doppelleuchter standen. Auch der Diener war schon in Aktion, er hatte sich inzwischen am Büffet in Front einer Meißerner Suppenterrine aufgestellt, und indem er den Deckel, mit einem abgestoßenen Engel obendrauf, abnahm, stieg der Wrasen wie ein Opferrauch in die Höhe. Achtes Kapitel Tante Adelheid, wenn nichts geradezu Verstimmliches sich ereignete, war von alten Zeiten her eine gute Wirtin, und besaß neben anderem auch jene Direktoral-Augen, die bei Tische so viel bedeuten, aber eine Gabe besaß sie nicht, die, das Gespräch, wie es in einem engsten Zirkel doch sein sollte, zusammenzufassen. So zerfiel denn die kleine Tafelrunde von Anfang an in drei Gruppen, von denen eine, wie wohl nicht absolut schweigsam, doch vorwiegend als Tafelornament diente. Dies war die Gruppe Woldemar Triglaff, und es konnte wohl nicht anders sein. Die Triglaff, wie sich das bei Kakadu-Gesichtern so häufig findet, verbannt in sich den Ausdruck höchster Tiefsinnigkeit mit ganz ungewöhnlicher Umnachtung, und ein letzter Rest von Helle, der ihr vielleicht geblieben sein mochte, war ihr durch eine stupende Triglaff-Vorstellung schließlich doch auch noch abhanden gekommen. Eine direkte Deszendenz von dem gleichnamigen Wendengotte, etwa wie Tschakko von Tschakko, war freilich nicht nachzuweisen, aber doch auch nicht ausgeschlossen, und wenn dergleichen überhaupt Vorkommen oder nach stiller Übereinkunft auch nur allgemein angenommen werden konnte, so war nicht abzusehen, warum gerade sie leer ausgehen oder auf solche Möglichkeit verzichten sollte. Dieser hochgespannten, ganz im Speziellen sich bewegenden Adelsvorstellungen sprach denn auch das gereizte Gefühl, dass sie gegen den Zweig des Hauses Tatten unterhielt, der sich, nach seinem Bomberschen Gute Triglaff, Tatten Triglaff nannte, eine Zubenennung, die ihr der einzig wirklichen Triglaff einfach als ein Übergriff oder doch mindestens als eine Beeinträchtigung erschien. Woldemar, der dies alles kannte, war dagegen gefeit und wusste seinerseits seit lange, wie zu verfahren sei, wenn ihm die Triglaff als Tischnachbarin zufiel. Er hatte sich für diesen Fall, der übrigens öfter eintrat, als ihm lieb war, die Namen aller Konventualinnen auswendig gelernt, die während seiner Kinderzeit in Klosterhutz gelebt hatten und von denen er recht gut wusste, dass sie seit langem tot waren. Er begann aber trotzdem regelmäßig, seine Fragen so zu stellen, als ob das Dasein dieser längst Abgeschiedenen immer noch einer Möglichkeit unterlege. Da war ja hier früher, mein krednigstes Fräulein, eine Drachenhausen, Aurelie von Drachenhausen, und übersiedelte dann, wenn ich nicht irre, nach Kloster Zede nick. Es würde mich liebhaft interessieren, in Erfahrung zu bringen, ob sie noch lebt oder ob sie vielleicht schon tot ist. Die Triglaff nickte. Jaco, dieses Nicken beobachten, sprach sie später gegen Rex dahin aus, dass das alles mit der Abstammung der Triglaff ganz natürlich zusammenhänge. Götzen nicken bloß. Um vieles lebendiger waren Rede und Gegenrede zwischen Tante Adelheit und dem Ministerialassessor, und das Gespräch beider, das nur sittliche Hebungsfragen berührte, hätte durchaus den Charakter einer gemütlichen, aber doch durch Ernst geweihten Synodalplauderei gehabt, wenn sich nicht die Gestalt des Rentmeisters Fix beständig eingedrängt hätte, dieses Domina Protégés, von dem Rex unter Zurückhaltung seiner wahren Meinung immer aufs Neue versicherte, dass in diesem klösterlichen Beamten eine seltene Verquickung von Prinzipienstränge mit Geschäftsgenie vorzuliegen scheine. Das waren die zwei Paare, die den linken Flügel beziehungsweise die Mitte des Tisches bildeten, die beiden Hauptfiguren waren aber doch Tschakko und die Schmargendorf, die ganz nach rechts hinsaßen, in Nähe der dicken Fenstergardinen aus Wollstoff, in deren Falten denn auch vieles glücklicherweise verklang. An die Suppe hatte sich ein Fisch und an diesen ein Linsenpüree mit gehacktem Schinken gereiht und nun wurden gespickte Rebhuhnflügel in einer bekannten Soße, die zugleich Küchengeheimnis der Domina war, herumgereicht. Tschakko, trotzdem er schon dem gebackenen Schinken erheblich zugesprochen hatte, nahm ein zweites Mal auch noch vom Rebhuhngericht und fühlte das Bedürfnis, dies zu motivieren. Eine gesegnete Gegend, ihre Grafschaft hier, begann er, aber freilich heuer auch eine gesegnete Jahreszeit. Gestern Abend bei Dubsla von Stechlin Krammesvögelbrüste, heute bei Adelheid von Stechlin Rebhuhnflügel. »Und was ziehen Sie vor?« fragte die Schmagendorf. »Im Allgemeinen, mein gnädigstes Fräulein, ist die Frage wohl zugunsten ersterer zu entscheiden, aber hier und speziell für mich hat doch wohl der Ausnahmefall gegeben.« »Warum ein Ausnahmefall?« Sie haben recht, eine solche Frage zu stellen, und ich antworte so gut ich kann. Nun, denn in Brust und Flügel, »Hihih«, in Brust und Flügel schlummert, wie mir scheinen will, ein großartiger Gegensatz von Hüben und Trüben. »Es gibt nichts diesseitigeres als Brust, und es gibt nichts jenseitigeres als Flügel. Der Flügel trägt uns, erhebt uns, und deshalb, trotz aller nach der anderen Seite hinliegenden Verlockung, möchte ich alles, was Flügel heißt, doch höher stellen.« Er hatte dies in einem möglichst gedämpften Tone gesprochen, aber es war nicht nötig, weil einerseits die links ihm zunächst sitzende Triglaff aus purem Hochgefühl ihr Ohr gegen alles, was gesprochen wurde, verschloss, während andererseits die Domina, nachdem der Diener allerlei kleine Spitzgläser herumgereicht hatte, ganz ersichtlich mit einer Ansprache beschäftigt war. »Lassen Sie mich Ihnen noch einmal aussprechen,« sagte sie, während sie sich halb erhob, »Wie glücklich es mich macht, Sie in meinem Kloster begrüßen zu können. Herr von Rex, Herr von Czako, Ihr Wohl!« Man stieß an, Rex dankte unmittelbar und sprach, als man sich wieder gesetzt hatte, seine Bewunderung über den schönen Wein aus. »Ich vermute Montefiaskone.« »Vornehmer, Herr von Rex,« sagte Adelheid in guter Stimmung, eine Rangstufe höher, nicht Montefiaskone, den wir allerdings unter meiner Amtsvorgängerin auch hier im Keller hatten, sondern Lackrämme Christi. Mein Bruder, der alles bemängelt, meinte freilich, als ich ihm vor einiger Zeit davon vorsetzte, »Das passe nicht, das sei Begräbniswein, höchstens Wein für Einsegnungen, aber nicht für heitere Zusammenkünfte.« Ein Wort von eigenartiger Bedeutung, darin ich Ihren Herrn Bruder durchaus wiedererkenne. »Gewiß, Herr von Rex, und ich bin mir bewußt, daß uns der Name gerade dieses Weilnes allerlei Rücksichten auferlegt.« »Aber wenn Sie sich vergegenwärtigen wollen, daß wir in einem Stift, einem Kloster sind, und so meine ich, denn der Ort, an dem wir leben, gibt uns doch auch ein Recht und eine Weihe. Kein Zweifel, und ich muß nachträglich die Bedenken Ihres Herrn Bruders als irrtümlich anerkennen, aber wenn ich mich so ausdrücken darf, ein kleidsamer Irrtum. »Auf das Wohl Ihres Herrn Bruders.« Damit schloss das etwas diffizile Zwiegespräch, dem alle mit einiger Verlegenheit gefolgt waren, nur nicht die Schmarken dort. »Ach«, sagte diese, während sie sich halb in den Vorhängen versteckte, »wenn wir von dem Wein tränken, dann hören wir auch immer dieselbe Geschichte. Die Domina muss sich damals sehr über den alten Herr von Stechling geärgert haben. Und doch hat er eigentlich recht, schon der bloße Name stimmt ernst und feierlich, und es liegt was drin, das einem Christenmenschen denn doch zu denken gibt. Und gerade, wie man so recht vergnügt ist.« »Darauf wollen wir anstoßen«, sagte Czako, völlig im Dunkeln lassen, ob er mehr den Christenmenschen oder den Ernst oder das Vergnüg sein meinte. »Und überhaupt«, fuhr die Schmargendorff fort, »die Weine müßten eigentlich alle anders heißen, oder wenigstens sehr, sehr viele.« Ganz meine Meinung, meine gnädigste Sache, Czako, da sind wirklich so manche... Man darf andererseits das Zärtgefühl nicht überspannen. Will man das, so bringen wir uns einfach um die reichsten Quellen wahrer Poesie. Da haben wir beispielsweise, so ganz allgemein und bloß als Gattungsbegriff, die Milch der Greise. zunächst ein durchaus unbeanstandenswertes wort aber alsbald denn unsere sprache liebt solche spiele drehte mannigfache fort und weiterbildungen selbst geschlechtsübersprengungen an uns heran und ehe wir's uns versehen hat sich die milch der greise in eine liebfrauenmilch verwandelt ja liebfrauenmilch die trinken wir auch aber nur selten und es ist auch nicht der name woran ich eigentlich dachte sicherlich nicht meine gnädigste denn wir haben eben noch andere dezidiertere denen gegenüber uns dann nur noch das refugium der französischen aussprache bleibt ja französisch da geht es aber doch auch nicht immer und jedesmal wenn redmeister fix unser gast ist und die trickle auf die flasche hin und her dreht und ich habe gesehen daß sie sie dreimal herumdrehte dann lacht fix übrigens sieht es so aus als ob die domina noch was auf dem herzen hätte sie macht ein so feierliches gesicht oder vielleicht will sie auch bloß die tafel aufheben und wirklich es war so wie die schmagen doch vermutete meine herren sagte die domina daß sie zu meinem leidwesen so früh fort wollen wir haben nur noch ein wenig über eine viertelstunde so geb ich anheim wo wir den kaffee lieber in meinem zimmer nehmen wollen oder draußen unter dem holunderbaum eine gesamtantwort wurde nicht laut aber während man sich unmittelbar danach erhob küßte czako der schmargendorf die hand und sagte mit einem gewissen oder dem holunderbaum also die schmargendorfer stand nicht im entferntesten auf was es sich bezog aber das war czako gleich ihm lag lediglich daran sich ganz privat ihm ganz für sich selbst die schmargendorfer auf einen kurzen aber großen augenblick als käthchen vorstellen zu können im übrigen zeigte es sich daß nicht bloß czako sondern auch rex und woldemar für den holunderbaum waren und so näherte man sich denn diesem es war derselbe baum den die herren schon beim einreiten in den klosterhof gesehen aber in jenem augenblick wenig beachtet hatten jetzt erst bemerkten sie was es mit ihm auf sich habe der baum der uralt sein mochte stand außerhalb des gehöftes war aber ähnlich wie der pflaumenbaum im garten mit seinem gezweig über das zerbröckelte gemäuer fortgewachsen er war an und für sich schon eine pracht was ihm aber noch eine besondere schönheit lieh das war daß sein laubendach von ein paar dahinter stehenden ebereschen bäumen wie durchwachsen war so daß man überall neben den schwarzen fruchtdolten des holunders die leuchtenden roten ebereschenbündel sah auch das verschiedene laub schattierte sich rex und czako waren aufrichtig entzückt beinahe mehr als zulässig denn so reizend die laube selbst war so zweifelhaft war das unmittelbar vor ihnen in großer unordnung und durchaus ermangelnder sauberkeit ausgebreitete hofbild aber bitteresk blieb es doch zusammengemörtelte feldsteinklumpen lagen im hohen grase dazwischen karren und düngerwagen enten und hühnerkörbe während ein kollender trutan von zeit zu zeit bis dicht an die laube herankam sei es aus neugier oder um sich mit der triglaff zu messen als sechs uhr heran war erschien fritz und führte die pferde vor czako bis daraufhin bevor er aber noch an die domina herantreten konnte und ihr einige dankensworte sagte kam die schmargendorf die kurz vorherigen platz verlassen mit einem großen kohlblatt zurück auf den die beiden zusammengewachsenen pflaumen lagen sie wollen mir entgehen herr von czako das hilft ihnen aber nichts ich will mein vielliebchen gewinnen und sie sollen sehen ich siege sie siegen immer meine gnädigste ende des achten kapitels neuntes kapitel rex und czako ritten ab fritz führte woldemars pferd am zügel aber weder die schmargendorf noch die triglaff verwiesen sich als die beiden herren fort und die drei damen samt woldemar in die wohnräume zurückgekehrt waren irgendwie beflissen das feld zu räumen was die domina die wegen zu verhandeln der diffiziler dinge mit ihrem neffen allein sein wollte stark verstimmte sie zeigte das auch war steif und schweigsam und belebte sich erst wieder als die schmargendorf mit einem male glückstrahlen versicherte jetzt wisse sie's sie habe noch eine fotografie die wolle sie gleich an herrn von czako schicken und wenn er dann morgen mittag von cremmen her in berlin einträfe dann wird er brief und bild schon vorfinden und auf der rückseite des bildes ein guten morgen viel liebchen die domina fand alles so lächerlich und unpassend wie nur möglich weil er aber daran lag die schmargendorf loszuwerden so hielt sie mit ihrer wahren meinung zurück und sagte ja liebe schmargendorf wenn sie so was vorhaben dann ist es allerdings die höchste zeit der postbote kann gleich kommen und wirklich die schmargendorf ging nur die triglaff zurücklassend deren auge sich jetzt von der domina zu woldemar hinüber und dann wieder von woldemar zu domina zurückbewegte sie war bei allendem ganz unbefangen ein verlangen etwas zu belauschen oder von ungefähren familienangelegenheiten eingeweiht zu werden lag ihr völlig fern und alles was sie trotzdem zum ausharren bestimmte war lediglich der wunsch solchem historischen beisammensein eine durch ihre triglaff gegenwart gesteigerte weihe zu geben indessen schließlich ging auch sie man hatte sich wenig um sie gekümmert und tante und neffe ließen sich als jetzt allein waren in zwei braune plüschfoteus erbstücke noch vom schloss stechlin her nieder woldemar allerdings mit äußerster vorsicht weil die sprungfedern bereits ihnen altersgrad erreicht hatten wo sie nicht nur einen dumpfen ton von sich geben sondern auch zu stechen anfangen die tante merkte nichts davon war vielmehr froh ihren neffen endlich allein zu haben und sagte mit rasch wiedergewonnenem behagen ich hätte dir schon bei tisch gern was besseres an die seite geben aber wir haben hier wie du weißt nur unsere vier konventualinnen und von diesen vieren sind die schmargendorf und die triglaff immer noch die besten unsere gute schimonski die morgen einundachtzig wird ist eigentlich ein schatz aber leider stocktaub und die tischendorf die mal gouvernante bei den esterhasis war und auch noch den fürsten schwarzenberg dessen freund paris verbrannte gekannt hat die hätte ich natürlich solchem feinen herrn wie den herrn von rex gerne vorgesetzt aber es ist ein unglück die arme person die tischendorf ist so zittrig und kann den löffel nicht mehr recht halten hab ich denn doch lieber die triglaff genommen sie ist sehr dumm aber doch wenigstens manierlich so viel muß man ja lassen und die schmargendorf woldemar lachte ja du lachst und ich will dir auch nicht bestreiten daß man über die gute seele lachen kann aber sie hat doch auch etwas gehaltvolles in ihrer natur was sich erst neulich wieder in einem intimen gespräch mit unserm fix zeigte der trotz aller bekenntnisstränge die selbst koseleger ihm zugesteht zu unserem letzten wisstabend euter äußerungen tat die wir alle tief bedauern mußten wir die wir die wisstpartie machten nun schon ganz gewiss aber auch die gute taube schimonski der wir weil sie uns so aufgeregt sah alles auf einen zettel schreiben mußten und was war es denn ach es handelte sich um das was uns allen wie du dir denken kannst jetzt das teuerste bedeutet um den wortlaut und denke dir unser fix war dagegen er mußte wohl denselben tag was gelesen haben was ihn abtrümmig gemacht hatte personen wie fix sind sehr bestimmbar und kurz und gut er sagte das mit dem wortlaut das ginge nicht länger mehr die werte wären jetzt anders und weil die werte nicht mehr dieselben wären müssten auch die worte sich danach richten und müssten gemodelt werden er sagte gemodelt aber was er am meisten immer wieder betonte das waren die werte und die notwendigkeit der umwertung und was sagte die schmargendorf dazu du hast ganz recht mich dabei wieder auf die schmargendorf zu bringen nun die war außer sich und hatte die darauffolgende nacht nicht schlafen können erst gegen morgen kam ihr ein tiefer schlaf und da sah sie so wenigstens hat sie mir und dem superintendenten versichert einen engel der mit einem flammenfinger immer auf ein buch wies und in dem buch auf ein und dieselbe stelle welche stelle ja darüber war ein streit die schmargendorf hatte sie genau gelesen wollte sie her sagen aber sie sagte sie falsch weil sie sonntags in der kirche nie recht aufpasst und wir sagten ihr das auch und denke dir sie widersprach nicht und blieb überhaupt ganz ruhig dabei ja sagte sie sie wisse recht gut dass sie die stelle falsch her gesagt hätte sie habe nie was richtig her sagen können aber das wisse sie ganz genau die stelle mit dem flammenfinger das sei doch wortlaut gewesen und das hast du wirklich alles geglaubt liebe tante diese gute schmargendorf ich will ja gerne folgen aber was ihren traum angeht da kann ich beim besten willen nicht mit es werde ja ein amtmann erschienen sein oder ein pastor dreißig jahre früher wäre es ein student gewesen ach woldemar spricht doch nicht so das ist ja die neue façon in der die berliner sprechen und in dem punkt ist einer wieder andere dein freund czako spricht auch so du murkierst dich jetzt über die gute schmargendorf und dein freund der hauptmann soviel hab ich ganz deutlich gesehen tat es auch und hat sie bei tische geutzt geutzt du wunderst dich über das wort und ich wundere mich selber darüber aber daran ist auch unser guter fix schuld der ist alle monate mal nach berlin rüber und wenn er dann wieder kommt dann bringt er so was mit und wiewohl ich's unpassend finde nehm ich's doch an und die schmargendorf auch bloß die triglaff nicht und natürlich die gute schimonski auch nicht wegen der taubheit ja woldemar ich sage geutzt und dein frauen czako hätte es lieber unterlassen sollen aber das muß wahr sein er ist amüsant wenn auch ein bißchen auf der wippe siehst du ihn oft nein liebe tante nicht oft bedenke die weiten entfernungen von unserer kaserne bis zu seiner oder auch umgekehrt das ist eine kleine reise dazu kommt noch daß wir vor unserm halleschen tor eigentlich gar nichts haben bloß die kirchhöfe das tempelhoferfeld und das roterstift aber ihr habt doch die pferdebahn wenn ihr irgendwo hinwollt beinah muß ich sagen leider denn es geht mir immer einen stich wenn ich mal in berlin bin so die offiziere zu sehen wie sie da hinten stehen und platz machen wenn eine madame aufsteigt manchmal mit nem korb und manchmal auch mit ner spreewalzsamme mir immer ein horreur ja die pferdebahn liebe tante die haben wir freilich und man kann mit ihr in einer halben stunde bis in czakos kaserne der weite weg ist es auch eigentlich nicht wenigstens nicht allein weshalb ich czako so selten sehe der hauptgrund ist doch wohl der er passt nicht so ganz zu uns und eigentlich auch kaum zu meinem regiment er ist ein guter kerl aber ein äquivoken mensch und erzählt immer nach mit der nacht geschichten wenn man ihn allein hat geht es aber hat er ein publikum dann kribbelt es ihn ordentlich und je feiner das publikum ist desto mehr er hat mich schon oft in verlegenheit gebracht ich muß sagen ich habe ihn sehr gern aber gesellschaftlich ist ihm rex doch sehr überlegen ja rex natürlich das hab ich auch gleich bemerkt ohne mir weiter rechenschaft darüber zu geben du wirst es aber wissen wodurch er ihm überlegen ist nur durch vieles erstens wenn man die firma familien abwägt rex ist mehr als czako und dann ist rex kavallerist aber ich denke er ist ministerial assessor ja das ist er auch aber nebenher oder vielleicht noch darüber hinaus ist er offizier und sogar in unserer dragonerbrigade das freut mich da ist er so gut wie ein spezialkamerad von dir ich kann das zugeben und doch auch wieder nicht denn erstens ist er in der reserve und zweitens steht er bei den zweiten dragonern macht das nen unterschied gott tante wie man's nehmen will ja und nein bei mars la tour haben wir dieselbe attacke geritten und doch und doch ist da ein gewisses sage nichts französisches das verdrießt mich immer manche sagen jetzt ja auch englisches was mir noch weniger gefällt aber lassen wir das ich finde nur es wäre doch schrecklich wenn es so bloß nach der zahl ginge was sollte denn da das regiment anfangen bei dem ein bruder unserer guten schmargendorf steht es ist glaube ich das hundertfünfundvierzigste ja wenn es so hoch kommt dann vertut es sich wieder aber so bei der garde die domina schüttelte den kopf darin mein lieber woldemar kann ich dir doch kaum folgen unser fix sagt mitunter ich sei zu exklusiv aber so exklusiv bin ich doch noch lange nicht und solch verstandesmensch wie du bist so ruhig und dabei so abgeklärt wie man sie jetzt sagen und gott vergib mir die sünde auch so liberal worüber selbst dein vater klagt und nun kommst du mir mit solchem vorurteil ja verzeih mir das wort mit solchen überheblichkeiten ich erkenne dich darin gar nicht wieder und wenn ich nun das erste garderegiment nehme das ist ja doch auch ein erstes ist es denn mehr als das zweite man kann ja sagen soviel will ich zugeben sie haben die blechmützen und sehen aus als ob sie lauter holländerinnen heiraten wollten was ihnen schon gefallen sollte den holländerinnen nun denen auch lachte die tante aber ich meinte jetzt unsere leute missverstehe mich übrigens nicht ich weiß recht gut was er mit den großen grenadieren auf sich hat aber die anderen sind doch ebenso gut und potsdam ist doch schließlich bloß potsdam ja tante das ist es ja eben daß sie noch immer in potsdam sind das macht es deshalb ist es auch nach wie vor die potsdamer und das wort erstes spielt allerdings auch mit ein alter römer mit dessen namen ich dich nicht behelligen will der wollte in seinem potsdam lieber der erste sein als in seinem berlin der zweite wer der erste ist nun der ist eben der erste und als die andern aufstanden da hatte dieser erste schon seinen morgenspaziergang gemacht und mitunter was für einen sieh als das zweite garderegiment geboren wurde da hatten sie die mit dem blechmützen schon den ganzen siebenjährigen krieg hinter sich es ist damit wie mit dem ältesten sohn der älteste sohn kann unter umständen dümmer und schlechter sein als sein bruder aber er ist der älteste das kann ihm keiner nehmen und das gibt ihm einen gewissen vorrang auch wenn er sonst gar keinen vorzug hat alles ist göttliches geschenk warum ist der eine hübsch und der andere hässlich und nun gar erst die damen in das eine fräulein verliebt sich alles und das andere spielt bloß mauerblümchen es wird jedem seine stelle gegeben so ist es auch mit unserem regiment wir mögen nicht besser sein als die andern aber wir sind die ersten wir haben die nummer eins ich kann da beim besten willen nicht rächen mit woldemar was in unserer armee den ausschlag gibt das ist doch immer die schneidigkeit liebe tante sprich wovon du willst nur nicht davon das ist ein wort für kleine garnisonen wir wissen was wir zu tun haben dienst ist alles und schneidigkeit ist bloß rennermisterei und das ist das was bei uns am niedrigsten steht gut woldemar was du da zuletzt gesagt hast das gefällt mir und in diesem punkte muß ich auch deinen vater loben er hat vieles was mir nicht zusagt aber darin ist er doch ein echter stechlin und du bist auch so und das hab ich immer gefunden alle die so sind die schießen zuletzt doch den vogel ab ganz besonders auch bei den damen dieses bei den damen war nicht ohne absicht gesprochen und schien auf das bis dahin vorsichtig vermiedene hauptthema hinüberführen zu wollen aber ehe die tante noch eine direkte frage stellen konnte wurde der rentmeister gemeldet der in diesem augenblick sehr ungelegen kam die domina wandte sich den auch in sichtlicher verstimmung an woldemar und sagte soll ich ihn fortschicken er wird kaum gehen liebe tante nun denn und gleich danach trat fix ein zehntes kapitel während woldemar und die domina miteinander plauderten erst im tete a tete dann in gegenwart von rentmeister fix ritten rex und czako fritz mit dem leimpferd folgend auf cremmen zu das war noch eine tüchtige strecke gute drei meilen aber trotzdem waren beide reiter übereingekommen nichts zu übereilen und sich's nach möglichkeit bequem zu machen es ist am ende gleichgültig ob wir um acht oder um neun über den cremmerdamm reiten das bisschen abendrot das da drüben noch hinter dem kirchturm steht fritz wie heißt er welcher kirchturm ist es das ist der vulkosche herr haugmann also das bißchen abendrot das da noch hinter dem vulkoschen steht wird ohnehin nicht lange mir vorhalten dunkel wird's also doch und von dem hohen lohe denkmal das ich mir übrigens gerne mal näher angesehen hätte man muss sowas immer auf dem hinwege mitnehmen kommt uns bei tageslicht nichts mehr vor vor die klinge das denkmal liegt etwas ab vom weg schade sagte rex ja man kann es beinah sagen ich für meine person komme schließlich darüber hin aber ein mann wie sie rex sollte dergleichen mehr wallfahrt artig auffassen ach czako sie reden wieder tolles zeug diesmal mit einem kleinen abstecher ins lächerliche was soll wallfahrt hier überhaupt und dann was haben sie gegen wallfahrten und was haben sie gegen die hohen lohes wie sie sich wieder irren ich habe nichts gegen die einen und ich habe nichts gegen die andern alles was ich von wallfahrten gelesen habe hat mich immer nur wünschen lassen mal mit dabei zu sein und ad vocem der hohen lohes so kann ich ihnen nur sagen für die habe ich sogar was übrig in meinem herzen viel viel mehr als für unser eigentliches landgewächs oder wenn sie wollen für unsere autochtonen und das meinen sie ganz ernsthaft ganz ernsthaft und wir wollen mal fünf minuten wie vernünftige leute darüber reden wenn ich sage wie ihr so meine ich natürlich mich denn sie sprechen immer vernünftig vielleicht ein bisschen zu sehr rex lächelte nun gut ich wills ihnen glauben also die hohen lohes fuhr czako fort ja wie steht es damit wie liegt da die sache da kommt hier so anno domini ein burggraf ins land und das land will ihn nicht und er muß sich alles erst erobern die städte beinahe und die schlösser gewiß und die herzen natürlich erst recht und der kaiser sitzt mal wieder weit ab und kann ihm nicht helfen und da hat nun dieser nürnberger burggraf wenns hochkommt ein halbes dutschen menschen um sich schwäbische leute die mit ihm in diese mördergrube hinabsteigen denn ein bisschen so was war es und es geht auch gleich los und die quitzos und die und die die sein wollen rufen die bommern ins land und hier auf diesem alten cremmerdamm stoßen sie zusammen und die paar die da fallen das sind eben die schwaben die's gewagt hatten und mit in den kahn gestiegen waren allen vorauf aber ein graf so ein herr in mittleren jahren der fiel zuerst und versank in den sumpf und da liegt er das heißt sie haben ihn herausgeholt und liegt er in der klosterkirche und dieser eine der da voranfiel der hieß hohenlohe ja czako das weiß ich ja alles das steht schon im brandenburgischen kinderfreund sie denken aber immer sie haben so was allein gepachtet immer vorsichtig recks im kinderfreund steht es gewiß aber was steht nicht alles vom kinderfreund gar nicht zu reden in der bibel und im katechismus und die leute wissen es doch nicht ich zum beispiel ob es nun drinsteht oder nicht drinsteht ich sage nur so hat es angefangen und so läuft der hase noch oder glauben sie daß der alte fürst der jetzt dran ist daß der zu seinem spezialvergnügen in unser sogenanntes reichskanzlerballe gezogen ist drin die bismarckschen nachfolger die sich wahrhaftig nicht danach drängten ihre tage vertrauern ein opfer ist es nicht mehr und nicht weniger und ein opfer bringt auch der alte fürst gerade wie der der damals am kremmer dam als erster fiel und ich sage ihnen recks das ist das was mir imponiert immer da sein wenn not am mann ist die kleinen von hier trotz der loyalität bis auf die knochen die mucken immer bloß auf aber die wirklich vornehmen die gehorchen nicht einem machthaber sondern dem gefühl ihrer pflicht recks war einverstanden und wiederholte nur schade dass wir so spät an dem denkmal vorbeikommen ja schade sagte czako wir müssen es uns aber schenken im übrigen denke ich lassen wir in dem was wir uns noch weiter zu sagen haben die hohen lois aus dem spiel anderes liegt uns heute näher wie hat ihnen denn eigentlich die schmargendorf gefallen ich werde mich hüten czako ihnen darauf zu antworten außerdem haben sie sie durch den garten geführt nicht ich und mir war immer als ob ich faust und gretchen sähe lachte natürlich schwebt ihnen das andere paar vor und ich bin nicht böse darüber die rolle die mir dabei zufällt der mit der hahnenfeder ist doch am ende ne anderen nummer als der sentimentale habe nun ach man diese mephister rolle sag ich gefällt mir besser und was die schmargendorf angeht so kann ich nur sagen von meiner marta lass ich nicht czako sie münden wieder ins frivole gut gut recks sie werden unwirschen sie sollen recht haben lassen wir also die schmargendorf so gut wie die hohen lois aber über die domina ließ es sich vielleicht sprechen und sind wir erst bei der tante so sind wir auch bald bei dem neffen ich fürchte unser freund woldemar befindet sich in diesem augenblick in einer scharfen zwickmühle die domina liegt ihm seit jahr und tage hat mir selber andeutungen darüber gemacht mit heiratsplänen in den ohren mutmaßlich weil er die vorstellung einer stechlinlosen welt einfach ein schrecknis ist solche alten jungfer mit einer granatbrosche haben immer eine merkwürdig hohe meinung von ihrer familie freilich auch andere die klüger sein sollten unserer leute gefallen sich nun mal in der idee sie hingen mit dem fortbestande der göttlichen weltordnung aufs engste zusammen in wahrheit liegt es so dass wir sämtlich bald abkommen können ohne die czakos geht es nun schon ganz gewiss wofür sozusagen historisch symbolisch der beweis erbracht ist und die rex vor diesem namen mach ich halt wer's ihnen glaubt aber lassen wir die rex und lassen wir die czakos und bleiben wir bei den stechlins will sagen bei unserm freund woldemar die tante will ihn verheiraten darin haben sie recht und ich habe wohl auch recht wenn ich das eine heikle lage nenne denn ich glaube daß er sich seine freiheit wahren will und mit bewusstsein auf den zölibatär lossteuert ein glauben indem sie sich lieber czako wie jedesmal wenn sie zu glauben anfangen in einem großen irrtum befinden das kann nicht sein es kann nicht bloß sein es ist und ich wundere mich nur daß gerade sie der sie doch sonst das gras wachsen hören und allen gesellschaftsklatsch kennen wie kaum ein zweiter daß gerade sie von dem kein sterbenswörtchen vernommen haben sollen sie verkehren ja doch bei den xylanders ja ich glaube sie da letzten winter mal kämpfenden büffet gesehen zu haben gewiss und da waren an jenem abend auch die berchtesgadens baron und frau und in lebhaftestem gespräche mit diesem bayerischen baron ein distinguierter alter herr und zwei damen und diese drei das waren die barbis die barbis wiederholte czako ein botschaftsrat oder dergleichen ja gewiß ich habe davon gehört aber ich kann mich jedenfalls nicht erinnern ihn und die damen gesehen zu haben und sicherlich nicht an jenem abend wo ja von vorstellen keine rede war die reine völkerschlacht aber sie wollten mir glaube ich von eben diesen barbis erzählen ja das wollte ich ich wollte sie nämlich wissen lassen dass ihr zölibatär seit ausgang vorigen winters in eben diesem hause regelmäßig verkehrt er wird wohl in vielen häusern verkehren möglich aber nicht sehr wahrscheinlich da das eine haus ihn ganz in anspruch nimmt nun gut so lassen wir ihn bei den barbis aber was bedeutet das das bedeutet daß in einem solchen hause verkehren und sich mit einer tochter verloben so ziemlich ein und dasselbe ist bloß eine frage der zeit und die tante wird sich damit aussöhnen müssen auch wenn sie wie beinahe gewiß über ihr herzblatt bereits anders verfügt haben sollte solche dinge begleiten sich indessen fast immer unser woldemar wird sich aber mittlerweile vor ganz andere schwierigkeiten gestellt sehen und die wären ist er nicht vornehm genug oder man kiert vielleicht gegen liebe nein jaco von man kieren der gegenliebe wie sie sich auszudrücken belieben kann keine rede sein die schwierigkeiten liegen in etwas anderem das sind nämlich wie ich mir schon anzudeuten erlaubte zwei kommtesten im hause nun die jüngere wird es wohl werden schon weil sie eben die jüngere ist ab so ganz sicher ist es doch keineswegs denn auch die ältere obwohl schon über dreißig ist sehr reizend und zum überfluß auch noch witwe das heißt eigentlich nicht witwe sondern richtiger eine gleich nach der ehe geschiedene frau sie war nur ein halbes jahr verheiratet oder vielleicht auch nicht verheiratet verheiratet oder vielleicht auch nicht verheiratet wiederholte czako während er unwillkürlich sein pferd anhielt aber rex das ist ja hoch bekannt und daß ich erst heute davon höre und noch dazu durch sie der sie sich von solchen dingen doch sonst entsetzt abweilen müßten aber so seid ihr konventikler schließlich ist all dergleichen doch eigentlich euer lieblingsfeld und nun erzählen sie weiter ich bin neugierig wie ein backfisch wer war denn der unglücklich glückliche sie meinen wenn ich sie recht verstehe wer es war der diese ältere komtesse heiratete nun dieser glücklich unglückliche oder vielleicht auch umgekehrt war auch graf sogar ein italienischer vorausgesetzt daß sie dies als eine steigerung ansehen und hatte natürlich einen echt italienischen namen derselbe name wie der des florentinischen bildhauers von dem die berühmten türen herrühren welche türen nun die berühmten baptisteriumstüren in florenz von denen michelangelo gesagt haben soll sie wären wert den eingang zum paradies zu bilden diese türen heißen denn auch ihrem großen künstler zu ehren die gebärtischen türen übrigens eine sache von der ein mann wie sie was wissen müsste ja rex sie haben gut reden von wissen müssen sie sind aus einem großen haus haben mutmaßlich einen frommen kandidaten als lehrer gehabt und sind dann auf reisen gegangen wo man so feine dinge wegkriegt aber ich ich bin aus ostrovo das ändert nichts doch doch rex italienische kunst ich bitte sie wo soll dergleichen bei mir herkommen was hänschen nicht lernt dabei bleibt es nun mal ich erinnere mich noch ganz deutlich einer auktion in ostrovo bei der es war in einem kommerzenrätlichen hause schließlich ein roter kasten zur versteigerung kam ein kasten mit doppelbildern und einem operngucker dazu der aber keiner war und all das kaufte sich meine mutter und an diesem stereoskopenkasten ein wort das ich damals noch nicht kannte habe ich meine italienische kunst gelernt die türen waren aber nicht dabei was können sie da groß verlangen ich habe wenn sie das wort gelten lassen wollen eine panoptikumsbildung rex lachte nun gleich viel also der graf der die ältere komtesse barbie heiratete hieß giberti seiner ehe fehlten indes durchaus die himmelstüren soviel läßt sich mit aller bestimmtheit sagen und deshalb kam es zur scheidung ja mehr die charmante frau charmant ist übrigens ein viel zu plebäisches und minderwertiges wort hat in ihrer empörung den namen gebärte wieder abgetan und alle welt nennt sie jetzt nur noch bei ihrem vornamen und der ist melusine melusine hören sie rex das läßt aber tief blicken unter diesem gespräch waren sie bis an den cremmerdamm herangekommen es dunkelte schon stark und ein gewölk das am himmel hinzog verbarg die mondsichel ein paar mal indessen trat sie hervor und dann sahen sie bei halber beleuchtung das hohen lohe denkmal das unten im luche schimmerte hinunter zu reiten was noch einmal flüchtig in erwägung gezogen wurde verbot sich und so setzten sie sich in einem munteren trab und hielten erst wieder in cremmen vor dem gasthause zu markgrafen otter es schlug eben neun von der nikolai kirche drinnen war man bald in einem lebhaften gespräch in dem sich rex über die in der stadt herrschende gesinnung und kirchlichkeit zu unterrichten suchte der wirt stellte der einen wie der andern ein gleich gutes zeugnis aus und hatte die genugtuung daß ihm rex freundlich zunickte aber sagte sagen sie herr wirt sie haben da ein so schönes billiard ich habe mir jüngst erst sagen lassen wenn's wirklich flott gehe so könne man's im jahr auf dreitausend mark bringen natürlich bei zwölfstündigem arbeitstag wie steht es damit für möglich halt ich es ende des zehnten kapitels nach dem eierhäuschen elftes kapitel die barbys der alte graf und seine zwei töchter lebten seit einer reihe von jahren in berlin und zwar am kronprinzenufer zwischen alsen und moldkebrücke das haus dessen erste etage sie bewohnten unterschied sich ohne sonst irgendwie hervorragend zu sein berlin ist nicht reich an privathäusern die schönheit und eigenart in sich vereinigen immerhin vorteilhaft von seinen nachbarhäusern von denen es durch zwei terrainstreifen getrennt wurde der eine davon ein kleiner baumgarten mit allerlei buschwerk dazwischen der andere ein hofraum mit einem zierlichen malerisch wirkenden stallgebäude dessen obere fenster hinten denen sich die kutscherwohnung befand von wildem wein umwachsen waren schon diese lage des hauses hätte demselben ein bestimmtes maß von aufmerksamkeit gesichert aber auch seine fassade mit ihren zwei lotschen links und rechts ließ die des weges kommenden unwillkürlicher auge darauf richten hier in eben diesen lotschen verbrachte die familie mit vorliebe die früh- und nachmittagsstunden und bevorzugte dabei je nach der jahreszeit mal den zum zimmer des alten grafen gehörigen in pompeianischem rot gehaltenen einbau mal den gleichartigen lotschen die zum zimmer der beiden jungen damen gehörte dazwischen lag ein dritter großer raum der als repräsentations und zugleich als eßzimmer diente das war mit ausnahme der schlaf und wirtschaftsräume das ganze worüber man verfügung hatte man wohnte mithin ziemlich beschränkt hing aber sehr an dem hause so daß ein wohnungswechsel oder auch nur der gedanke daran so gut wie ausgeschlossen war einmal hatte die liebenswürdige besonders mit gräfin melusine befreundete baronin berchtesgaden einen solchen wohnungswechsel in vorschlag gebracht aber nur um sofort einem lebhaften widersprüche zu begegnen ich sehe schon baronin sie führen den ganzen lennestraßen stolz gegen uns ins gefecht ihre lennestraße nun ja wenn's sein muß aber was haben sie da groß sie haben den lessing ganz und den goethe halb und um beides will ich sie beneiden und ihnen auch die spree walssamen in rechnung stellen aber die lennestraßenwelt ist geschlossen sie ist zu sie hat keinen blick ins weite kein wasser das fließt keinen verkehr der flutet wenn ich in unserer nische sitze die lange reihe der herankommenden stadtbahnwaggons vor mir nicht zu nah und nicht zu weit und sehe dabei wie das abendrot den lokomotiven rauch durchglüht und in dem filigranen dach der ausstellungsparktürmchen schimmert was will ihre grüne tiergartenwand dagegen und dabei wies sie die gräfin auf einen geradevoll überdampfenden zug und die baronin gab sich zufrieden ein solcher abend war auch heute die balkontür stand auf und ein kleines feuer im kamin war seine lichter auf den schweren teppich der durch das ganze zimmer hin lag es mochte die sechste stunde sein und die fenster drüben an den häusern der andern seite standen wie in roter glut ganz in der nähe des kamins saß armgard die jüngere tochter in ihrem stuhl zurückgelehnt die linke fußspitze leicht auf den ständer gestemmt die stickerei daran sie bis dahin gearbeitet hatte sie seit es zu dunkeln begann aus der hand gelegt und spielte stattdessen mit einem ballbecher zu dem sie regelmäßig griffen es galt leere minuten auszufüllen sie spielte das spiel sehr geschickt und es gab immer einen kleinen hellen schlag wenn der ball in den becher fiel melusine strand draußen auf dem balkon die hand an die stirn gelegt um sich gegen die blendung der untergehenden sonne zu schützen armgard rief sie in das zimmer hinein komm die sonne geht eben unter lass ich sehe hier lieber in den kamin und ich habe auch schon zwölfmal gefangen weh nun natürlich den ball ich glaube du fingst lieber wen anders und wenn ich dich so da sitzen sehe so kommt es mir fast vor als dächtest du selber auch so und du sitzt so märchenhaft da ach du denkst immer nur an märchen und glaubst weil du melusine heißt und du hast so was wie eine verpflichtung dazu kann sein aber vor allem glaube ich dass ich es getroffen habe weißt du was nun ich kann es so leicht nicht sagen du sitzt zu weit ab dann komm und sag es mir ins ohr und das ist zu viel verlangt denn erstens bin ich die ältere und zweitens bist du's die was von mir will aber ich will es so genau nicht nehmen und dabei ging melusine vom balkon her auf die schwester zu nahm ihr das fangspiel fort und sagte während sie ihr die hand auf die stirn legte du bist verliebt aber melusine was das nun wieder soll und wenn man so klug ist wie du verliebt das ist ja gar nichts etwas verliebt ist man immer gewiß aber in wen da beginnen die fragen und die finessen in diesem augenblick ging die klingel draußen und armgard horchte wie du dich verrätst lachte melusine du horchst und willst wissen wer kommt melusine wollte noch weiter sprechen aber die tür ging bereits auf und litzi die kammerjungfer der beiden schwestern trat ein unmittelbar hinter ihr ein gersonscher livrediener mit einem in einen riemen geschnallten karton er bringt die hüte sagte die kammerjungfer ah die hüte ja armgard da müssen wir freilich unsere frage vertagen was doch wohl auch deine meinung ist bitte stellen sie hin aber litzi du du bleibst du mußt uns helfen du hast einen guten geschmack übrigens ist kein stehspiegel da soll ich ihn holen nein nein laß unsere köpfe worauf es doch bloß ankommt können wir schließlich auch in diesem spiegel sehen ich denke armgard du läßt mir die vorhand dieser mit dem heliotrop und dem stiefmütterchen der ist natürlich für mich er hat den richtigen frauencharakter fast schon witwe unter diesen worten setzte sie sich den hut auf und trat an den spiegel nun litzi sprich ich weiß nicht recht frau gräfin erscheint mir nicht modern genug der den komtesse armgard eben aufsetzt der würde wohl auch für frau gräfin besser passen die hohen straußenfedern wie ein ritterhelm und auch die hutform selbst hier ist noch einer fast ebenso und beinah noch hübscher beide damen stellten sich jetzt vor den spiegel armgard hinter der schwester stehend und größer als diese sah über deren linke schulter fort beide gefielen sich ungemein und schließlich lachten sie weil jeder der andern ansah wie hübsch sie sich fand ich möchte doch beinah glauben sagte melusine kam aber nicht weiter denn in eben diesem augenblicke trat ein in schwarzem frack und es gab ein gekleiderter alter diener ein und meldete rittmeister von stechlin unmittelbar darauf verschien denn auch woldemar selbst und verweigte sich gegen die damen ich fürchte dass ich zu sehr ungelegener stunde komme ganz im gegenteil lieber stechlin um wessetwillen quälen wir uns denn überhaupt mit solchen sachen doch bloß um unserer gebieter willen die man ja vielleicht leider auch noch hat wenn man sie nicht mehr hat immer die liebenswürdige frau keine schmeichelein und dann diese hüte sind wichtig ich nehme es als eine fügung dass sie gerade hinzukommen sie sollen entscheiden wir haben freilich schon lizis meinung angerufen aber lizzi ist zu diplomatisch sie sind soldat und müssen mehr mut haben armgard sprich auch du bist nicht mehr jung genug um noch ewig die verlegene zu spielen ich bin sonst gegen alle gutachten namentlich in prozesssachen ich weiß ein lied davon zu singen aber ein gutachten von ihnen da lasse ich all meine bedenken fallen außerdem bin ich für autoritäten und wenn es überhaupt autoritäten in sachen von geschmack und mode gibt wo wären sie besser zu finden als im regiment ihrer kaiserlich königlichen majestät von großbritannien und indien irland lass ich absichtlich fallen und nehme lieber indien woher allergute geschmack kommt alle alte kultur alle schals und teppiche budda und die weißen elefanten also antreten armgard du natürlich an den rechten flügel denn du bist größer und nun lieber stechlin wie finden sie uns aber meine damen keine feigheiten wie finden sie uns unendlich nett 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 ist kein wort wenigstens kein nettes wort oder wenigstens ungenügend also schlecht wegen zücken das ist gut und zur belohnung die frage wer ist entzückender aber frau gräfin das ist ja die reine geschichte mit dem seligen paris bloß er hatte es viel leichter weil es drei waren aber zwei und dazu noch schwestern wer wer nun wenn es durchaus sein muß sie gnädigste frau schändlicher lügner aber wir behalten diese zwei hüte lizzi gib all das andere zurück und jeserich soll die lampen bringen draußen ein streifen abendrot und hier drinnen ein verglimmendes feuer das ist denn doch zu wenig oder wenn man will zu gemütlich die lampen hatten draußen schon gebrannt sodass sie gleich da waren und nun schließen sie die balkontür jeserich und sagen es ist papa dass der herr rittmeister gekommen papa ist nun nicht gut bei wege wieder die neuralgischen schmerzen aber wenn er hört dass sie da sind so tut er ein übriges sie wissen sie sind sein verzug man weiß immer wenn man verzug ist ich wenigstens habe es immer gewusst das glaube ich das glaube ich wie wollen sie das erklären einfach genug gnädigste gräfin jede sache will gelernt sein alles ist schließlich erfahrung und ich glaube daß ihnen reichlich gelegenheit gegeben wurde der frage vorzug oder nicht vorzug praktisch näher zu treten gut herausgeredet aber nun armgard sage dem herrn von stechlin ich persönlich getraue mich nicht daß wir in einer halben stunde fort müssen oberm haus tristan und isolde was sagen sie dazu nicht zu tristan und isolde nein zu der heikleren frage daß wir eben gehen im selben augenblick wo sie kommen denn ich sehe es ihnen an sie kamen nicht so bloß um pfeifferklock dies willen sie hatten es besser mit uns vor sie wollten bleiben ich bekenne also getroffen und zum zeichen daß sie großmütig sind und verzeihung üben versprechen sie ihnen daß wir sie bald wiedersehen recht recht bald ihr wort darauf und dem papa der sie vielleicht erwartet wenn es jeserich für gut gefunden hat die meldung auszurichten dem papa werde ich sagen sie hätten nicht bleiben können eine verabredung club oder sonst was während woldemar nach diesem abschließenden gespräch mit melusine die treppe hinab stieg und auf den nächsten drutschkenstand zuschritt saß der alte graf in seinem zimmer und sah den rechten fuß auf einen stuhl gelehnt durch das balkonfenster auf den abendhimmel er liebte diese dämmerstunde darin er sich nicht gerne stören ließ am wenigsten gern durch vorzeitig gebrachtes licht und als jeserich der das also wußte jetzt eintrat war es nicht um dem alten grafen die lampe zu bringen sondern nur um ein paar kohlen aufzuschütten wer war denn da jeserich der herr rittmeister so so schade daß er nicht geblieben ist aber freilich was soll er mit mir und der fuß und die schmerzen dadurch wird man auch nicht interessanter armgard und nun gar erst melusine ja da geht es da redet sich schon besser und das wird der rittmeister wohl auch finden aber soviel ist richtig ich spreche gern mit ihm er hat so was ruhiges und gesetztes und immer schlicht und natürlich meinst du nicht auch und glaubst du nicht auch denn warum käme er sonst so oft daß er was vorhat glaub ich auch herr graf na was glaubst du oh gott herr graf ja jeserich du willst nicht raus mit der sprache das hilft dir aber nichts wie denkst du dir die sache jeserich schmunzelte schwieg aber weiter weshalb dem alten grafen nichts übrig blieb als seinerseits fortzufahren natürlich paßt armgard besser weil sie jung ist es ist zu mehr das richtige verhältnis und überhaupt armgard ist sozusagen dran aber weiß der teufel melusine freilich herr graf also du hast doch auch so was gesehen alles dreht sich immer um die wie denkst du dir nun den rittmeister und wo denkst du dir die damen und wie steht es überhaupt ist es die oder ist es die ja herr graf wie soll ich darüber denken mit damen weiß man ja nie vornehm und nicht vornehm klein und groß arm und reich das ist all eins mit unserer lizzi ist es gerade ebenso mit gräfin melusine wenn man denkt es ist so dann ist es so und wenn man denkt es ist so dann ist es wieder so wie meine frau noch lebte gott hab sie selig die sagte auch immer ja jeserich was du dir bloß denkst wir sind eben ein rätsel ach gott sie war ja mal nicht einfach aber das können sie mir glauben herr graf so sind sie alle hast ganz recht jeserich und deshalb können wir auch nicht gegen an ich freue mich daß du das auch so scharf aufgefaßt hast du bist überhaupt ein menschenkenner und du's bloß her hast du hast so was von nem philosophen hast du schon mal einen gesehen nein herr graf wenn man so viel zu tun hat und immer silber putzen muß ja jeserich das hilft doch nun nicht davon kann ich dich nicht frei machen nein nein so war es ja auch nicht herr graf und ich bin auch fürs alte gute herrschaft und immer denken man gehört so halb wie mit dazu dafür bin ich und manche sollen ja auch mit dazu gehören aber ein bißchen anstrengend ist es doch mit unter und man ist doch am ende auch ein mensch höre jeserich das hab ich dir doch noch nicht abgesprochen nein nein herr graf gottmann sagt so was bloß aber ein bißchen ist es doch damit zwölftes kapitel woldemar wie rex seinem freunde czako als beide über den kremmerdam ritten ganz richtig mitgeteilt hatte verkehrte seit ausgang des winters im barbischen hause das er sehr bald vor anderen häusern seiner bekanntschaft bevorzugte vieles was ihn da fesselte voran die beiden damen aber auch der alte graf er fand ähnlichkeiten selbst in der äußeren erscheinung zwischen dem grafen und seinem papa und in seinem tagebuche das er trotz sonstiger modernität in altmodischer weise von jung anführte hat er sich gleich am ersten abend über eine gewisse verwandtschaft zwischen den beiden geäußert es hieß da unter dem achtzehnten april ich kann wedel nicht dankbar genug sein mich bei dem barbis eingeführt zu haben alles was er von dem hause gesagt fand sich bestätigt diese gräfin wie charmant und die schwester ebenso trotzdem größere gegensätze kaum denkbar sind an der einen alles temperament und anmut an der anderen alles charakter oder wenn das zu viel gesagt ist schlichtheit festigkeit es bleibt mit den namen doch eine eigene sache die gräfin ist ganz melusine und die komtesse ganz armgard ich habe bis jetzt freilich nur eine diesen namens kennengelernt noch dazu bloß als bühnenfigur und ich muss beständig an diese denken wie sie da ich glaube es war fräulein stolberg die auch das maß hat dem landvogt so mutig in den zügel fällt ganz so wirkt kontesse armgard ich möchte beinahe sagen es lässt sich an ihr wahrnehmen dass ihre mutter eine richtige schweizerin war und dazu der alte graf wie ein zwillingsbruder und papa derselbe bismarckkopf dasselbe humane wesen dieselbe freundlichkeit dieselbe gute laune papa ist aber wohl ausgiebiger und wohl auch origineller vielleicht hat er verschiedene lebensgangliche verschiedenheiten erst geschaffen papa sitzt nun seit richtigen dreißig jahren in seinem rubinerwinkel fest der graf war eben so lange draußen ein botschaftsrat ist eben was andres als ein und an der themse wächst man sich anders aus als am stechlin unsern stechlin dabei natürlich in ehren trotzdem die verwandtschaft bleibt und der alte diener den sie jeserich nennen der ist nun schon ganz und gar unser engelke von kopf bis zur zeh aber was am verwandtesten ist das ist doch die gesamte hausatmosphäre das liberale papa selbst würde zwar darüber lachen er lacht über nichts so sehr wie über liberalismus und doch kenne ich keinen menschen der innerlich so frei wäre wie gerade mein guter alter zugeben wird er's freilich nie und wird in dem glauben sterben morgen tragen sie einen echten alten junker zu grabe das ist er auch aber doch auch wieder das volle gegenteil davon er hat keine spur von selbstzucht und diesen schönen zug auch so selten den hat auch der alte graf nebenher freilich ist der weltmann und das gibt dann den unterschied und das übergewicht er weiß was sie hierzulande nicht wissen oder nicht wissen wollen dass hinterm berge auch noch leute wohnen und mitunter noch ganz andere das waren die worte die woldemar in sein tagebuch eintrug von allem was er gesehen war er angenehm berührt worden auch von haus und wohnung und dazu war guter grund da mehr als er nach seinem ersten besuche wissen konnte das von der gräflichen familie bewohnte haus mit seinen lotschen und seinem diminutiven hof und garten teilte sich in zwei hälften von denen jede noch wieder ihre besonderen annexe hatte zu der beletage gehörte das zur seite gelegene pittoreske hof und stallgebäude darin der gräfliche kutscher her immer residierte während zu den die zweite hälfte des hauses bildenden hochpart der ziemlich selbstverständlich noch das kleine niedrige souterrain gerechnet wurde darin außer portier hartwig selbst dessen frau sein sohn rudolf und seine nichte hedwig wohnten letztere freilich nur zeitweilig und zwar immer nur dann wenn sie was allerdings ziemlich häufig vorkam mal wieder ohne stellung war die wirtin des hauses frau hagelversicherungssekretär schickedanz hätte diesen gelegentlichen aufenthalt der nichte hartwigs eigentlich beanstanden müssen ließ es aber gehen weil hedwig ein heiteres quickes und sehr anstelliges ding war und manches besaß was die schickedanz mit der ungehörigkeit des ewigen dienst wechsel wieder aussöhnte die schickedanz eine frau von sechzig war schon verwitwet als im herbst fünfundachtzig die bar bis einzogen komtesse armgard damals erst zehnjährig frau schickedanz selbst war in jene zeit noch in trauer weil er gatte der versicherungssekretär erst im dezember des voraufgegangenen jahres gestorben war drei tage vor weihnachten ein umstand auf den der hilfsprediger ein junger kandidat in seiner leichenrede beständig hingewesen und die gewollte wirkung auch richtig erzielt hatte allerdings nur bei der schickedanz selbst und einigermaßen auch bei der frau hartwig die während der ganzen rede beständig mit dem kopf genickt und nachträglich ihrem manne bemerkt hatte ja hartwig da liegt doch was drin hartwig selber indes der im gegensatz zu den meisten seines standes humoristisch angeflogen war hatte für die merkwürdige fügung von drei tage vor weihnachten nicht das geringste verständnis gezeigt vielmehr nur die bemerkung dafür gehabt ich weiß nicht mutter was du dir eigentlich dabei denkst dein tag ist wie der andere mal muss man ran worauf die frau jedoch geantwortet hatte ja hartwig das sagst du so immer aber wenn du dran bist dann redest du anders der verstorbene schickedanz hatte wie der tod ihn ankam ein leben hinter sich das sich in zwei sehr verschiedene hälften in eine ganz kleine unbedeutende und in eine ganz große teilte die unbedeutende hälfte hatte lange gedauert die große nur ganz kurz er war ein ziegelstreichersohn aus dem bei potsdam gelegenen dorfe kaputt was er als er aus dem diesem dorfnamen entsprechenden zustande heraus war in gesellschaft guter freunde gern hervorhob es war so ziemlich der einzige witz seines lebens an dem er aber zäh fest hielt weil er sah daß er immer wieder wirkte manche gingen so weit ihm den witz auch noch moralisch gut zu schreiben und behaupteten schickedanz sei nicht bloß ein charakter sondern auch eine bescheidene natur ob dies zutraf wer will es sagen aber das war sicher daß er sich von anfang an als ein aufgeweckter junge gezeigt hatte schon mit sechzehn war er als hilfsschreiber in die deutsch englische hagelversicherungsgesellschaft blueviews eingetreten und hatte mit sechundsechzig sein fünfzigjähriges dienstjubiläum in eben dieser gesellschaft gefeiert das war aus bestimmten gründen ein großer tag gewesen denn als schickedanz ihn erlebte hieß er nur noch so ganz obenhin herr versicherungssekretär war aber in wahrheit über diesen seinen titel weit hinausgewachsen und besaß bereits das schöne haus am kronprinzenufer er hatte sich das leisten können weil er im laufe der letzten fünf jahre zweimal hintereinander ein viertel vom großen lose gewonnen hatte dies sah er sich allerdings als persönliches verdienst angerechnet und wohl auch mit recht denn arbeiten kann jeder das große losgewinnen kann nicht jeder so blieb er denn bei der versicherungsgesellschaft lediglich nur noch als verhätscheltes zierstück weil es damals wie jetzt einen guten eindruck machte personen an der art im dienst oder gar als teilnehmer zu haben an der spitze muss immer ein fürst stehen und schickedanz war jetzt fürst alles drängte sich nicht bloß an ihn sondern seine stammtischfreunde die zu seiner zweimal bewährten glückshand ein unbedingtes vertrauen hatten drangen sogar eine zeitlang in ihn die lotterielose für sie zu ziehen aber keiner gewann was schließlich einen umschlag schuf und einzelne von bösem blick und sogar ganz unsinnigerweise von mogelei sprechen ließ die meisten indessen hielten es für klug ihr übel wollen zurückzuhalten war er doch immerhin ein mann der jedem wenn er wollte deckung und stütze geben konnte ja schickedanz glück und ansehen waren groß am größten natürlich an seinem jubiläumstage nicht zu glauben wer da alles kam nur ein orden kam nicht was denn auch von einigen schickedanz fanatikern sehr missliebig bemerkt wurde besonders schmerzlich empfand es die frau gott er hat doch immer so treu gewählt sagte sie sie kam aber nicht in die lage sich in diesen schmerz einzuleben da schon die nächsten zeiten bestimmt waren ihr schweres zu bringen am 21 september war das jubiläum gewesen am 21 oktober erkrankte er am 21 dezember stark er auf dem notizenzettel den man damals dem kandidaten zugestellt hatte hatte dieser dreimal wiederkehrende einundzwanzigste gefehlt was alles in allem wohl als ein glück angesehen werden konnte weil entgegengesetzten falls die drei tage vor weihnachten entweder gar nicht zustande gekommen aber durch eine oder durch eine geteilte herrschaft in ihrer wirkung abgeschwächt worden wären schickedanz war bei voller besinnung gestorben er rief kurz vor seinem ende seine frau an sein bett und sagte riekchen sei ruhig jeder muss ein testament hab ich nicht gemacht es gibt doch immer bloß zank und streit auf meinem schreibtisch liegt ein briefbogen darauf hab ich alles nötige geschrieben viel wichtiger ist mir das mit dem haus du musst es behalten damit die leute sagen können da wohnt frau schickedanz hausname straßenname das ist überhaupt das beste straßenname dauert noch länger als denkmal gott schickedanz sprich nicht zuviel es strengt dich an ich will es ja alles heilig halten schon aus liebe das ist recht riekchen ja du warst immer eine gute frau wenn wir auch keine nachfolge gehabt haben aber darum bitte ich dich vergiss nie dass es meine puppe war du darfst bloß vornehme leute nehmen reiche leute die bloß reich sind nimm nicht die quengeln bloß und schlagen große haken in die türfüllung und hängen eine schaukel dran überhaupt wenn es sein kann keine kinder hartwiegen unten musst du behalten er ist eigentlich ein klug schmus aber die frau ist gut und der kleine rudolf mein patenkind wenn er ein jahr alt wird soll er hundert taler kriegen taler ich mag und der schullehrerin kaput soll auch hundert taler kriegen der wird sich wundern aber darauf freue ich mich schon und auf dem infalliden friedhof will ich begraben sein wenn es irgendwie geht infallide ist ja doch eigentlich jeder und anu siebzig war ich doch auch mit liebesgaben bis dicht an den feind trotzdem luchterhand immer sagte nicht so nah ran sei freundlich gegen die leute und nicht zu sparsam du bist ein bißchen zu sparsam und bewahre mir einen platz in deinem herzen denn treu warst du das sagt mir eine innere stimme diesem allem hat der riedchen seitdem gelebt die belle etage die leerstand als schickedanz starb blieb noch dreivierteljahre unbewohnt trotzdem sich viele herrschaften meldeten aber sie deckten sich nicht mit der forderung die schickedanz vor seinem hinscheiden gestellt hatte herbst fünfundachtzig kamen dann die barbys die kleine frau sah gleich ja das sind die die mein seliger gemeint hat sie hatte wirklich richtig gewählt in den fast zehn jahren die seitdem verflossen waren war es auch nicht ein einziges mal zu konflikten gekommen mit der gräflichen familie schon gewiß nicht aber auch kaum mit den dienerschaften ein persönlicher verkehr zwischen erdgeschoß und belletage konnte natürlich nicht stattfinden hartwig war einfach der alter ego der mit jeserich alles nötige durchzusprechen hatte kam es aber ausnahmsweise zwischen wirtin und mieter zu irgendeiner begegnung so bewahrte dabei die kleine winzige frau die nie viel war und seit ihres mannes tod noch immer weniger geworden war eine merkwürdig gemessene haltung die jedem mit dem berliner wesen unvertrauten eine verwunderung abgenötigt haben würde riekchen empfand sich nämlich in solchem augenblick durchaus als macht gegen macht wie beinah jedem hierlands geboren war auch hier die gabe wirklichen vergleichen könnens völlig versagt weil jeder echte mit spreewasser getaufte berliner männlich oder weiblich seinen zustand nur an seiner eigenen kleinen vergangenheit nie aber an der welt draußen mißt von der er wenn er ganz echt ist weder eine vorstellung hat noch überhaupt haben will der autotonic kellerwurm wenn er fünfzig jahre später in eine steglitzer villa zieht bildet auch wenn er seiner natur nach eigentlich der bescheidenste mensch ist eine gewisse naive krösusvorstellung in sich aus und glaubt ganz ernsthaft jenen gold und silberkönigen zuzubehören die die welt regieren so war auch die schicke dans hinter einem dachfenster in der georgen kirchstraße geboren an welchem dachfenster sie später für ein weißzeuggeschäft genäht hatte kam ihr ihr leben wenn sie zurückblickte wie ein märchen vor darin sie die rolle der prinzessin spielte dementsprechend durchdrang sie sich still aber stark mit einem hochgefühl das sowohl gelbe wie geburtsgrößen gegenüber auf ebenbürtigkeit lossteuerte sie rangierte sich ein und wies sich soweit ihre historische kenntnis das zuließ einen ganz bestimmten platz an fürst dolgorutzky herzog von devonshire schicke dans die treue die der verstorbene noch in seinem letzten augenblick ihr nachgerühmt hatte steigerte sich mehr und mehr zum kult die vormittagsstunden jedes tages gehörten dem hohen palisanderschrank an darin die jubiläumsgeschenke wohlgeordnet standen ein großer silberpokal mit einem drachentötenden st georg auf dem deckel ein album mit fotografischen aufnahmen aller sehenswürdigkeiten von kaputt eine große huldigungsadresse mit aquarell arabesken mehrere lieder in prachtdruck darunter ein kegelklub lied mit dem refrain alle neune riesensträuße von sonnenblumen ein oreiller mit dem eisernen kreuz und einem aufgehefteten gedicht von einem damenkomitee herrührend in dessen auftrag er schicke dans die liebesgaben bis vor paris gebracht hatte neben dem schrank auf einer eben holzsäule stand eine gipsbüste geschenk eines dem stammtisch angehörigen bildhauers der daraufhin einen leider ausgebliebenen auftragen marmor erwartet hatte vor teus und stühle steckten in großblumigen überzügen desgleichen der kronleuchter in einem gasemantel und an den frontfenstern standen den ganzen winter über maiblumen ricken trug auch maiblumen auf jeder ihrer hauben war überhaupt seit das trauerjahr um war immer hell gekleidet wodurch ihre gestalt noch unkörperlicher wirkte jeden ersten montag im monat war allgemeines reinemachen auch bei wind und kälte dies war immer ein tag größter aufregung und weil jedesmal etwas zerbrochen oder umgestoßen wurde das blieb auch so jahre hin bis das auftreten von hedwig die sich einer sehr geschickten hand erfreute wandel in diesem punkte schaffte die nipsachen zerbrachen nun nicht mehr und ricken war um so glücklicher darüber als hartwig's hübsche nichte wenn sie mal wieder den dienst gekündigt hatte regelmäßig allerhand davon zu erzählen und mit immer neuen und oft sehr intrikaten geschichten ins feld zu rücken wußte die barbys hatten alle ursache mit dem schickedanzischen haus zufrieden zu sein nur eines störte das war daß jeden mittwoch und sonnabend die teppiche geklopft wurden immer gerade zu der stunde wo der alte graf seine nachmittagsruhe halten wollte das verdross ihn eine weile bis er schließlich zu dem ergebnis kann eigentlich bin ich doch selber schuld daran warum setz ich mich immer wieder in die hinterstube statt einfach vorn an mein fenster immer hasardier ich wieder und denke heute bleibt es vielleicht ruhig willst es doch mal versuchen ja der alte graf war nicht bloß froh die wohnung zu haben er hielt auch beinah abergläubisch an ihr fest solange er darin wohnte war es ihm gut ergangen nicht glänzender als früher aber sorgenloser und das sagte er sich jeden neuen tag sein leben so buntes gewesen war trotzdem in gewissem sinne durchschnittsmäßig verlaufen ganz so wie das leben eines preußischen magnaten worunter man in der regel schleswig versteht aber es gibt doch auch noch andere zu verlaufen pflegt im juli gerade als die franzosen algier bombardierten und nebenher das haus bourbon endgültig beseitigten war der graf auf einem der an der mittleren elbe gelegenen barbischen güter geboren worden auf eben diesem gute das landwirtschaftlich einer von fremder hand geführten administration unterstand vergingen ihm die kinderjahre mit zwölf kam er dann auf die ritterakademie mit achtzehn in das regiment gart du gore darin die barbis standen solange es ein gart du gore regiment gab mit dreißig war er rittmeister und führte eine schwadron aber nicht lange mehr auf einem in der nähe von potsdam veranstalteten kavaleriemanöver stürzte er unglücklich und brach den oberschenkel unmittelbar unter der hüfte leidlich genesen ging er nach ragaz um dort völlige wiederherstellung zu suchen und machte hier die bekanntschaft eines alten freiherrn von planta der in alsbald auf seine besitzungen einlud weil diese ganz in der nähe lagen nahm er die einladung nach schloß schuder an hier blieb er länger als erwartet und als er das schön gelegene bergschloß wieder verließt war er mit der tochter und erbin des hauses verlobt es war eine große neigung was sie zusammenführte die junge frei ehen drang alsbald in ihn den dienst zu quittieren und er entsprach dem um so lieber als er seiner völligen wiederherstellung nicht ganz sicher war er nahm also den abschied und trat aus dem militärischen in den diplomatischen dienst über wozu seine bildung sein vermögen seine gesellschaftliche stellung ihn gleichmäßig geeignet erschienen ließen noch im selben jahre ging er nach london erst als attache wurde dann botschaftsrat und blieb in dieser stellung zunächst bis in die tage der aufrichtung des deutschen reiches seine beziehungen sowohl zu der heimisch englischen wie zu der außerenglischen aristokratie waren jederzeit die besten und sein freundschaftsverhältnis zu baron und baronin berchtesgaden entstammte jener zeit er hing sehr an london das englische leben an dem er manches vor allem die geschraubte kirchlichkeit beanstandete war ihm trotzdem außerordentlich sympathisch und er hatte sich daran gewöhnt sich als verwachsen damit anzusehen auch seine familie die frau und die zwei töchter beide wenn auch in großem abstande während der londoner tage geboren teilten des vaters vorliebe für england und englisches leben aber ein harter schlag warf alles um was der was der graf geplant die frau starb plötzlich und der aufenthalt an der ihm so liebgewordenen stätte war ihm vergelbt er nahm in der ersten hälfte der achtziger jahre seine demission ging zunächst auf die plantaschen güter nach graubünden und dann weiter nach süden um sich in florenz sesshaft zu machen die luft die kunst die heiterkeit der menschen alles tat ihm hier wohl und er fühlte dass er genas so weiter genießen konnte glückliche tage brachen für ihn an und sein glück schien sich noch steigern zu wollen als sich die ältere tochter mit dem italienischen grafen ghiberti verlobte die hochzeit folgte beinahe unmittelbar aber die fortdauer dieser ehe stellte sich bald als eine unmöglichkeit heraus und ehe ein jahr um war war die scheidung ausgesprochen kurze zeit danach kehrte der graf nach deutschland zurück dass er seit einem viertel jahrhundert immer nur flüchtig und besuchsweise wieder gesehen hatte sich auf das eine oder andere seiner elbgüter zu begeben widerstand ihm auch jetzt noch und so kam es dass er sich für berlin entschied er nahm wohnung am kronprinzenufer und lebte hier ganz sich seinem hause seinen töchtern von dem verkehr mit der großen welt hielt er sich so weit wie möglich fern und nur ein kleiner kreis von freunden da unter auch die durch einen glücklichen zufall ebenfalls von london nach berlin verschlagenen berg des gartens waren versammelte sich um ihn außer diesen alten freunden waren es vorzugsweise hofbrediger frommel dr wirschowitz und seit letztem frühjahr auch rittmeister von stechlin die den barbischen kreis bildeten an woldemar hatte man sich rasch attachiert und die freundlichen gefühle denen er beim alten grafen sowohl wie bei den töchtern begegnete wurden von allen hausbewohnern geteilt selbst die hartwigs interessierten sich für den rittmeister und wenn er abends an der portierloge vorüberging guckte hedwig neugierig durch das fensterchen und sagte so einen ja das lass ich mir gefallen ende des zwölften kapitels theodor fontane der stechlin diese librivox aufnahme ist in der public domain dreizehntes kapitel woldemar als er sich von den jungen damen im barbischen haus verabschiedet hatte hatte versprechen müssen seinen besuch recht bald zu wiederholen aber was war recht bald er rechnete hin und her und fand daß der dritte tag dem etwa entsprechen würde das war recht bald und doch auch wieder nicht zu früh und so ging er denn als der abend dieses dritten tages da war auf die hallische brücke zu wartete hier die ringbahn ab und fuhr am potsdamer und brandenburger tor vorüber bis an jene sonderbare reichtagsuferstelle wo von mächtiger giebelwand herab bei ein wohl zwanzig fußhohes riesiges kaffeemädchen mit einem ganz kleinen häubchen auf dem kopf freundlich auf die welt der vor übereilenden herniederblickt um ihnen ein paket kneipschen malzkaffee zu präsentieren an dieser echt berlinisch pittoresken ecke stieg woldemar ab um die von hier aus nur noch kurze strecke bis an das kronprinzenufer zu fuß zurückzulegen es war gegen acht als er in dem barbischen hause die mit teppich überdeckte marmortreppe hinaufstieg und die klingel zog im selben augenblick wo jeserich öffnete sah woldemar an des alten verlegenem gesicht daß die damen aller wahrscheinlichkeit nach wieder nicht zu hause waren aber eine verstimmung darüber durfte nicht aufkommen und so ließ er es geschehen daß jeserich ihn bei dem alten grafen meldete der herr graf lassen bitten und nun trat woldemar in das zimmer des wieder einmal von neuralgie geplagten ein der ihm auf einen dicken stock gestützt unter freundlichem gruß entgegenkam aber herr graf sagte woldemar und nahm des alten linken arm um ihn bis an seinen lehnstuhl und eine für den kranken fuß zurechtgemachte stellage zurückzuführen ich fürchte daß ich störe ganz im gegenteil lieber stechlin mir hoch willkommen außerdem hab ich strikten befehl sie gut 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 festzuhalten sie wissen damen sind groß in ahnungen und bei melusine hat es schon geradezu was prophetisches woldemar lächelte sie lächeln lieber stechlin und haben recht denn daß sie nun schließlich doch gegangen ist natürlich zu dem berchtesgadens ist ein beweis daß sie sich und ihrer prophetie doch auch wieder einigermaßen mißtraut aber man ist immer nur klug und weise für andere die doktors machen es ebenso wenn sie sich selber behandeln sollen wälzen sie die verantwortung von sich ab und sterben lieber durch fremde hand aber was spreche ich nur immer von melusine freilich wer in unserem hause so gut bescheid weiß wie sie wird nichts überraschliches darin finden und zugleich wissen sie wie es gemeint ist armgard ist übrigens in sicht keine zehn minuten mehr so werden wir sie hier haben ist sie mit bei der baronin nein sie dürfen sie nicht so weit suchen armgard ist in ihrem zimmer und dr wirschowitz ist bei ihr es kann aber nicht lange mehr dauern aber ich bitte sie herr graf ist die komtesse krank gott sei dank nein und wirschowitz ist auch kein medizindoktor sondern ein musikdoktor sie haben von ihm rein zufällig noch nicht gehört weil erst vorige woche nach einer langen langen pause die musikstunden wieder aufgenommen wurden er ist aber schon seit jahr und tag armgards lehrer musikdoktor gibt es denn die lieber stechlin es gibt alles also natürlich auch das und so sehr ich im ganzen gegen die doktor hascherei bin so liegt es hier doch so daß ich den armen wrschowitz seinen musikdoktor gönnen oder doch mindestens verzeihen muß er hat den titel auch noch nicht lange das klingt ja fast wie eine geschichte trifft auch zu können sie sich denken dass wirschowitz aus einer art verzweiflung doktor geworden ist kaum und wenn kein geheimnis durchaus nicht nur ein kuriosum wirschowitz hieß nämlich bis vor zwei jahren wo er als klavierlehrer aber als ein hörer denn er hat auch eine oper komponiert in unser haus kam einfach nils wirschowitz und er ist bloß doktor geworden um den nils auf seiner visitenkarte loszuwerden und das ist ihm auch geglückt ich glaube ja wie wohl es immer noch vorkommt daß ihn einzelne ganz wie früher nils nennen entweder aus zufall oder auch aus schändlichkeit im letzten fall sind es immer kollegen denn die musiker sind die boshaftesten menschen meist denkt man die prediger und die schauspieler seien die schlimmsten aber weit gefehlt die musiker sind ihnen über und ganz besonders schlimm sind die die sogenannte heilige musik machen ich habe dergleichen auch schon gehört sagte woldemar aber was ist das nur mit nils nils ist doch allen für sich ein hübscher und ganz harmloser name nichts anzügliches darin gewiß nicht aber wirschowitz und nils er litt glaub ich unter diesem gegensatz woldemar lachte das kenn ich das kenn ich von meinem vater her der dubslav heißt was ihm auch immer höchst unbequem war und erreichen wohl nicht hundertmal daß ich ihn wegen dieses namens seinen vater habe verklagen hören genauso hier fuhr der graf in seiner erzählung fort wirschowitz vater ein kleiner kapellmeister an der tschechisch polnischen grenze war ein nils gadeschwärmer woraufhin er seinen jungen einfach nils taufte das war nun wegen des kontrastes schon gerade bedenklich genug aber was das eigentlich bedenkliche kam noch erst als der allmählich ein scharfer wagnerianer werdende wurschowitz sich zum direkten nilsgade verächter ausbildete nilsgade war ihm der inbegriff alles trivialen und unbedeutenden und dazu kam noch wie das amen in der kirche daß unser junger freund wenn er als nils wurschowitz vorgestellt wurde mit einer art sicherheit der phrase begegnete nils ah nils ein schöner name innerhalb unserer musikalischen welt und hocherfreulich ihn hier zum zweiten mal vertreten zu sehen all das konnte der arme kerl auf die dauer nicht aushalten und so kam er auf den gedanken den vornamen auf seiner karte durch einen doktortitel weg zu eskamotieren woldemar nickte jedenfalls lieber stechlin sehen sie daraus zur genüge dass unser wirschowitz als richtiger künstler in die gruppe gens irritabilis gehört und wenn armgard ihn vielleicht aufgefordert haben sollte zum tee zu bleiben so bitte ich sie herzlich dieser reißbarkeit eingedenkt zu sein und wenn irgend möglich vermeiden sie beziehungen auf die ganze skandinavische welt besonders aber auf dänemark direkt er widdert überall verrat übrigens wenn man auf seiner hut ist ist er ein feiner und gebildeter mann ich hab ihn eigentlich gern weil er anders ist wie andere der alte graf behielt recht mit seiner vermutung armgard hatte den doktor wirschowitz aufgefordert zu bleiben und als bald danach jeserich eintrat um den grafen und woldemar zum tee zu bitten fanden diese beim eintritt in das mittelzimmer nicht nur armgard sondern auch wirschowitz vor der die finger ineinander gefaltet mitten in dem salon stand und die an der büffewand hängenden bilder mit jenem eigentümlichen mischausdruck von aufrichtigem gelangweilt sein und erkünsteltem interesse musterte der rittmeister hatte dem grafen wieder seinen armgeboten armgard ging auf woldemar zu und sprach ihm ihre freude aus daß er gekommen auch melusine werde gewiß bald da sein sie habe noch zuletzt gesagt du sollst sehen heute kommt stechlin danach wandte sich die junge komtesse wieder wrschowitz zu der sich eben in das von hubert herkommer gemalte bild der verstorbenen gräfin vertieft zu haben schien und sagte gegenseitig vorstellend dr wrschowitz rittmeister von stechlin woldemar seiner instruktion ein gedenk verbeugte sich sehr artig während wrschowitz ziemlich ablehnend seinem gesicht den stolzen doppelausdruck von künstler und husiten gab der alte graf hatte mittlerweile platz genommen entschuldigte sich mit der unglücklichen stellage beschwerlich fallen zu müssen und bat die beiden herren sich neben ihn niederzulassen während armgard dem vater gegenüber an der anderen schmalseite des tisches saß der alte graf nahm seine tasse tee schob den cognac des tees besseren teil mit einem humoristischen seufzer beiseite und sagte während er sich links zu wrschowitz wandte wenn ich recht gehört habe so ein bisschen vom musikalischem ohr ist mir geblieben so war es chopin was armgard zu beginn der stunde spielte wrschowitz verneigte sich chopin für den ich eine vorliebe habe wie für alle polen vorausgesetzt dass sie musiker oder dichter oder auch wissenschaftsmenschen sind als politiker kann ich mich mit ihnen nicht befreunden aber freilich nur deshalb nicht weil ich deutscher und sogar preuße bin sehr wahr sagte wrschowitz mehr gesinnungstüchtig als artig ich darf sagen dass ich für polnische musiker von meinen frühesten leutnantstagen an eine schwärmerische vorliebe gehabt habe da gab es unter anderem eine polonaise von oginski die damals so regelmäßig und mit so viel passion gespielt wurde wie später der erlkönig oder die glocken von speyer es war auch die zeit vom alten feldherrn und von denkst du daran mein tapferer lagienka jawohl herr graf eine schlechte zeit und war mir immer da eine besondere lust zu sehen wie das sentimentale wieder fällt immer mehr immer mehr ich hasse das sentimentale de tout mon coeur worin ich sagte woldemar herrn dr wrschowitz durchaus zustimme wir haben in der poesie genau dasselbe da gab es auch dergleichen und ich bekenne daß ich als knabe für solche sentimentalitäten geschwärmt habe meine besondere schwärmerei war könig rönnes tochter von henrik herz einem jungen kopenhageler wenn ich nicht irre wrschowitz verfärbte sich was woldemar als er es wahrnahm zu sofortigem raschen einlenken bestimmte könig rönnes tochter ein lyrisches drama aber schon seit lange wieder vergessen wir stehen jetzt im zeichen von tolstoi und der kreuzersonate sehr wahr sehr wahr sagte der rasch wieder beruhigte wrschowitz und nahm nur noch veranlassung energisch gegen die mischung von kunst und sektierertum zu protestieren woldemar großer tolstoi schwärmer wollte für den russischen grafen eine lanze brechen aber armgard die wenn derartige thema da berührt wurden der salonfähigkeit ihres freundes wrschowitz arg misstraute war sofort aufrichtig gemüht das gespräch auf harmlosere gebiete hinüber zu spielen als ein solches friede verheißendes gebiet erschien ihr in diesem augenblick ganz eminent die grafschaft rubin aus deren entlegenster nordostdecke woldemar eben wieder eingetroffen war und so sprach sie dann gegen diesen den wunsch aus ihn über seinen jüngsten ausflug einen kurzen bericht erstatten zu sehen ich weiß wohl daß ich meiner schwester melusine die wohl neugier und verlangen ist auch davon zu hören einen schlechten dienst damit leiste herr von stechlin wird es aber nicht verschmähen wenn meine schwester erst wieder da ist darauf zurückzukommen es braucht ja wenn man plaudert nicht alles absolut neu zu sein man darf sich wiederholen papa hat auch einzelnes das er öfter erzählt einzelnes lachte der alte graf meine tochter armgard meint vieles nein papa ich meine einzelnes da gibt es denn doch andere zum beispiel unser guter baron und die baronin sieht auch immer weg wenn er anfängt aber lassen wir den baron und seine geschichten und hören wir lieber von herrn von stechlins ausfluge und doktor wirschowitz teilt gewiß meinen geschmack teile vollkommen also herr von stechlin fuhr armgard fort sie haben nach diesen erklärungen unseres freundes wirschowitz einen freundlichen zuhörer mehr vielleicht sogar einen begeisterten auch für papa möchte ich mich verbürgen wir sind ja eigentlich selber merkisch aber doch bei nahen wissen trotzdem so wenig davon weil wir immer draußen waren ich kenne wohl saatwinkel und den grunewald aber das eigentliche brandenburgische land das ist doch noch etwas anderes es soll alles so romantisch sein und so melancholisch sand und sumpf und im wasser ein paar pinsen oder eine birke daran das laub zittert ist ihre rubiner gegend auch so nein komtesse wir haben viel wald und see die sogenannte mecklenburgische seenplatte nun das ist auch gut mecklenburg wie mir die berchtesgaden erst neulich versichert haben hat auch seine romantik sehr wahr habe gelesen stromtit und habe gelesen franzosentit und dann glaube ich auch zu wissen fuhr armgard fort dass sie reinsberg ganz in der nähe haben ist es richtig und kennen sie es es soll so viel interessantes bieten ich erinnere mich seiner aus meinen kindertagen trotzdem wir damals in london lebten oder vielleicht auch gerade deshalb denn es war die zeit wo das karleilsche buch über friedrich den großen immer noch in mode war und wo's zum guten ton gehört es sich nicht bloß um die terrasse von sansouci zu kümmern sondern auch um rheinsberg und den orten de la generosite lebt das alles noch da spricht das volk noch davon nein komtesse das ist alles fort und überhaupt von dem großen könig spricht im rheinsbergischen niemand mehr was auch kaum anders sein kann denn der große könig war als kronprinz nur kurze zeit da sein bruder heinrich aber fünfzig jahre und so hatte prinz heinrich zeit beklagenswerterweise die kronprinzenzeit ganz erdrückt aber beklagenswert doch nicht in allem denn prinz heinrich war auch bedeutend und vor allem sehr kritisch was doch immer ein vorzug ist er war sehr kritisch wiederholte woldemar namentlich auch gegen seinen bruder den könig und die malkontenten deren es auch damals schon die hülle und fülle gab waren beständig um ihn herum und dabei kommt immer was heraus sehr wahr sehr wahr denn zufriedene hofleute sind allemal öd und langweilig aber die frondeurs wenn die den mund auftun da kann man was hören da tut sich einem was auf gewiß sagte armgard aber trotzdem herr von stechlin ich kann das frontieren nicht leiden frondeur ist doch immer nur der gewohnheitsmäßig unzufriedene und wer immer unzufrieden ist der taugt nicht immer unzufriedene sind dünkelhaft und oft boshaft dazu und während sie sich über andere lustig machen lassen sie selber viel zu wünschen übrig sehr wahr gnädigste komtesse verbeugte sie fürschowitz aber wollen verzeihen komtesse wenn ich trotzdem bin für frondeur frondeur ist kritik und wo gut es sein will muss sein kritik deutsche kunst ist viel kritik erst muss sein kunst gewiß aber gleich danach muss sein kritik kritik ist wie große revolution kopf ab aus prinzip kunst muss haben ein prinzip und wo prinzip ist ist kopf ab alles schwieg so daß dem grafen nichts übrig blieb als etwas verspätet seine halbe zustimmung auszudrücken armgard ihrerseits beeilte sich auf reinsberg zurückzukommen das ihr trotz des fatalen zwischenfalls mit dem kopf ab im vergleich zu ihr vielleicht irgend wiederkehrenden musikgesprächen immer noch als wenigstens ein nothafen erschien ich glaube sagte sie neben manchem anderen auch mal von der frauenfeindschaft des prinzen gehört zu haben er soll irre ich mich so werden sie mich korrigieren ein sogenannter misogyn gewesen sein etwas durchaus krankhaftes in meinen augen oder doch mindestens etwas sehr sonderbares sehr sonderbar sagte wirschowitz während sich unter huldigendem hinblick auf armgard sein gesicht wie verklärte wie gut lieber wirschowitz fuhr armgard fort daß sie mein wort bestätigend für uns arme frauen und mädchen eintreten es gibt immer noch ritter und wir sind ihrer so sehr benötigt denn wie mir melusine erzählt hat sind die weiberfeinde sogar stolz darauf weiberfeinde zu sein und behandeln ihr denken und tun als eine höhere lebensform kennen sie solche leute herr von stechlin und wenn sie solche leute kennen wie denken sie darüber ich betrachte sie zunächst als unglückliche das ist recht und zum zweiten als kranke der prinz wie comtesse schon ganz richtig ausgesprochen haben war auch ein solcher kranker und wie äußerte sich das oder ist es überhaupt nicht möglich über das thema zu sprechen nicht ganz leicht comtesse doch in gegenwart des herrn grafen und nicht zu vergessen auch in gegenwart von dr wirschowitz der so schön und ritterlich gegen die misogynität partei genommen unter solchem beistande will ich es doch wagen nun das freut mich denn ich brenne vor neugier und will auch nicht länger ängstlich um die sache herumgehen unser reinsberger prinz war ein richtiger prinz aus dem vorigen jahrhundert die jetzigen sind menschen die damaligen waren nur prinzen eine der passionen unseres reinsberger prinzen wenn man will in einer art gegensatz von dem was schon gesagt wurde war eine geheimnisvolle vorliebe für jungfräuliche tote besonders bräute wenn eine braut im reinsbergischen am liebsten auf dem lande gestorben war so lud er sich zu dem gegräbnis zu gast und eh der geistliche noch da sein konnte den vermied er erschien er und stellte sich an das fußende des sarges und starrte die tote an aber sie mußte geschminkt sein und aussehen wie das leben aber das ist ja schrecklich brach es beinahe leidenschaftlich aus armgard hervor ich mag diesen prinzen nicht und seine ganze fronde nicht denn die müssen ebenso gewesen sein das ist ja blasphemie das ist ja gräberschändung ich muß das wort aussprechen weil ich so empört bin und nicht anders kann der alte graf sah die tochter an und ein freudenstrahl umleuchtete sein gutes altes gesicht auch virschowitz empfand so was von unbedingter huldigung bezwang sich aber und sah statt auf armgard auf das bild der gräfin mutter das von der wand niederblickte nur woldemar blieb ruhig und sagte kommt es sie gehen vielleicht zu weit wissen sie was in der seele des prinzen vorgegangen ist es kann etwas infernales gewesen sein aber auch etwas ganz anderes wir wissen es nicht weil er nebenher unbedingt große züge hatte so bin ich dafür ihm das in rechnung zu stellen bravo stechlin sagte der alte graf ich war erst armgards meinung aber sie haben recht wir wissen es nicht und soviel weiß ich noch von der juristerei her in der ich wohl oder übel eine gastrolle gab daß man in zweifelhaften fällen in favorem entscheiden muß übrigens geht eben die klingel an bester stelle wird ein gespräch immer unterbrochen es wird melusine sein und so sehr ich gewünscht hätte sie wäre von anfang an mit dabei gewesen wenn sie jetzt mit so einem male dazwischen fährt ist selbst melusine eine störung es war wirklich melusine sie trat ohne draußen abgelegt zu haben ins zimmer warf das schottische cape das sie trug in eine sofaecke und schriet während sie noch den hut aus dem haare nestelte bis an den tisch um hier zunächst den vater dann aber die beiden anderen herren zu begrüßen ich sehe euch so verlegen woraus ich schließe daß eben etwas gefährliches gesagt worden ist also etwas über mich aber melusine wie eitel nun denn also nicht über mich aber über wen das wenigstens will ich wissen von wem war die rede vom prinzen heinrich aber von dem ganz alten der schon fast hundert jahre tot ist da konnte dir auch was besseres tun wenn du wüsstest was uns stechlin von ihm erzählt hat und daß er nicht stechlin aber der prinz ein misogyn war so würdest du vielleicht anders sprechen misogyn das freilich ändert die sache ja lieber stechlin da kann ich ihnen nicht helfen davon muß ich auch noch hören und wenn sie mirs abschlagen so wenigstens was gleichwertiges gräfin melusine was gleichwertiges gibt es nicht das ist gut sehr gut weil es so wahr ist aber dann bitte ich um etwas zweiten ranges ich sehe daß sie von ihrem ausfluge erzählt haben von ihrem papa von schloss stechlin selbst oder von ihrem dorf und ihrer gegend und davon möchte ich auch hören wenn es auch freilich nicht an das andere heranreicht ach gräfin sie wissen nicht wie bescheiden es mit unsern stechliner erdenwinkel bestellt ist wir haben da von einem pastor abgesehen der beinahe sozialdemokrat ist und des weiteren von einem oberförster abgesehen der eine prinzessin eine ippe büchsenstein geheiratet hat aber das ist ja alles großartig wir haben da von diesen zwei sehenswürdigkeiten abgesehen eigentlich nur noch den stechlin der ginge vielleicht über den ließe sich vielleicht etwas sagen den stechlin was ist das ich bin so glücklich zu wissen und sie machte verbindlich eine handbewegung auf woldemar zu ich bin so glücklich zu wissen daß es stechline gibt aber der stechlin was ist der stechlin das ist ein see ein see das besagt nicht viel sehen wenn es nicht gerade der vierwaldstätter ist werden immer erst interessant durch ihre fische durch sterlet oder fälchen ich will nicht weiter aufzählen aber was hat der stechlin ich vermute steckerlinge nein gräfin die hat er nun gerade nicht er hat genau das was sie geneigt sind am wenigsten zu vermuten er hat weltbeziehungen vornehme geheimnisvolle beziehungen und nur alles gewöhnliche wie beispielsweise steckerlinge hat er nicht steckerlinge fehlen ihm aber stechlin sie werden doch nicht den empfindlichen spielen rittmeister in der garde nein gräfin und außerdem den wollte ich sehen der das ihnen gegenüber zuwege brächte nun dann also was ist es worin bestehen seine vornehmen beziehungen er steht mit den höchsten und allerhöchsten herrschaften deren genealogischer kalender noch über den gothaischen hinaus wächst auf du und du und wenn es in java oder auf island rumort oder der geisermann in doppelhöhe dampft und springt dann springt auch in unserem stechlin ein wasser strahl auf und einige wenn es auch noch niemand gesehen hat einige behaupten sogar in ganz schweren fällen erscheine zwischen den strudeln ein roter hahn und krähe hell und weckend in die rupiner grafschaft hinein ich nenne das vornehme beziehungen ich auch sagte melusine wirschowitz aber dessen augen immer größer geworden waren murmelte vor sich hin sehr wahr sehr wahr ende des dreizehnten kapitels theodor fontane der stechlin diese librivox aufnahme ist in der public domain vierzehntes kapitel es war zu beginn der woche daß woldemar seinen besuch im barbischen hause gemacht hatte schon am mittwoch früh empfing er ein billett von melusine lieber freund lassen sie mich ihnen noch nachträglich mein bedauern aussprechen daß ich vorgestern nur gerade noch die letzte szene des letzten aktes geschichte vom stechlin miterleben konnte mich verlangt es aber lebhaft mehr davon zu wissen in unserer sogenannten großen welt gibt es so wenig was sich zu sehen und zu hören verlohnt das meiste hat sich in die stillen winkel der erde zurückgezogen allen vorauf wie mir scheint in ihre stechliner gegend ich wette sie haben uns noch über vieles zu berichten und ich kann nur wiederholen ich möchte davon hören unsere gute baronin der ich davon erzählt habe denkt ebenso sie hat den zug aller naiven und liebenswürdigen frauen neugierig zu sein ich ohne die genannten vorbedingungen zu erfüllen bin ihr trotzdem an neugier gleich und so haben wir denn eine nachmittagspartie verabredet bei der sie der große erzähler sein sollen in der regel fleilig verläuft es anders wie gedacht und man hört nicht das was man hören wollte das darf uns aber in unserem guten vorhaben nicht hindern die baronin hat mir etwas vorgeschwärmt von einer gegend die sie oberspray nannte die vielleicht auch wirklich so heißt und nur so schön sein soll daß sich die havelherrlichkeiten daneben verstecken müssen ich will es ihr glauben und jedenfalls werde ich es ihr machträglich versichern auch wenn ich es nicht gefunden haben sollte das ziel unserer fahrt ein punkt den übrigens die berchtesgattens noch nicht kennen sie waren bisher immer erheblich weiter flussaufwärts das ziel unserer reise hat einen ziemlich sonderbaren namen und heißt das eierhäuschen ich werde seitdem die vorstellung von etwas ovalem nicht los und werde wohl erst geheilt sein wenn sich mir dieser sonderbar benammste spree schönheit persönlich vorgestellt haben wird also morgen donnerstag eierhäuschen ein nein gibt es natürlich nicht abfahrt vier uhr janowitzbrücke papa begleitet uns es geht ihm seit heute um vieles besser so daß er sich zutraut vielleicht ist vier etwas spät aber wir haben dabei wie mir lidzi sagt den vorteil auf der rückfahrt die lichter am wasser sie spiegeln zu sehen und vielleicht ist auch irgendwo feuerwerk und wir sehen dann die raketen steigen armgard ist in aufregung fast auch ich au revoir eines herrn rittmeisters wohlaffektionierte melusine nun war der andere nachmittag da und kurz vor vier uhr fuhren erst die berchtesgadens und gleich danach auch die bar bis bei der janowitzbrücke vor woldemar wartete schon alle waren in jener heiteren stimmung in der man geneigt ist alles schön und reizend zu finden und diese stimmung kam denn auch gleich der dampfschifffahrtsstation zustatten unter lacher der bewunderung der sich hier darbietenden holzarchitektur stieg man ein gewirr von stiegen und treppen hinab und schritt unten angekommen an den um diese stunde noch leeren tischen eines hier etablierten lokals vorüber unmittelbar auf das schiff zu dessen glocke schon zum ersten mal geläutet hatte das wetter war prachtvoll flussaufwärts alles klar und sonnig während über der stadt ein dünner nebel lag zu beiden seiten des hinterdecks nahm man auf stühlen und bänken platz und sah von hier aus auf das verschleierte stadtbild zurück da heißt es nun immer sagte melusine berlin sei so kirchenarm aber wir werden bald köln und mainz aus dem feld geschlagen habe ich sehe die nikolaikirche die petrikirche die weisenkirche die schlosskuppel und das dach da mit einer art von chinesischer deckelmütze das ist glaube ich der rathausturm aber freilich ich weiß nicht ob ich den mitrechnen darf turm ist turm sagte die baronin das fehlte so gerade noch daß man dem armen alten berlin auch seinen rathausturm als turm abstritte man eifersüchtelt schon genug und nun schlug es vier von der parochialkirche her klang das glockenspiel die schiffsglocke läutete dazwischen und als diese wieder schwieg wurde das brett aufgeklappt und unter einem schrillen pfiff setzte sich der dampfer auf das mittlere brückenjoch zu in bewegung oben in nähe der janowitzbrücke hielten immer noch die beiden herrschaftlichen wagen die's für angemessen erachten mochten ehe sie selber aufbrachen zuvor den aufbruch des schiffes abzuwarten und erst als dieses unter der brücke verschwunden war fuhr der gräflich barbische kutscher neben den freiherrlich berthetes gadenschen um mit diesem einen gruß auszutauschen beide kannten sich seit lange schon von london her wo sie bei denselben herrschaften in dienst gestanden hatten in diesen punkte waren sie sich gleich sonst aber so verschieden wie nur möglich auch schon in ihrer äußeren erscheinung immer der barbische kutscher ein ebenso martialisch wie gutmütig dranschauender mecklenburger hätte mit seinem angegrauten sapeurbart ohne weiteres vor eine gardetruppe treten und den zug als tambourmajor eröffnen können während der berchtes gadensche der seine jugend als trainer und halber sportsmann zugebracht hatte nicht bloß einen englischen namen führte sondern auch ein typischer engländer war hager sehnig kurzgeschoren und glatt rasiert seine glotzaugen hatten etwas stupides er war aber trotzdem klug genug und wußte wenn's galt seinem vorteil nachzugeben das deutsche machte ihm noch immer schwierigkeiten trotzdem er sich aufrichtige mühe damit gab und sogar das bequeme zu hilfenehmen englischer wörter vermied am meisten dann wenn er sich die berlinerinnen seiner bekanntschaft abquälen sah ihm mit well well mr robinson oder gar mit einem geheimnisvollen indeed zu hilfe zu kommen nur mit dem einen war er einverstanden daß man ihn mr robinson nannte das ließ er sich gefallen now mr robinson sagte imme als sie bock an bock nebeneinander hielten how are you i hope quite well danke mr imme danke was macht die frau ja robinson da müssen sie denke ich selber nachsehen und zwar gleich heute wo die herrschaften fort sind und erst spät wiederkommen noch dazu mit der stadtbahn wenigstens von hier aus janowitzbrücke sagen wir also neun eher sind sie nicht zurück und bis dahin haben wir einen guten cut hartwig als dritter wird schon kommen bordjes können immer die frau zieht ebenso gut die tür auf wie er und weiter ist es ja nichts also klokker fünf ein nein gilt nicht wer der is a way ein bißchen ist doch noch hängen geblieben von dir old england danke mr imme sagte robinson danke ja scud is des beste von old germany come again scud is noch besser als bayerisch hören sie robinson ich weiß doch nicht ob das stimmt ich denke mir so beides zusammen das ist das wahre let's it robinson war einverstanden und da beide weiter nichts auf dem herzen hatten so brach man hier ab und schickte sich an die rückfahrt in einem mäßig raschen trab anzutreten wobei der berchtesgadensche kutscher den weg über molkenmark und schlossplatz der barbische den auf die neue friedrichstraße nahm jenseits der friedrichsbrücke hielt sich dieser dann dicht am wasser hin und kam so am bequemsten bis an sein kronprinzenufer der dampfer gleich nachdem er das brückenjoch passiert hatte setzte sich in ein rascheres tempo dabei die linke flussseite haltend so dass immer nur eine geringe entfernung zwischen dem schiff und den sich dicht am ufer hinziehenden stadtbahnbögen war jeder bogen schuf den rahmen für ein dahinter gelegenes bild das natürlich die form einer lunette hatte mauerwerk jeglicher art schuppen zäune zogen in buntem wechsel vorüber aber in front aller dieser der alltäglichkeit und der arbeit dienenden dinge zeigten sich immer wieder ein stück gartenland darin ein paar verspätete malfen oder sonnenblumen blühten erst als man die zweitfolgende brücke passiert hatte traten die stadtbahnbögen so weit zurück dass von einer ufereinfassung nicht mehr die rede sein konnte statt ihrer aber wurden jetzt wiesen und pappelbesetzte wege sichtbar und wo das ufer kaiartig abfiel lagen mit sand beladene kähne große zillen aus deren inneren eine backerartige vorrichtung die kies und sandmassen in die dicht am ufer hin etablierten kalkgruben schüttete es waren dies die berliner mörtelwerke die hier die herrschaft behaupteten und das uferbild bestimmten unsere reisenden sprachen wenig weil unter dem raschen wechsel der bilder eine frage die andere zurückdrängte nur als der dampfer an treptow vorüber zwischen den kleinen inseln hinfuhr die hier mannigfach aus dem fluß aufwachsen wandte sich melusini an woldemar und sagte litzi hat mir erzählt hier zwischen treptow und stralau sei auch die liebesinsel da stürben immer die liebespaare meist mit einem zettel in der hand darauf alles stünde trifft das zu ja gräfin soviel ich weiß trifft es zu solche liebesinseln gibt es übrigens vielfach in unserer gegend und kann als beweis gelten wie weit verbreitet der zustand ist dem abgeholfen werden soll und wenn's auch nur durch sterben wäre das nehm ich ihnen übel dass sie darüber spotten und armgard wird es noch mehr tun weil sie gefühlvoller ist als ich zudem sollten sie wissen dass sich so was rächt ich weiß es aber sie lesen auch durchaus falsch in meiner seele sicher haben sie mal gehört dass der der furcht hat zu singen anfängt und wer nicht singen kann nun der witzelt eben übrigens so schön liebesinseln klingt der zauber davon geht wieder ganz verloren wenn sie sich den namen des ganzen vergegenwärtigen die sich so mächtig hier verbreiternde spreefläche heißt nämlich der rummelsburger see freilich nicht hübsch das kann ich zugeben aber die stelle selbst ist schön und namen bedeuten nichts wer melusine heißt sollte wissen was namen bedeuten ich weiß es leider denn es gibt leute die sich vor melusine fürchten was immer eine dummheit aber doch vielmehr noch eine huldigung ist unter diesem gespräche waren sie bis über die breitung der spree hinausgekommen und fuhren wieder in das schmaler werdende flussbett ein an beiden ufern hörten die häusereien auf sich in dünnen zeilen hinzuziehen baumgruppen traten in nächster nähe dafür ein und weiter landeinwärts wurden aufgeschüttete bahndämme sichtbar über die hinweg die telegrafenstangen ragten und ihre drähte von pfahl zu pfahl spannten hie und da bis ziemlich weit in den fluß hinein stand ein schilfgürtel aus dessen dickicht vereinzelte krikenden aufflogen es ist doch weiter als ich dachte sagte melusine wir sind ja schon wie in halber einsamkeit und dabei wird es frisch ein glück daß wir decken mitgenommen denn wir bleiben doch wohl im freien oder gibt es auch zimmer da freilich kann ich mir kaum denken daß wir zu sechs in einem eierhäuschen platz haben ach frau gräfin ich sehe sie rechnen auf etwas extrem idyllisches und erwarten wenn wir angelangt sein werden einen mischling von kiosk und hütte da hart ihrer aber eine grausame enttäuschung das eierhäuschen ist ein sogenanntes lokal und wenn uns die lust anwandelt so können wir hier tanzen oder eine volksversammlung abhalten raum genug ist da sehen sie das schiff wendet sich schon und der rote bau da der zwischen den pappelweiden mit turm und erker sichtbar wird das ist das eierhäuschen oh weh ein palazzo sagte die baronin und war auf dem punkt ihrer missstimmung einen ausdruck zu geben aber ehe sie dazu kam schob sich das schiff schon an den vorgebauten anlagesteg über den hinweg man einen uferweg einschlagend auf das eierhäuschen zuschritt dieser uferweg setzte sich als man das gartenlokal endlich erreicht hatte jenseits desselben noch eine gute strecke fort und weil die wundervolle frische dazu einlud beschloß man ehe man sich im eierhäuschen selber niederließ zuvor noch einen gemeinsamen spaziergang am ufer hin zu machen immer weiter flußaufwärts der enge des weges halber ging man zu zweien vorauf woldemar mit melusine dann die baronin mit armgard erheblich zurückkehrst folgten die beiden älteren herren die schon auf dem dampfschiff ein politisches gespräch angeschnitten hatten beide waren liberal aber der umstand dass der baron an bayern unter katholischen anschauungen aufgewachsen war ließ doch beständig unterschiede hervortreten ich kann ihnen nicht zustimmen lieber graf alle trümpfe heut und zwar mehr denn je sind in des papstes hand rom ist ewig und italien nicht so fest aufgebaut als es die welt glauben machen möchte der quirinal zieht wieder aus und der vatikan zieht wieder ein und was dann nichts lieber baron auch dann nicht wenn es wirklich dazu kommen sollte was glaube ich ausgeschlossen ist sie sagen das so ruhig und ruhig ist man nur wenn man sicher ist sind sie's und wenn sie's sind dürfen sie's sein ich wiederhole die letzten entscheidungen liegen immer bei dieser papst und romfrage lagen einmal aber damit ist es gründlich vorbei auch in italien selbst die letzten entscheidungen von denen sie sprechen liegen heutzutage ganz woanders und es sind bloß ein paar ihrer zeitungen die nicht müde werden der welt das gegenteil zu versichern alles bloße nachklänge das moderne leben räumt erbarmungslos mit all dem überkommenen auf ob es glückt ein nilreich aufzurichten ob japan ein england im stillen ozean wird ob china mit seinen vierhundert millionen aus dem schlaf aufwacht und seine hand erhebend uns und der welt zuruft hier bin ich allem vorauf aber ob sich der vierte stand etabliert und stabiliert denn darauf läuft es doch in ihrem vernünftigen kern die ganze sache hinaus das alles fällt ganz anders ins gewicht als die frage quirinal oder vatikan es hat sich überlebt und anstaunenswert ist nur das eine dass es überhaupt noch so weiter geht das ist der wunder größtes und das sagen sie der sie zeitweilig den dingen so nahe gestanden weil ich ihnen so nahe gestanden auch die beiden voranschreitenden paare waren in lebhaftem gespräch an dem schon in dämmerung liegenden östlichen horizont stiegen die fabrikschorsteine von spindlersfelde vor ihnen auf und die rauchfahnen zogen in langsamem zug durch die luft was ist das fragte die baronin sich an woldemar wendend das ist spindlersfelde kenn ich nicht doch vielleicht gnädigste frau wenn sie hören daß sie neben diesem spindlersfelde der für die weibliche welt so wichtige spindler seine geheimnisvollen künste treibt besser noch seine verschwiegenen denn unsere damen bekennen sich nicht gern dazu so der ja dieser unser wohltäter den wir sie haben ganz recht in unserem undank so gern unterschlagen aber dies unterschlagen hat doch auch wieder sein verzeihliches wir tun jetzt leider so vieles was wir nach einer alten anschauung eigentlich nicht tun sollten es ist mein ich nicht passend auf einem pferdebandperron zu stehen zwischen einem schaffner und einer kiepenfrau und es ist noch weniger passend in einem fünfzigpfennigbasar allerhand einkäufe zu machen und an der sich dabei aufdrängenden frage wodurch ermöglichen sich diese preise still vorbeizugehen unser freund in spindlersfelde da drüben degradiert uns vielleicht auch durch das was er so hilfreich für uns tut armgard wie denken sie darüber ganz wie sie baronin und melusine diese gab kopfschüttelnd die frage weiter und drang darauf daß die beiden älteren herren die mittlerweile herangekommen waren den ausschlag geben sollten aber der alte graf wollte davon nichts wissen das sind doktor fragen auf derlei dinge lasse ich mich nicht ein ich schlage vor wir machen hier lieber kehrt und suchen uns im eierhäuschen einen hübschen platz von dem aus wir das leben auf dem fluss beobachten und hoffentlich auch den sonnenuntergang gut sehen können ziemlich um dieselbe stunde wo die barbischen und bertensgadenschen herrschaften ihren spaziergang auf spindlersfelde zumachten erschien unser freund mr robinson von seinem stallgebäude her in front der linneestraße sah erst gewohnheitsmäßig nach dem wetter und ging dann quer durch den tiergarten auf das kronprinzenufer zu wo die immes ihn bereits erwarteten frau imme die wie die meisten kinderlosen frauen und frauen mit sapeurbartmännern sind fast immer kinderlos einen großen wirtschafts und sauberkeitssinn hatte hatte zu mr robinsons empfang alles in die schönste ordnung gebracht um so mehr als sie wußte daß ihr gast als ein verwöhnter engländer immer der neigung nachgab alles deutsche wenn auch nur andeutungsweise zu bemängeln es lag ihr daran ihn fühlen zu lassen daß man's hier auch verstehe so war denn von ihr nicht bloß eine wundervolle kaffeeserviette sondern auch eine silberne zuckerdose mit streuselkuchentellern links und rechts aufgestellt worden frau imme konnte das alles und noch mehr infolge der bevorzugten stellung die sie von langer zeit her bei den barbys einnahm zu denen sie schon als fünfzehnjähriges junges ding gekommen und in deren dienst sie bis zu ihrer verheiratung geblieben war auch jetzt noch hingen beide damen an ihr und mit hilfe lizis die so diskret sie war doch gerne plauderte war frau imme jederzeit über alles unterrichtet was im vorderhause vorging daß der rittmeister sich für die damen interessierte wußte sie natürlich wie jeder andere nur nicht auch darin wie jeder andere für welche ja für welche das war die große frage selbst für mr robinson der regelmäßig wenn er die immessale sich danach erkundigte dazu kam es denn auch heute wieder und zwar sehr bald nach seinem eintreffen eine große familientasse mit einem in front eines tempels den bogen spannenden amor war vorhin hingestellt worden und als er dem streuselkuchen für den er eine so große vorliebe hatte daß er regelmäßig erklärte so was gäb's in den vereinigten drei königreichen nicht als er dem streuselkuchen liebevoll und doch auch wieder maßvoll zugesprochen hatte betrachtete er das bild auf der großen tasse zeigte was bei seiner augenbeschaffenheit etwas komisches hatte schelmisch lächelnd auf den bogen spannenden amor und sagte hier hinten ein tempel und hier vorn ein lorbeerbusch und hier this little fellow with this arrow ich möchte mir die frage gestatten sie sind eine so kluge frau frau emme wird er den pfeil fliegen lassen oder nicht und wenn er den pfeil fliegen lässt ist es die priesterin die hier neben dem lorbeer steht oder ist es eine andere ja mister robinson sagte frau imme darauf ist schwer zu antworten denn erstens wissen wir nicht was er überhaupt vorhat dann wissen wir auch nicht wer ist die priesterin ist die komtesse die priesterin oder ist die gräfin die priesterin ich glaube wer schon verheiratet war kann wohl eigentlich nicht priesterin sein ach sagte imme indem sich der naturwüchsige mecklenburger regte sein kann alles über so was wächst gras ich glaube es ist die gräfin robinson nickte glaub ich auch an what's the reason dear mrs imme weil witib vor jungfrau geht ich weiß wohl es ist immer viel die rede von virginity aber widow ist mehr als virgin frau imme die nur halb verstanden hatte verstand doch genug um zu kichern was sie übrigens sitzsam mit der bemerkung begleitete sie habe so was von mister robinson nicht geglaubt robinson nahm es als huldigung und trat nachdem er sich mit erlaubnis der lady ein kurzes pfeifchen mit türkischem tabak angesteckt hatte an ein fensterchen indessen mit einer kleinen laubsäge gemachten blumenkasten rote verbenen blühten und sagte während er auf den hof mit seinen drei akazienbäumen hinunterblickte wer ist denn der hübsche junge da der da mit seinem hub spielt hier sagen sie reifen das ist ja hartwigs rudolf sagte frau imme ja der junge hat viel schick und wie er da mit dem reifen spielt und die hedwig immer hinter ihm her obwohl sie doch beinahe seine mutter sein könnte na ich freue mich immer wenn ich ausgelassene menschen sehe und wenn hartwig kommt ich wundere mich bloß daß er noch nicht da ist da können sie ihm ja sagen wie hübsch sie den verwöhnten kleinen rangen finden das wird ihn freuen er ist furchtbar eitel alle porties leute sind eitel aber das muß wahr sein er ist ein reizender junge während sie noch so sprachen erschien hartwig auf den immes kattdurstig schon seit einer viertelstunde gewartet hatte und keine drei minuten mehr so war auch hedwig da die sich bis kurz vorher mit ihrem kleinen cousin rudolf in dem hof unten abgeäschert hatte beide wurden mit gleicher herzlich empfangen hartwig weil nach seinem erscheinen diskartpartie beginnen konnte hedwig weil frau imme nun gute gesellschaft hatte denn hedwig konnte wundervoll erzählen und brachte jedes mal neuigkeiten mit sie mochte vierundzwanzig sein war immer sehr sauber gekleidet und von heiter übermütigem gesichtsausdruck dazu krauses kastanienbraunes haar es traf sich daß sie mal wieder außer dienst war nun das ist recht hedwig daß du kommst sagte frau imme rudolfen hab ich eben erst gefragt wo du geblieben wärst denn ich habe dich ja mit ihm spielen sehen aber solch junge weiß nie was der denkt bloß immer an sich und ob er ein stück kuchen kriegt na wenn er kommt so was haben robinson is immer so wenig wie wohl den streusel ungeheuer gern mag aber so sind die engländer sie sind nicht so zugreifisch und dann geniert sich mein imme auch und die hälfte bleibt übrig na jedenfalls ist es nett daß du wieder da bist ich habe dich ja seit deinem letzten dienst noch gar nicht ordentlich gesehen es war ja wohl noch hofrätin na hofrätinnen die kenn ich aber es gibt auch gute wie war er denn na mit ihm ging es deine krausen haare werden wohl wieder schuld sein die können manche nicht ertragen und wenn da die frau merkt da ist es vorbei nein so war es nicht er war ein sehr anständiger mann beinah zu sehr aber kind wie kannst du nur so was sagen wie kann einer zu anständig sein ja frau imme wenn einen einer gar nicht ansieht dann ist es einem auch nicht recht ach hedwig was du da bloß so redest wenn ich nicht wüßte daß du gar nicht so bist aber was war es denn ja frau imme was soll ich sagen was es war es ist ja immer wieder dasselbe die herrschaften können einen nicht richtig unterbringen oder wollen auch nicht immer wieder die schlafstelle oder wie manche hier sagen die schlafgelegenheit aber kind wie denn du musst noch ne gelegenheit zum schlafen haben gewiß frau imme und ne gelegenheit so denkt mancher ist ne gelegenheit aber gerade die die hat man nicht man ist müde zum umfallen und kann doch nicht schlafen versteh ich nicht ja frau imme das macht weil sie von kindsbeinen an immer bei so guten herrschaften waren und mit lizis ist es jetzt wieder ebenso die hat es auch gut und ist wie wenn sie mit dazugehörte meine tante hartwig erzählt mir immer davon und einmal habe ich es auch so gut getroffen aber bloß das eine mal sonst fehlt ihm immer die schlafgelegenheit frau imme lachte sie lachen darüber frau imme das ist aber nicht recht daß sie lachen glauben sie mir es ist eigentlich zum weinen und mitunter habe ich auch schon geweint als ich nach berlin kam da gab es ja noch die hängeböden kenn ich kenn ich das heißt ich habe davon gehört ja wenn man davon gehört hat das ist nicht viel man muß sie richtig kennenlernen immer sind sie in der küche mitunter dicht am herd oder auch gerade gegenüber und nun steigt man auf eine leiter und wenn man müde ist kann man auch runterfallen aber meistens geht es und nun macht man die tür auf und schiebt sich in das loch hinein ganz so wie in einen backofen das ist was sie eine schlafgelegenheit nennen und ich kann ihnen bloß sagen auf einem heuboden ist es besser auch wenn mäuse da sind und am schlimmsten ist es im sommer draußen sind 30 grad und auf dem herd war den ganzen tag feuer da ist es denn als ob man auf den rost gelegt würde so war es als ich nach berlin kam aber ich glaube sie dürfen jetzt so was nicht mehr bauen polizeiverbot ach frau imme die polizei ist doch ein rechter segen wenn wir die polizei nichts hätten und die sind auch immer so artig gegen einen so hätten wir gar nichts mein onkel hartwig wenn ich ihm so erzähle dass man nicht schlafen kann der sagt auch immer kenn ich kenn ich der bourgeois tut nichts für die menschheit und wer nichts für die menschheit tut der muss abgeschafft werden ja dein onkel spricht so und war es denn bei deinem hofrat wo du nun zuletzt warst auch so nein bei hofrats war es nicht so die wohnten ja auch in einem ganz neuen hause hofrats waren trockenwohner und in dem was jetzt die neuen häuser sind da kommen glaub ich die hängeböten gar nicht mehr vor da haben sie bloß noch die badestuben nu das ist doch aber ein fortschritt ja das kann man sagen badestube als badestube ist ein fortschritt oder wie onkel hartwig immer sagt ein kulturfortschritt er hat meistens solche wörter aber badestube als schlafgelegenheit ist kein fortschritt gott kind sie werden dich aber doch nicht in eine badewanne gepackt haben ich bewahre das tun sie schon der badewanne wegen nicht da werden sie sich hüten aber ach frau imme ich kann nur immer wieder sagen sie wissen nicht bescheid sie hatten es gut wie sie noch unverheiratet waren und nun haben sie es erst recht gut sie wohnen hier wie in einer kleinen sommerwohnung und dass es ein bisschen nach pferde riecht das schadet nicht das pferd ist ein feines und reinliches tier und all seine verrichtungen sind so edel man sagt ja auch das edle pferd und außerdem soll es so gesund sein fast so gut wie kuhstall womit sie ja die schwindsucht kurieren und dazu haben sie hier den blick auf die kugelakazien und drüben auf das marinepanorama wo man sehen kann wie alles ist und dahinter haben sie den blick auf die kunstausstellung wo es so furchtbar zieht bloß damit man immer frische luft hat aber bei hofrats nein diese badestube gott hedwig sagte frau imme du tust ja wie wenn es eine mördergrube oder ein verbrecherkeller gewesen wäre verbrecherkeller ach frau imme das ist ja gar nichts ich habe verbrecherkeller gesehen natürlich bloß zufällig da trinken sie weißbier und spielen sechsundsechzig und in einer ecke wird was ausbaldovert aber davon merkt man nichts und die badestube warum ist sie dir denn so furchtbar daß du nicht ordentlich schudderst der mensch muß doch am ende baden können ach was baden natürlich aber ne badestube ist nie ne badestube wenigstens hier nicht eine badestube ist ne rumpelkammer wo man alles unterbringt alles wofür man sonst keinen platz hat und dazu gehörte auch ein dienstmädchen eine eiserne bötsstelle die abends aufgeklappt wurde stand immer neben der badewanne drin alle alten bier und weinflaschen lagen und nun riebten die neigen aus und in der ecke stand ein bettsack und drin die fräuleins ihre wäsche hineinstopften und in der andern ecke war eine kleine tür aber davon will ich zu ihnen nicht sprechen weil ich einen widerwillen gegen unanständigkeiten habe weshalb meine mutter immer sagte hedwig du wirst noch jesum christum kennenlernen und ich muß sagen da hat sich bei hofrats denn auch erfüllt aber fromm waren sie weiter nicht während hedwig noch so weiter klagte hörte man daß draußen die klingel ging und als frau imme öffnete stand rudolf auf dem kleinen flur und sagte daß er vatern holen solle und hedwigen auch mutter müsse weg na sagte frau imme dann komm nur rudolf und is erst ein stück streuseln und bestell es nachher bei deinem vater bald danach nahm sie denn auch den jungen bei der hand und führte ihn in das nebenzimmer wo die drei männer vergnügt an ihrem skatttisch saßen ein großes spiel war eben gemacht alles noch in aufregung robinson als er rudolfens sah nickte ihm zu und sagte zu imme das is ja der hübsche junge den ich vorhin auf dem dorf gesehen habe mit seinem hub nice boy ja sagte imme das is unserem freund hartwig seiner hartwig selber aber rief seinen jungen heran und sagte na rudolf es gibts du willst mich holen du sollst aber auch noch ne freude haben guck mal den herrn da an der dich so freundlich ansieht das is robinson ja ha ha ja junge warum lachst du glaubst du nicht wenn ich dir sage das is robinson i bewahre vater robinson den kenn ich robinson hat n sonnenschirm und ein lama und er is auch schon lange tot ende des vierzehnten kapitels theodor fontane der stechlin diese librivox aufnahme ist in der public domain fünfzehntes kapitel unsere landbarthieler waren im angesicht von spindersfelde nach dem eierhäuschen zurückgekehrt und hatten sich hier an zwei dicht am ufer zusammengerückten tischen niedergelassen eine laube von baumkronen über sich sperrlinge hüpften umher und warteten auf ihre zeit gleich darauf erschien auch ein kellner um die bestellungen entgegenzunehmen es entstand dabei die herkömmliche verlegenheitspause niemand wußte was zu sagen bis die baronin auf den stamm einer ihr gegenüberstehenden ulme wies auf der wienerwürstel und daneben in noch dickeren buchstaben das gefällige wort löwenbräu stand in kürzester frist erschien denn auch der kellner wieder und die baronin hob ihr seidl und ließ das eierhäuschen und die spree leben zugleich versichernd dass man ein echtes münschmer überhaupt nur noch in berlin tränke der alte berchtesgaden wollte jedoch nichts davon wissen und drang in seine frau lieber mehr nach links zu rücken um den sonnenuntergang besser zu beobachten der sei freilich in berlin ebenso gut wie woanders die baronin hielt aber aus und rührte sich nicht was sonnenuntergang den seh ich jeden abend ich sitze hier sehr gut und freue mich schon auf die lichter und nicht lange mehr so waren diese lichter auch wirklich da nicht nur das ganze lokal erhellte sich sondern auch auf dem drüben am andern ufe sich hinziehenden eisenbahndamme zeigten sich allmählich die verschiedenfarbigen signale während mitten auf der spree wo schleppdampfer die kähne zogen ein verplagtes rot aus den kajütenfenstern hervorglühte dabei wurde es kühl und die damen wickelten sich in ihre plates und mäntel auch die herren fröstelten ein wenig und so trat in der ersichtlich etwas planende woldemar nach kurzem auf und abschreiten an das in der nähe befindliche büffet heran um dazu herstellung einer besseren innentemperatur das nötige zu veranlassen und siehe da nicht lange mehr so stand auch schon ein großes tablett mit gläsern und flaschen vor ihnen und dazwischen ein deckelkrug aus dem als man den deckel aufklappte der heiße rasen empor schlug die baronin in solchen dingen die scharfblickendste war sofort orientiert und sagte lieber stechlin ich beglückwünsche sie das war eine große idee ja meine damen ich glaubte daß etwas geschehen müsse sonst haben wir morgen samt und sonders einen akuten rheumatismus und zurück müssen wir doch auch auf dem schiffe wo solche hilfsmittel glaube ich fehlen sind wir allen unbildenden elemente preisgegeben und sie konnten wirklich nicht besser wählen unterbrach melusine schwedischer bunsch für den ich ein liking habe wie für schweden überhaupt da dr wurschowitz nicht da ist so können wir uns ungestraft einem gewissen maß von skandinavismus überlassen am liebsten ohne alles maß sagte woldemar so skandinavisch bin ich ich ziehe die skandinavien den sonst meistbegünstigsten unter den nationen immer noch vor alle länder erweiten übrigens ihre spezialgebiete früher hatte schweden nur zweierlei mut und eisen von dem man sagen muß daß sie gut zusammenpassen dann kamen die säker hetztenstickhörs und nun haben wir den schwedischen bunsch den ich in diesem augenblick unbedingt an höchsten stelle ihr wohl meine damen und das ihre sagte melusine denn sie sind doch der schöpfer dieses glücklichen moments aber wissen sie lieber stechlin daß ich in ihrer aufzählung schwedischer herrlichkeiten etwas vermisst habe die schweden haben noch eins oder hatten es wenigstens und das war die schwedische nachtigall ja die hab ich vergessen es fällt vor meine zeit ich müßte lachte die gräfin vielleicht auch sagen es fällt vor meine zeit aber ich darf doch andererseits nicht verschweigen die lind noch leibhaftig gekannt zu haben freilich nicht mehr so eigentlich als schwedische nachtigall und überhaupt unter anderem namen ja ich erinnere mich sagte woldemar sie hatte sich verheiratet wie hieß sie doch goldschmidt ein name den man schon um goldschmidts töchterlein willen gelten lassen muß aber an jenny lind reicht er allerdings nicht heran gewiß nicht und sie sagten frau gräfin sie hätten sie noch persönlich gekannt ja gekannt und auch gehört sie sang damals wenn auch nicht mehr öffentlich so doch immer noch in ihrem häuslichen salon diese bekanntschaft zählt zu meinen liebsten und stolzesten erinnerungen ich war noch ein halbes kind aber trotzdem doch mit eingeladen was mir allein schon etwas bedeutete dazu die fahrt von hyde park bis in die villa hinaus ich weiß noch deutlich ich trug ein weißes kleid und einen hellblauen kaschmirumhang und das haar ganz aufgelöst die lind beobachtete mich und ich sah daß ich ihr gefiel wenn man eindruck macht das behält man und nun gar mit vierzehn die lind warf die baronin etwas brosalsch hin soll ihrerseits als kind sehr häßlich gewesen sein ich hätte das gegenteil vermutet bemerkte woldemar und auf welche veranlassung hin lieber stechlin weil ich ein bild von ihr kenne wir haben es wie bekannt seit einiger zeit von einem unserer besten maler auf unserer nationalgalerie aber lange bevor ich es dasah kannte ich es schon in miniatür und zwar aus einer im besitz unseres freundes lorenzen befindlichen aquarelle diese kopie hängt über seinem sofa dicht unter einer rubensschen kreuzabnahme wenn man will eine etwas sonderbare zusammenstellung und das alles in ihrer stechliner pfarre sagte melusine wissen sie rittmeister daß ich die tatsache daß so was überhaupt in einem kleinen dorfe vorkommen kann ihrem berühmten see beinah gleich stelle unsere schwedische nachtigall in ihrem rubiner winkel wie sie selbstbeständig sich auszudrücken lieben die lind und wie kam ihr pastor denn dazu die lind war glaube ich seine erste liebe sehr wahrscheinlich auch seine letzte lorenzen saß damals noch auf der schulbank und schlug sich mit stunden geben durch aber er hörte die diva trotzdem jeden abend und wußte sich auch trotz bescheidenster mittel das bildchen zu verschaffen fast grenzt es ans wunderbare freilich verlaufen die dinge meist so wäre er reich gewesen so hätte er sein geld anderweitig vertan und die lind vielleicht nie gehört und gesehen nur die armen bringen die mittel auch für das was jenseits des gewöhnlichen liegt aus begeisterung und liebe fließt alles und es ist etwas sehr schönes daß es so ist in unserem leben vielleicht das schönste das will ich meinen sagte die gräfin und ich danke ihnen lieber stechlin daß sie das gesagt haben das war ein gutes wort das ich ihnen nicht vergessen will und dieser lorenzen war ihr lehrer und erzieher ja mein lehrer und erzieher zugleich mein freund und berater der den ich über alles liebe gehen sie darin nicht zu weit lachte melusine vielleicht gräfin oder sage ich lieber gewiss ich hätte dessen eingedenk sein sollen gerade heute und gerade hier aber soviel bleibt ich liebe ihn sehr weil ich ihm alles verdanke was ich bin und weil er reinen herzens ist reinen herzens sagte melusine das ist viel und sie sind dessen sicher ganz sicher und von diesem unikum erzählen sie uns erst heute da waren sie neulich mit dem guten ruschowicz bei uns und haben uns allerhand schreckliches von ihrem misogynen prinzen wissen lassen und während sie den in den vordergrund stellen halten sie diesen pastor lorenzen ganz gemütlich in reserve wie kann man so grausam sein und mit seinen berichten und redekünsten so launenhaft operieren aber holen sie wenigstens nach was sie versäumt haben die fragen drängen sich ordentlich wie kam ihr vater auf den einfall ihnen einen solchen erzieher zu geben und wie kam ein mann wie dieser lorenzen in diese gegenden und wie kam er überhaupt in diese welt es ist so selten so selten armgard und die baronin nickten ich bekenne mich mich quält die neugier mehr von ihm zu hören fuhr melusine fort und er ist unverheiratet schon das allein ist immer ein gutes zeichen durchschnittsmenschen glauben sich so schnell wie möglich verewigen zu müssen damit die herrlichkeit nicht ausstirbt aber lorenzen ist eben in allem wie mir scheint ein ausnahmemensch also beginnen ich bin dazu besten willens frau gräfin aber es ist zu spät dazu denn das helle licht das sie da sehen das ist bereits unser dampfer wir haben keine wahlwehr wir müssen abbrechen wenn wir nicht im eierhaus in ein quartier nehmen wollen unterwegs ist übrigens lorenzen ein wundervolles thema vorausgesetzt das uns der anblick der liebesinsel nicht wieder auf andere dinge bringt aber hören sie der dampfer läutet schon wir müssen eilen bis an die anlegestelle sind auch mindestens drei minuten und nun war man glücklich auf dem schiff auf dem woldemar und die damen ihre schon auf der hinfahrt innegehabten plätze sofort wieder einnahmen nur die beiden in ihre plates gewickelten alten herren schritten auf deck auf und ab und sahen wenn sie vorne am bug spriet eine kurze rast machten auf die vielen hundert lichter die sich von beiden ufern her im fluss spiegelten unten im maschinenraum hörte man das klappern und stampfen während die schiffsschraube das wasser nach hinten schleuderte daß es in einem weißen schaumstreifen dem schiffe folgte sonst war alles still so still daß die damen ihr gespräch unterbrachen armgard du bist so schweigsam sagte melusine finden sie nicht auch lieber stechlin meine schwester hat noch keine zehn worte gesprochen ich glaube gräfin wir lassen die komtesse manchen kleidet es zu sprechen und manchen kleidet es zu schweigen jedes beisammensein braucht einen schweiger ich werde nutzen aus ihrer lehre ziehen ich glaube es nicht gräfin und vor allem wünsche ich es nicht wer könnte es wünschen sie drohte ihm mit dem finger dann schwieg man wieder und sah auf die landschaft die da wo der am ufer hin laufende straßenzug breite lücken aufwies in tiefem dunkel lag urplötzlich aber stieg aus dem dunkel heraus ein lichtstreifen hoch in den himmel und zerstob da wobei rote und blaue leuchtkugeln langsam zur erde niederfielen wie schön sagte melusine das ist mehr als wir erwarten durften ende gut alles gut und nun haben wir auch noch ein feuerwerk wo mag es sein welche dörfer liegen da hinüber sie sind ja so gut wie ein generalstäbler lieber stechlin sie müssen es wissen ich vermute friedrichsfelde reizendes dorf und reizendes schloß ich war einmal da die dame des hauses ist deine schwester der frau von hülsen ist es friedrichsfelde vielleicht gnädigste gräfin aber doch nicht wahrscheinlich friedrichsfelde gehört nicht in die reihe der vororte wo feuerwerke sozusagen auf dem programm stehen ich denke wir lassen es im ungewissen und freuen uns der sache selbst sehen sie jetzt beginnt es erst recht eigentlich die rakete die wir vorhin gesehen haben das war nur ein vorspiel jetzt haben wir erst das stück es ist zu weit ab sonst würden wir das knattern hören und die kanonenschläge wahrscheinlich ist es sedan oder düppel oder der übergang nach alzen übrigens ist die pyrotechnik eine profunde wissenschaft geworden und es soll auch personen geben die ganz dafür leben und ihr vermögen hinopfern wie früher die holländer für die tulpen tulpen wäre nun freilich nicht mein geschmack aber feuerwerk ja unbedingt und nur schade daß alle die die damit zu tun haben über kurz oder lange die luft fliegen das ist fatal aber es steigert andererseits doch auch wieder den reiz sonderbar gefahrlose berufe solche die sozusagen eine zipfelmütze tragen sind mir von jeher ein gräuel gewesen interesse hat doch immer nur das vabang torpedobot tunnel unter dem meere luftballons ich denke mir das nächste was wir erleben sind luftschiff verschlachten wenn dann so eine gondel die andere entert ich kann mich in solche vorstellungen geradezu verlieben ja liebe melusine das sehe ich unterbrach hier die baronin sie verlieben sich in solche vorstellungen und vergessen darüber die wirklichkeiten und sogar unser programm ich muß angesichts dieser doch erst kommenden luftschiff verschlachten ganz ergebend daran erinnern daß für heute noch wer anders in der luft schwebt und zwar pastor lorenzen von dem sollte die rede sein freilich der ist kein bürotechniker nein lachte woldemar das ist er nicht aber als einen aeronauten kann ich ihn beinahe vorstellen er ist so ein rechter excelsior ein aufsteigemensch einer aus der wirklichen obersphäre genau von daher wo alles hohe zu hause ist die hoffnung und sogar die liebe ja lachte die baronin die hoffnung und sogar die liebe wo bleibt aber das dritte da müssen zu uns kommen wir haben auch das dritte das heißt also wir wissen auch was wir glauben sollen ja sollen sollen gewiß sollen das ist die hauptsache wenn man weiß was man sollen so findet sich's schon und wo das sollen fehlt da fehlt auch das wollen es ist halt der glück daß wir rom haben und den heiligen vater ach sagte melusine wer's ihnen glaubt baronin aber lassen wir so heikle fragen und hören wir lieber von dem den ich ich bin beschämt darüber in so wenig verbindlicherweise vergessen konnte von unserem wundermann mit der studentenliebe von dem säulenheiligen der reinen herzen ist und vor allem von dem schöpfer und geistigen nährvater unseres freundes stechlin eh bien was ist es mit ihm an ihren früchten sollte sie erkennen das könnt uns beinah genügen aber ich bin doch für ein weiteres und so denn attention au jeu unser freund stechlin hat das wort wiederholte woldemar so sagen sie gütigst frau gräfin aber dem nachkommen ist nicht so leicht vorhin da war ich im zuge jetzt wird er damit anfangen das hat seine schwierigkeiten und dann erwarten die damen immer noch eine liebesgeschichte selbst wenn es sich um einen mann handelt den ich was diese dinge betrifft so wenig versprechend eingeführt habe sie gehen also wie heute schon mehrfach ich erinnere nur an das eierhäuschen einer grausamen enttäuschung entgegen keine ausflüchte nun so sei's denn ich muß es aber auf einem umwege versuchen und ihnen bei der gelegenheit als nächstes schildern wie meine letzte begegnung mit lorenzen verlief er war als ich bei ihm eintrat in ersichtlich großer erregung und zwar über ein büchelchen das er in händen hielt und ich will raten was es war unterbrach melusine nun ein buch von dolstoi etwas mit viel opfer und entsagung anpreisung von askese sie sind auf dem richtigen wege gräfin nur nicht es handelt sich nämlich nicht östlich um einen russen sondern westlich um einen portugiesen um einen portugiesen lachte die baronin o ich kenne welche sie sind alle so klein und gelblich und einer fand einen seeweg freilich schon lange her ist es nicht so gewiß frau baronin es ist so nur der um den es sich hier handelt das ist keiner mit einem seeweg sondern bloß ein dichter ach dessen erinnere ich mich ja auch ja ich hab sogar einen namen auf der zunge mit einem großen see fängt er an aber calderon ist es nicht nein calderon ist es nicht es deckt sich da manches auch schon rein landkartlich nicht mit dem um dem es sich hier handelt und ist überhaupt kein alter dichter sondern ein neuer und heißt joao de deus joao de deus wiederholte die gräfin schon der name sonderbar und was war mit dem ja was war es mit dem dieselbe frage trat ich auch und ich habe nicht vergessen was lorenzen mir antwortete dieser joao de deus so war er etwa seine worte war genau das was ich wohl sein möchte wonach ich suche seit ich zu leben wirklich zu leben angefangen und wovon es beständig draußen in der welt heißt es gäbe dergleichen nicht mehr aber es gibt dergleichen noch und muß dergleichen geben oder doch wiedergeben unsere ganze gesellschaft und nun gar erst das was sich im besonderen so nennt ist aufgebaut auf dem ich das ist ihr fluch und daran muß sie zugrunde gehen die zehn gebote das war der alte bund der neue bund aber hat ein anderes ein einziges gebot und das klingt aus ihn und du hättest der liebe nicht ja so sprach lorenzen fuhr woldemar nach einer pause fort und sprach auch noch anderes bis ich ihn unterbrach und ihm zurief aber lorenzen das sind ja bloß allgemeinheiten sie wollten mir persönliches von joao de deus erzählen was ist mit dem und wer war er lebt er oder ist er tot er ist tot aber seit kurzem erst und von seinem tode spricht das kleine heft hier höre und nun begann er zu lesen das aber was er las das lautete etwa so und als er nun tot war der joan de deus da gab es eine landestrauer und alle schulen der hauptstadt waren geschlossen und die minister und die leute vom hof und die gelehrten und die handwerker alles folgte dem sargedicht gedrängt und die fabrikarbeiterinnen hoben schluchzend ihre kinder in die höhe und zeigten auf den todel und sagten und santo und santo und sie taten so und sagten so weil er für die armen gelebt hatte und nicht für sich das ist schön sagte melusine ja das ist schön wiederholte woldemar und ich darf ihn zusetzen in dieser geschichte haben sie nicht bloß den joao de deus sondern auch meinen freund lorenzen er ist vielleicht nicht ganz wie sein ideal aber liebe gibt ebenbürtigkeit und so schlage ich denn vor sagte die baronin dass wir den mit dem c dessen namen mir übrigens noch einfallen wird vorläufig absetzen und statt seiner den namen mit dem d leben lassen und natürlich unseren lorenzen dazu ja leben lassen lachte woldemar aber womit worin le jour de fête und erwies auf das eierhäuschen zurück in dieser notlage wollen wir helfen so gut es geht und uns statt anderer beschwörung einfach die hände reichen selbstverständlich übers kreuz hier erst stechlin und armgard und dann melusine und ich und wirklich sie reichten sich in heiterer feierlichkeit die hände gleich danach aber traten die beiden alten herren an die gruppe heran und der baron sagte das ist ja wie rütli mehr 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 bar freiheit was ist freiheit gegen liebe so hat's denn eine verlobung gegeben nein noch nicht lachte melusine ende des fünfzehnten kapitels dritter teil wahl in rheinsberg wutz sechzehntes kapitel der andere morgen rief woldemar zeitig zum dienst als er um neun uhr auf sein zimmer zurückkehrte fand er auf dem frühstückstisch zeitungen und briefe darunter war einer mit einem ziemlich großen siegel der lag schlecht und überhaupt der brief von sehr unmodischer erscheinung ein bloß zusammengelegter quartbogen woldemar nach poststempel und handschrift sehr wohl wissend woher und von wem der brief kam schob ihn während fritz den tee brachte beiseite und erst als er seine tasse genommen und länger als nötig dabei verweilt hatte griff er wieder nach dem brief und drehte ihn zwischen daumen und zeigefinger ich hätte mir nach dem gestrigen abend heute früh was anderes gewünscht als gerade diesen brief und während er das so vor sich hinsprach standen ihm er mochte wollen oder nicht die letzten wutzer augenblicke wieder vor der seele die tante hatte kurz bevor er das kloster verließ noch einmal vertraulich seine hand genommen und ihm bei der gelegenheit ausgesprochen was sie seit lange bedrückte das junggesellenleben woldemar taugt nicht dein vater war auch schon so alt als er sich verheiratete ich will nicht in deine geheimnisse eindringen aber ich möchte doch fragen dürfen wie stehst du dazu nun ein anfang ist gemacht aber doch erst obenhin berlinerin ja und nein die junge dame lebt seit einer reihe von jahren in berlin und liebt unsere stadt über erwarten insoweit ist sie berlinerin aber eigentlich ist sie doch keine sie wurde drüber in london geboren und ihre mutter war eine schweizerin um gottes willen ich glaube liebe tante du machst dir falsche vorstellungen von einer schweizerin du denkst sie dir auf der alm und mit einem milchkübel ich denke sie mir gar nicht woldemar ich weiß nur daß es ein wildes land ist ein freies land liebe tante ja das kennt man und wenn du das spiel noch einigermaßen in der hand hast so beschwöre ich dich auf dieser stelle war wie schon vorher durch fix abermals weil eine störung kam das gespräch mit der tante auf andere dinge geleitet worden und nun hielt er ihren brief in händen und zögerte das siegel zu brechen ich weiß was drin steht und ängstige mich doch beinahe wenn es nicht kämpfe gibt so gibt es wenigstens verstimmungen und die sind mir womöglich noch fataler aber was hilft es und nun brach er den brief auf und las ich nehme an mein lieber woldemar daß du meine letzten worte noch in erinnerung hast sie liefen auf den rat und die bitte hinaus gib auch in dieser frage die heimat nicht auf halte dich wenn es sein kann an das nächste schon unsere provinzen sind so sehr verschieden ich sehe dich über solche worte lächeln aber ich bleibe doch dabei was ich adel nenne das gibt es nur noch in unserer mark und in unserer alten nachbar- und schwesternprovinz ja da vielleicht noch reiner als bei uns ich will nicht ausführen wie es bei schärferem zusehen auf dem adeligen gesamtgebiete steht aber doch wenigstens ein paar andeutungen will ich machen ich habe sie von allen arten gesehen das sind zum beispiel die rheinischen jungen damen also die von köln und aachen nun ja die mögen ja ganz gut sein aber sie sind katholisch und wenn sie nicht katholisch sind dann sind sie was anders wo der vater erst geadelt wurde neben den rheinischen haben wir dann die westfälischen über die ließe sich reden aber schlesien die schlesischen herrschaften die sich mitunter auch magnaten nennen sind alle so gut wie polnisch und leben vom jö und haben die hübschesten erzieherinnen immer ganz jung und da macht es sich am leichtesten und dann sind da noch weiterhin die preußischen das heißt die ostpreußischen wo schon alles aufhört und die kenn ich die sind ganz wie ihre litauer füllen und schlagen aus und beknabbern alles und je reicher sie sind desto schlimmer nun wirst du fragen warum ich gegen andere so streng und so sehr für unsere mark bin ja speziell für unsere mittelmark deshalb mein lieber woldemar weil wir in unserer mittelmark nicht so bloß äußerlich in der mitte liegen sondern weil wir auch in allem die rechte mitte haben und halten ich habe mal gehört unser märkisches land sei das land darin es nie heilige gegeben darin aber auch keine ketzer verbrannt habe siehe das ist das worauf es ankommt mittelzustand darauf baut sich das glück auf und dann haben wir hier auch zweierlei in unserer bevölkerung die reine lehre und in unserem adel das reine blut die wo das nicht zutrifft die kennt man einige meinen freilich das was sie das geistige nennen das litte darunter das ist aber alles torheit und wenn es litte es leidet aber nicht so schadet das gar nichts wenn das herz gesund ist ist der kopf nie ganz schlecht auf diesen satz kannst du dich verlassen und so bleibe denn wenn du suchst in unserer mark und vergiß nie daß wir das sind was man so brandenburgische geschichte nennt am eindringlichsten aber laßt ihr unsere reinsberger gegend empfohlen sein von der mir selbst koseleger trotzdem seine feinde behaupten er betrachte sich hier bloß in verbannung und sehne sich fort nach einer berliner domstelle von der mir selbst koseleger sagte wenn man sich die preußische geschichte so genau ansieht findet man immer dass sich alles auf unsere liebe alte grabschaft zurückführen lässt da liegen die wurzel unserer kraft und so schließe ich denn mit der bitte heirate heimisch und heirate lutherisch und nicht nach geld geld erniedrigt und halte dich dabei versichert der liebe deiner dich herzlich liebenden tante und patin adelheid von st woldemar lachte heirate heimisch und heirate lutherisch das hör ich nun schon seit jahren und auch das dritte hör ich immer wieder geld erniedrigt aber das kenn ich wenn's nur recht viel ist kann es schließlich auch eine chinesin sein in der mark ist alles eine geldfrage geld weil keins da ist sprich person und sache heilig und was noch mehr sagen will beschwichtigt zuletzt auch den eigensinn einer alten tante während er lachend so vor sich hinsprach überflog er noch einmal den brief und sah jetzt dass eine nachschrift an den rand der vierten seite gekritzelt war eben war katzler hier der mir von der am sonnabend in unserem kreise stattfindenden nachwahl erzählte dein vater ist aufgestellt worden und hat auch angenommen er bleibt doch immer der alte gewiß wird er sich einbilden ein opfer zu bringen er litt von jugend an an solchen einbildungen aber was ihm ein opfer bedünkte waren bei lichte besehen immer bloß eitelkeiten deine a von st ende des sechzehnten kapitels theodor fontane der stechlin diese librivoxaufnahme ist in der public domain siebzehntes kapitel es war wie die tante geschrieben dubslav hatte sich als konservativen kandidaten aufstellen lassen und wenn für woldemar noch zweifel darüber gewesen wären so hätten einige am tag darauf von lorenzen eintreffende zeilen diese zweifel beseitigt es hieß in lorenzens brief seit deinem letzten besuch hat sich ihr allerlei großes zugetragen noch am selben abend erschienen gundermann und koseleger und drangen in deinen vater zu kandidieren er lehnte zunächst natürlich ab er sei weltfremd und verstehe nichts davon aber damit kam er nicht weit koseleger der was ihm auch später noch von nutzen sein wird immer ein paar anekdoten auf der pfanne hat erzählte ihm sofort daß vor jahren schon als ein von bismarck zum finanzminister ausersehener sich in gleicher weise mit einem ich verstehe nichts davon aus der affäre ziehen wollte der bismarkisch prompten antwort begegnet sei darum wähle ich sie ja gerade mein lieber eine geschichte der dein vater natürlich nicht widerstehen konnte kurzum er hat eingewilligt von herumreisen ist selbstverständlich abstand genommen worden ebenso vom reden halten schon nächsten sonnabend haben wir wahl in rheinsberg wie immer fallen die würfel ich glaube daß er siegt nur die fortschrittler können in betracht kommen und allenfalls die sozialdemokraten wem vom fortschritt was leicht möglich ist einiges abbröckelt unter allen umständen schreibe deinem vater daß du dich seines entschlusses freutest du kannst es mit gutem gewissen bringen wir ihn durch so weiß ich daß kein besserer im reichstag sitzt und daß wir uns alle zu seiner wahl gratulieren können er sich persönlich auch denn sein leben hier ist so einsam so sehr daß er was doch sonst nicht seine sache ist mitunter darüber klagt das war das was ich dich wissen lassen mußte sonst nichts neues vor paris krippenstapel geht in großer aufregung einher ich glaube wegen unserer auf donnerstag im stechlin angesetzten vorversammlung wo er vermutlich seine herkömmliche rede über den bienenstaat halten wird empfiehl mich deinen zwei liebenswürdigen freunden besonders czako wie immer dein alter freund lorenzen woldemar als er gelesen wußte nicht recht wie er sich dazu stellen sollte was lorenzen da schrieb daß kein besserer im hause sitzen würde war richtig aber er hatte trotzdem bedenken und sorge der alte war durchaus kein politiker er konnte sich also stark in die nesseln setzen ja vielleicht zur komischen figur werden und dieser gedanke war ihm dem sohne der den vater schwärmerisch liebte sehr schmerzlich außerdem blieb doch auch immer noch die möglichkeit daß er in dem wahlkampf unterlag diese bedenken woldemars waren nur allzu berechtigt es stand durchaus nicht fest daß der alte dubslav so beliebter selbst bei den geglern war als sieger aus der wahlschlacht hervorgehen müsse die konservativen hatten sich freilich daran gewöhnt reinsberg wutz als eine hochburg anzusehen die der staatserhaltenden partei nicht verloren gehen könne diese vorstellung aber war ein irrtum und die bisherige referenz gegen den alten kortschädel wurzelte lediglich in etwas persönlichen nun war ihm dubslav ein ansehen und beliebtheit freilich ebenbürtig aber das mit der ewigen persönlichen rücksichtsnahme mußte doch mal ein ende nehmen und das anrecht daß sich der alte kortschädel ersessen hatte mit diesem mußte es vorbei sein eben weil sich's endlich um einen neuen handelte kein zweifel die gegnerischen parteien regten sich und es lag genau so wie lorenzen an woldemars geschrieben daß ein fortschrittler aber auch ein sozialdemokrat gewählt werden könne wie die stimmung im kreise wirklich war das hätte der am besten erfahren der im vorübergehen an der kontortür des alten baruch hirschfeld gehorcht hätte lass dir sagen isidor du wirst also wählen den guten alten herrn von stechlin nein vater ich werde nicht wählen den guten alten herrn von stechlin warum nicht ist er doch ein lieber herr und hat das richtige herz das hat er aber er hat das falsche prinzip isidor spricht mir nicht vom prinzip ich hab dich gesehen als du hast charmiert mit den marien von nebenan und hast ihr aufgebunden das schürzenband und sie hat dir gegeben einen klaps du hast gebuhlt um das christliche mädchen und du buhlst jetzt wo die wahl kommt um die öffentliche meinung und das mit dem mädchen das hab ich dir verziehen aber die öffentliche meinung verzei ich dir nicht wirst du vater leben haben wir doch die neue zeit und wenn ich wähle so wähle ich für die menschheit geh mir isidor die kenn ich die menschheit die will haben aber nicht geben und jetzt wollen sie auch noch teilen laß sie teilen vater gott der gerechte was meinst du was du kriegst nicht den zehnten teil und ähnlich ging es in andern ortschaften in wutz sprach fix für das kloster und die konservativen im allgemeinen ohne dabei dubslaw in vorschlag zu bringen weil er wußte wie die domina zu ihrem bruder stand ein links kandidat aus kremmen schien denn auch in der wutzergegend die oberhand gewinnen zu wollen noch gefährlicher für die ganze grafschaft war aber ein wanderapostel aus berlin der von dorf zu dorf zog und die kleinen leute dahin belehrte daß es ein unsinn sei von adel und kirche was zu erwarten die vertrösteten einen immer bloß auf den himmel achtstündiger arbeitstag und lohnerhöhung und sonntagspartie nach finkenkrug das sei das wahre so zersplitterte sich's aller orten aber wenigstens um den stechlin herum hoffte man der sache noch herr zu werden und alle stimmen auf dubslaw vereinigen zu können im dorfkruge wollte man zu diesem zwecke beraten und donnerstag sieben uhr war dazu festgesetzt der stechliner krug lag an dem platze der durch die kreuzung der von wutz her heranführenden kastanienallee mit der eigentlichen dorfstraße gebildet wurde und war unter den vier hier gelegenen eckhäusern das stattlichste vor seiner front standen ein paar uralte linden und drei vier stehkrippen waren bis dicht an die hauswand herangeschoben aber alle ganz nach links hin wo sich eckladen und gaststube befanden während nach der rechten seite hin der große saal lag in dem heute dubslaw wenn nicht für die welts oder für reinsbergwutz und wenn nicht für reinsbergwutz oder für stechlin und umgegend proklamiert werden sollte dieser große saal war ein fünffensteriger längsraum der schon manchen schottischen erlebt was er in seiner erscheinung auch heute nicht zu verleugnen trachtete denn nicht nur waren ihm alle seine blanken wandleuchter verblieben auch die mächtige bassgeige die jedesmal wegzuschaffen viel zu mühsam gewesen wäre guckte schräggestellt mit ihrem langen halse von der musik empore her über die brüstung fort unter dieser empore quer durch den saal hin stand ein für das komitee bestimmter länglicher tisch mit während auf den links und rechts sich hinziehenden bänken einige zwanzig vertrauensmänner saßen denen es hinterher oblag im sinne der komiteebeschlüsse weiterzuwirken die vertrauensmänner waren meist wohlhabende stechlinerbauern untermischt mit offiziellen und halboffiziellen leuten aus der nachbarschaft förster und waldhüter und vormänner von den verschiedenen glas- und teeröfen zu diesen gesellte sich noch ein torfinspektor ein vermessungsbeamter ein steueroffiziant und schließlich ein gescheiterter kaufmann der jetzt agent war und die post besorgte natürlich war auch landbriefträger brose da samt der gesamten sicherheitsbehörde fußgendarm unke und wachmeister büterke von der reitenden gendarmerie büterke gehörte auch nur halb mit zum revier es war das immer ein strittiger punkt erschien aber trotzdem mit vorliebe bei versammlungen derart es gab nämlich für ihn nichts vergnüglicheres als seinen kameraden und amtsgesossen unke bei solcher gelegenheit zu beobachten und sich dabei mit seiner ungeheurigen übrigens durchaus berechtigten überlegenheit als schöner mann und ehemaliger gardekürassier bewußt zu werden unke war ihm der inbegriff des komischen und wenn ihn schon das rote verkupferte gesicht an und für sich amüsierte so doch viel viel mehr noch der gefärbte schuhdürstenbackenbart vor allem aber das augenspiel mit dem er den verhandlungen zu folgen pflegte büterke hatte recht unke war wirklich eine komische figur seine miene sagte beständig an mir hängt es dabei war er ein höchst gutmütiger mann der nie mehr als nötig aufschrieb und auch nur selten auflöste der saal hatte nach dem flur hin drei türen an der mitteltür standen die beiden gendarmen und rückten sich zurecht als sich der vorsitzende des komitees mit dem glockenschlag sieben von seinem platz erhob und die sitzung für eröffnet erklärte dieser vorsitzende war natürlich oberförster katzler der heute statt des bloß schwarz-weißen bandes sein bei sainte marie ochne erworbenes eisernes kreuz in substanz eingeknöpft hatte neben ihm saßen superintendent koseleger und pastor lorenzen an der linken schmalseite krippenstapel an der rechten schulze kluckhuhn letzterer auch dekoriert und zwar mit der doppelmedaille trotzdem er bei düppel in der reserve gestanden hatte er scherzte gern darüber und sagte während er seine beneidenswerten zähne zeigte ja kinder so geht es bei alsen war ich aber bei düppel war ich nicht und dafür hab ich nur die düppelmedaille schulze kluckhuhn war überhaupt eine humoristisch angeflogene persönlichkeit liebling des alten und trat immer wenn sich die alten kriegerbundleute von sechsundsechzig und siebzig aufs hohe pferd setzen wollten für die von vierundsechzig ein ja vierundsechzig kinder da fing es an und aller anfang ist schwer anfangen ist immer die hauptsache das andere kommt schon wie von selbst ein alter glubsower der bei spichern mitgestürmt und sich durch besondere tapferkeit hervorgetan hatte war denn auch bloß weil er einer von anno siebzig war ein gegenstand seiner besonderen bemängelungen ich will ja nicht sagen düppel dass es bei spichern gar nichts war aber gegen düppel wenn ich auch nicht mit dabei gewesen gegen düppel war es gar nichts wie war es denn bei spichern wovon du so viel redest als ob sich vierundsechzig daneben verstecken müsste bei spichern da waren menschen oben aber bei düppel da waren schanzen oben und ich sagte ja schanzen mit dem turm drin da pfeift es ganz anders das heißt vom pfeifen war schon eigentlich gar keine rede mehr eine folge dieser anschauung war es denn auch daß in den augen kluckhuhns der pionier klinke der bei düppel unter opferung seines lebens den palisadenpfahl von schanze drei wegbesprengt hatte der eigentliche held aller drei kriege war und alles in allem nur einen rivalen hatte dieser eine rivale stand aber drüben auf seite der dänen und war überhaupt kein mensch sondern ein schiff und hieß rolf krake ja kinder wir werden da so rüber gondelten da lag das schwarze biest immer dicht neben uns und sah aus wie nen sarg und wenn es gewollt hätte so wär es auch alle mit uns gewesen und bloß noch plumps in den alsensund und weil wir das wußten schossen wir immer drauf los denn wenn einem so zumute ist dann schießt der mensch immer zu ja rolf krake war eine fatale sache für kluckhuhn gewesen aber dasselbe schwarze schiff das ihm damals so viel furcht und sorge gemacht hatte war doch auch wieder ein segen für ihn geworden und man dürfte sagen sein leben stand seitdem im zeichen von rolf krake wie gundermann immer der sozialdemokratie das wasser abstellen wollte so verglich kluckhuhn alles zur sozialdemokratie gehörige mit dem schwarzen ungetüm im alsensund ich sage euch was jetzt die soziale revolution nennen das liegt neben uns wie damals rolf krake bebel wartet bloß und mit eins fegt er dazwischen schulze kluckhuhn war in der ganzen stechliner gegen sehr angesehen und als er jetzt mit seiner medaille so da saß dicht neben koseleger war er sich dessen auch wohl bewusst aber gegen krippenstapel den er als schulpauker und bienenvater eigentlich nicht so voll ansah kam er bei dieser gelegenheit doch nicht an krippenstapel hatte heut seinen ganz großen tag so sehr dasselbe kluckhuhn seinen ton herabstimmen mußte katzler ein entschiedener nichtredner begann als er sich mit seinem notizenzettel auf dem verschiedene satzanfänge standen erhoben hatte mit der versicherung daß er den so zahlreich anwesenden unter denen vielleicht auch einige anders denkende seien für ihr erscheinen danke sie wüßten alle zu welchem zwecke sie hier seien der alte kortschädel sei tot er ist in ehren hingegangen und es handele sich heute darum dem alten herrn von kortschädel im reichstag einen nachfolger zu geben die grafschaft habe immer konservativ gewählt es sei ehrensache wieder konservativ zu wählen und ob die welt voll teufel wär es liege der grafschaft ob dieser welt des abfalls zu zeigen daß es noch städten gebe und hier sei eine solche städte wir haben glaub ich so schloß er niemand an diesem tisch der das parlamentarische voll beherrscht weshalb ich bemüht gewesen bin das was uns hier zusammengeführt hat schriftlich niederzulegen es ist ein schwacher versuch jeder tut soviel er kann und der brombeerstrauch hat eben nur seine bären aber auch sie können den durstigen wanderer erfrischen und so bitte ich denn unserem politischen freund dem wir außerdem für die erforschung dieser gegenden soviel verdanken ich bitte herrn lehrer krippenstapel uns das von mir aufgesetzte vorlesen zu wollen ein pro memoria man kann es vielleicht so nennen katzler unter verneigung setzte sich wieder wenn sich krippenstapel erhob er blätterte wie ein rechtsanwalt in einer anzahl von papieren und sagte dann ich folge der aufforderung des herrn vorsitzenden und freue mich berufen zu sein ein schriftstück zur verlesung zu bringen das unser aller gefühlen ich bin dessen sicher und glaube von den einschränkungen die unser herr vorsitzender gemacht hat absehen zu dürfen zu kräftigstem ausdruck verhilft und nun setzte krippenstapel seine hornbrille auf und las es war ein ganz kurzes schriftstück und enthielt eigentlich dasselbe was katzler schon gesagt hatte die betonungen krippenstapel sorgten aber dafür dass der beifall reichlicher war und dass die schlusswendung und so vereinigen wir uns denn in dem satz was um den stechlin herum wohnt das ist für stechlin einen ungeheuren beifall fand büterke hob seinen helm und stieß mit dem pallasch auf während unke sich umsah ob doch vielleicht ein einzelner übelwollender zu notieren sei nicht um ihn direkt anzuzeigen aber doch zur kenntnisnahme brose der wohl eine folge seines berufs unter dem ungewohnten langen stille stehen gelitten hatte nahm im vorflur wie zur niederkämpfung seiner beinnervosität eine art probegeschwindschritt rasch wieder auf während kluckhuhn sich von seinem stuhl erhob um katzler erst militärisch und dann unter gewöhnlicher verbeugung zu begrüßen wobei seine düppelmedaille den katzerschen eisernen kreuz entgegenpendelte nur koseleger und lorenzen blieben ruhig um des superintendenten mund war ein leiser ironischer zug dann erklärte der vorsitzende die sitzung für geschlossen alles brach auf und nur unke sagte zu brose wir bleiben noch brose morgen wird es lauferei genug geben denk ich auch aber lieber laufen als hier so stille stehen draußen unter dem gezweig der alten linden standen mehrere kaläschewagen aber der des superintendenten fehlte noch weil koseleger eine viel längere sitzung erwartet und daraufhin seinen wagen erst zu zehn uhr bestellt hatte bis dahin war noch eine hübsche zeit der superintendent schien indessen nicht unzufrieden darüber und seines amtsbruders armnehmend sagte er lieber lorenzen ich muß mich wie sie sehen bei ihnen zu gaste laden als unverheirateter werden sie so hoffe ich über die störung leicht hinwegkommen die ehe bedeutet in der regel segen wenigstens an kindern aber die nicht-ehe hat auch ihre segnungen unsere guten frauen entschlagen sich dieser einsicht und dieser unbedingte glaube an sich und ihre wichtigkeit hat oft etwas rührendes lorenzen der sich bei voller würdigung der gaben seines ihm vorgesetzten und zugleich gern einen spöttischen ton anschlagenden amtsbruders im allgemeinen nicht viel aus ihm machte er diesmal mit allem einverstanden und nickte während sie schräg über den platz fort auf die pfarre zuschritten ja diese einbildungen fuhr koseleger fort zu dessen lieblingsgesprächen dieses thema gehörte gewiß ist es richtig daß wir samt und sonders von einbildungen leben aber für die frauen ist es das tägliche brot sie maltretieren ihren mann und sprechen dabei von liebe sie werden maltretiert und sprechen erst recht von liebe sie sehen alles so wie sie es sehen wollen und vor allem haben sie ein talent sich mit tugenden auszurüsten erlassen sie mir diese tugenden aufzuzählen die sie durchaus nicht besitzen unter diesen meist nur in der vorstellung existierenden tugenden befindet sich auch die der gastlichkeit wenigstens hierlands und nun gar unsere pfarrmütter eine jede hält sich für die heilige elisabeth mit den bekannten broten im korb haben sie übrigens das bild auf der wardburg gesehen unter allen schwindschen sachen steht es mir so ziemlich oben an und in wahrheit um auf unsere pfarrmütter zurückzukommen liegt es doch so daß ich mich bei pastorlichen junggesellen immer am besten aufgehoben gefühlt habe lorenzen lachte wenn sie nur heute nicht widerlegt werden herr superintendent ganz undenkbar lieber lorenzen ich bin noch nicht lange in dieser gegend in meinem guten quaden hennersdorf da drüben aber wenn auch nicht lange so doch lange genug um zu wissen wie sie hierherum aussieht und ihre renommee sie sollen so was von einem feinschmecker an sich haben kann ich mir übrigens denken sie sind ästhetikus und das ist man nicht ungestraft am wenigsten in bezug auf die zunge ja das ästhetische für manchen ist es ein unglück ich weiß davon das haus hier vor uns ist wohl ihr schulhaus weiß gestrichen und kein fetzchen gardine das ist immer ne preußische schule so wird bei uns die volksseele für das was schön ist groß gezogen aber es kommt auch was dabei heraus mitunter wundert's mich nur dass sie die bauten aus der zeit friedrich wilhelms des ersten nicht besser konservieren eigentlich war das doch das ideal graue wand hundert löcher drin und unten ein großes hauptloch und natürlich ein schilderhaus daneben letzteres das wichtigste schade daß so was verloren geht übrigens rettet hier der grüne staketenzaun das ganze wie heißt doch da lehrer krippenstapel richtig krippenstapel katzler nannte ihn jahre in der sitzung mit einer art appellant ich erinnere mich noch wie mir der name wohltat als ich ihn das erste mal hörte so heißt nicht jeder wie kommen sie mit dem manne aus sehr gut herr superintendent freut mich aufrichtig aber es muß ein kunststück sein er hat ein gesicht wie eine eule dabei so was steifleinenes und zugleich selbstbewusstes der richtige lehrer meiner in quadenhennersdorf war ebenso aber er läßt nun schon ein bißchen nach unter diesen worten waren sie bis an die pfarre gekommen in der man ohne daß ein mote vorausgeschickt worden wäre doch schon wußte daß der herr superintendent mit erscheinen würde nun war er da nur wenige minuten waren seit dem aufbruch vom krug her vergangen die trotz kürze für frau kulicke eine lehrerswitwe die lorenz in die wirtschaft führte ausgereicht hatten alles im schick und ordnung zu bringen auf dem länglichen haus fuhr an dessen äußerstem ende man gleich beim eintreten die blinkblanke küche sah brannten ein paar helle paraffinkerzen während rechts daneben in der offenstehenden studierstube eine große lampe mit grünem bilderschirm ein gedämpftes licht gab lorenzen schob den soffatisch darauf zeitungen hoch aufgeschichtet lagen ein wenig zurück und bat koseleger platz zu nehmen aber dieser eben jetzt das große bild bemerkend das in beinahe reicher umrahmung über dem sofa hing nahm den ihm angebotenen platz nicht gleich ein sondern sagte sich über den tisch vorbeugend gratuliere lorenzen kreuzabnahme rubens das ist ja ein wunderschöner stich oder eigentlich dergleichen wird hier wohl im siebenmeiligen umkreis nicht oft betroffen werden nicht einmal in dem etwas heraufgepufften rheinzberg in rheinzberg war man für wattosche reifrock damen auf einer schaukel aber nicht für kreuzabnahmen und dergleichen und stammt auch sicher nicht aus dem sogenannten schloss ihres liebenswürdigen alten herrn drüben riesenkarte mit glaskugel davor ach wenn ich diese glaskugeln sehe und daneben das hier wissen sie lorenzen das bild hier ruft mir eine schöne stunde meines lebens zurück einen reisetag wo ich mit großfürstin vera vom haag aus in antwerpen war da sah ich das bild in der kathedrale waren sie da lorenzen verneinte das wäre was für sie dieser rubens im original in seiner farben allgewalt es heißt immer dass er nur flämmanderinnen hätte malen können nun das wäre wohl auch noch nicht das schlimmste gewesen aber er konnte mehr sehen sie den christus wohl jedem der draußen war und zu dem die welt mal in anderen zungen redete hier blüht der bilder bogen türke links russe rechts ach lorenzen es ist traurig hier versauern zu müssen als er so gesprochen ließ er sich vor sich hinstarrend in die sofaecke nieder ganz wie in andere zeiten verloren und sah erst wieder auf als ein junges ding ins zimmer trat groß und schlank und blond und dem pastor verlegen und errötend etwas zuflüsterte meine gute frau kulicke sagte lorenzen läßt eben fragen ob wir unseren imbiss im nebenraum nehmen wollen ich möchte beinahe glauben es ist das beste wir bleiben hier es heißt zwar ein esszimmer müsse kalt sein nun das hätten wir nebenan ich persönlich finde jedoch das temperierte besser aber ich bitte bestimmen zu wollen herr superintendent temperiert mir aus der seele gesprochen also bleiben wir wo wir sind aber sagen sie mir lorenzen wer war das entzückende geschöpf wie ein bild von knaus halb prinzeß halb rotkäppchen wie alt ist sie denn siebzehn eine nichte meiner guten frau kulicke siebzehn ach lorenzen wie sie zu beneiden sind immer solche menschenblüte zu sehen und siebzehn sagen sie ja das ist das eigentliche hat noch ein bißchen von der eierschale und noch ein bißchen vom einsegnungscharakter und achtzehn ist schon wieder alltäglich achtzehn kann jeder sein aber siebzehn ein wunderbarer mittelzustand und wie heißt sie elfriede auch das noch lorenzen wiegte den kopf und lächelte ja sie lächeln lorenzen und wissen nicht wie gut sie's haben in dieser ihrer waldpfarre was ich hier sehe heimelt mich an das ganze dorf alles wenn ich mir da beispielsweise den tisch wieder vergegenwärtige daran wie wir drüben im krug vor einer halben stunde gesessen haben an der linken seite dieser krippenstapel er sei wie er sei und an der rechten seite diese rolfkrake das sind ja doch lauter größen denn das groteske hat eben auch seine größen und nicht die schlechtesten und dazu dieser katzler mit seiner ermine trud all das haben sie dicht um sich her und dazu dies kind diese elfriede die hoffentlich nicht kulike heißt sonst bricht freilich mein ganzes begeisterungsgebäude wieder zusammen und nun nehmen sie mich ihren superintendent das große kirchenlicht dieser gegenden alles nackte prosa wie der haarige kollegen und amtsbrüder die mir nicht verzeihen können dass ich im hag war und mit einer großfürstin über land fahren konnte glauben sie mir großfürstinnen selbst wenn sie mängel haben und sie haben mängel sind mir immer noch lieber als das landesgewächs von quaden hennersdorf und mitunter ist mir zumut als gäbe es keine weltordnung mehr ja lorenzen sie setzen ein überraschtes gesicht auf und wundern sich daß einer für den die hohe clary sei so viel getan und ihn zum superintendenten in der gesegneten mittelmark und der noch gesegneteren grafschaft rubin gemacht hat sie wundern sich daß euch zehnmal glücklicher solchen hochverrat redet aber bin ich ein glücklicher ich bin ein unglücklicher aber herr superintendent und möchte daß ich eine hundertfünfzig seelengemeinde hätte sagen wir auf dem toten mann oder in der tuchlerheide sehen sie dann wäre es vorbei dann wüßt ich bestimmt du bist in den skatt gelegt und das kann unter umständen ein trost sein die leute die schiffbruch gelitten und nun in einer isolierzelle sitzen und tüten kleben oder wolle zupfen das sind nicht die unglücklichsten unglücklich sind immer bloß die halben und als einen solchen habe ich die ehre mich ihnen vorzustellen ich bin ein halber vielleicht sogar in dem worauf es ankommt aber lassen wir das ich will hier nur vom allgemein menschlichen sprechen und daß ich auch in diesem menschlichen ein halber bin das quält mich über das andere käme ich vielleicht weg lorenzens augen wurden immer größer sehen sie da war ich also verzeihen sie daß ich immer wieder darauf zurückkomme da war ich also mit siebenundzwanzig im hag und kam in die vornehme welt die da zu hause ist und da war ich denn heut in amsterdam und morgen in schemeningen und den dritten tag in gent oder in brücke brücke reliquienschrein hans memling so was müßten sie sehen was sollen uns die ewigen markgrafen oder gar die faule grete mancher ich weiß wohl ist fürs herrne gewand oder zum eremiten geboren ich nicht ich bin von der anderen seite meine seele hängt an leben und schönheit und nun spricht da draußen all dergleichen zu einem und man drängt sich damit und hat einen ehrgeiz nicht einen kindischen sondern einen echten der höher hinauf will weil man da wirken und schaffen kann für sich gewiß aber auch für andere danach dürstet einem und nun kommt der becher der diesen durst stillen soll und dieser becher heißt quadenhennersdorf das dorf das mich umgibt ist ein großes bauerndorf aufgesteifte leute geschwollen und harzherzig und natürlich so trocken und trivial wie die leute hier alle sind und doch stolz darauf ach lorenzen immer wieder wie beneide ich sie während koseleger noch so sprach erschien frau kulicke sie schob die zeitungen zurück um zwei couverts legen zu können und nun brachte sie den rotwein und ein kabarett mit brötchen in dünn geschliffene große gläser schenkte lorenzen ein und die beiden amtsbrüder stießen an auf bessere zeiten aber sie dachten sich sehr verschiedenes dabei weil sich der eine nur mit sich der andere nur mit anderen beschäftigte wir könnten glaube ich sagte lorenzen neben den besseren zeiten noch dies und jenes leben lassen zunächst ihr wohl herr superintendent und zum zweiten auf das wohl unseres guten alten stechlin der uns doch heute zusammengeführt ob wir ihn doch bringen katzler tat so sicher und kluckhuhn und krippenstapel nun schon ganz gewiß aber ich habe trotzdem zweifel die konservativen ich kann kaum sagen unsere parteigenossen oder doch nur in sehr bedingtem sinne die konservativen sind in sich gespalten es gibt ihrer viele denen unser alter stechlin um ein gut teil zu flau ist fortiter in re suaviter in modo hat neulich einer der sich auf bildung ausspielt von dem alten gesagt und von suaviter wenn auch nur in modo wollen alle diese herren nichts wissen unter diesen ultras ist natürlich auch gundermann auf sieben mühlen der ihnen vielleicht bekannt geworden ist versteht sich war neulich bei mir ein mann von drei redensarten von denen die zwei besten aus der wassermüllersphäre genommen sind nun dieser gundermann wie immer die dummen ist zugleich intrigant und während er vorgibt für unsern guten alten stechlin zu werben tropft er den leuten gift ins ohr und erzählt ihnen daß der alte senil sei und keinen schneid habe der alte stechlin hat aber mehr schneid als sieben gundermanns gundermann ist ein bourgeois und ein parvenu also so ziemlich das schlechteste was einer sein kann ich bin schon zufrieden wenn dieser jammerling unterliegt aber um den alten bin ich besorgt ich kann nur wiederholen es liegt nicht so günstig für ihn wie die gegend hier sich einbildet denn auf das arme volk ist kein verlaß ein versprechen und ein kornus und alles schnappt ab ich werde das meine tun sagte koseleger mit einer mischung von pathos und wohlwollen aber lorenzen hatte dabei den eindruck daß sein quaden hennersdorfer superintendent bereits ganz anderen bildern nachhing und so war es auch was war für koseleger diese traurige gegenwart ihn beschäftigte nur die zukunft und wenn er in die hineinsah so sah er einen langen langen korridor mit oberlicht und am ausgang ein klingelschild mit der aufschrift doktor koseleger general superintendent so ziemlich um dieselbe stunde wo die beiden amtsbrüder auf bessere zeiten anstießen hielt katzlers bürschwagen die sterne blinkten schon vor seiner oberförsterei das blaffen der hunde das solange der wagen noch weit ab war unausgesetzt über die waldwiese hingeklungen war verkehrte sich mit einem mal in windseliges geheul und wunderliche freudentöne katzler sprang aus dem wagen hing den hut an einen im flur stehenden ständer von den ewigen geweihen wollte er als feiner mann nichts wissen und trat gleich danach in das an der linken flur seite gelegene matt erleuchtete wohnzimmer seiner frau das gedämpfte licht ließ sie noch blasser erscheinen als sie war sie hatte sich als der wagen hielt von ihrem sofaplatz erhoben und kam ihrem manne wie sie regelmäßig zu tun pflegte wenn er aus dem walde zurückkehrte zu freundlicher begrüßung entgegen ein als weihnachtsgeschenk für eine jüngere schwester bestimmtes battisttuch in das sie eben die letzte zacke der ippe büchsenstein'schen krone hineinstickte hatte sie bevor sie sich vom sofa erhob aus der hand gelegt sie war nicht schön dazu von einem lymphatisch sentimentalen ausdruck aber ihre stattliche haltung und mehr noch die art wie sie sich kleidete ließen sie doch als etwas durchaus apartes und beinahe fremdländisches erscheinen sie trug nach art eines morgenrockes ein glatt herabhängendes leicht gelb getöntes wolkleid und als eigentümlichste seinen aus dem selben gelblichen bolzstoff hergestellten kopfputz von dem es unsicher blieb ob er einen turban oder eine krone darstellen sollte das ganze hatte etwas gewolltes war aber neben dem auffälligen doch auch wieder kleidsam es sprach sich ein talent darin aus etwas aus sich zu machen wie glücklich bin ich dass du wieder da bist sagte ermin trud ich habe mich recht gebankt diesmal nicht um dich sondern um mich ich muss dies egoistischerweise gestehen es waren recht schwere stunden für mich die ganze zeit da du fort warst er küßte ihr die hand und führte sie wieder auf ihren platz zurück du darfst nicht stehen ermin trud und nun bist du auch wieder bei der stickerei das strengt dich an und hat wie du weißt auf alles einfluss der gute doktor sagte noch gestern alles sei im zusammenhang ich sehe auch wie blass du bist das macht der schirm du willst es nicht wahrhaben und mir nicht sagen was vielleicht wie vorwurf klingen könnte ich mache mir aber den vorwurf selbst ich musste hier bleiben und nicht hin zu dieser stechliner wahlversammlung du musstest hin mladimir ich rechne es dir hoch an ermin trud dass du so sprichst aber es wäre schließlich auch ohne mich gegangen koseleger war da der konnte das präsidium nehmen so gut wie ich und wenn der nicht wollte so konnte dorfinspektor ezelius einspringen oder vielleicht auch krippenstapel krippenstapel ist doch zuletzt der der alles macht jedenfalls liegt es so wenn es der eine nicht ist ist es der andere ich kann das zugeben wie könnte sonst die welt bestehen es gibt nichts was uns so demut predigte wie die wahrnehmung von der entbehrlichkeit des einzelnen aber darauf kommt es nicht an worauf es ankommt das ist die erfüllung unserer pflicht katzler als er dies wort hörte saß sich nach einem etwas um das er in den stand gesetzt hätte dem gespräch eine andere wendung zu geben aber wie stets in solchen momenten das was retten konnte war nicht zu finden und so sah er denn wohl dass er einem vortrage der prinzessin über ihr lieblingsthema von der pflicht verfallen sei dabei war er eigentlich hungrig wies auf ein taburett das sie mittlerweile neben ihren sofaplatz geschoben und sagte daß ich immer wieder davon sprechen muß wladimir wir leben eben nicht in der welt um unsert sondern um anderer willen ich will nicht sagen unter menschheit willen was eitel klingt wie wohl es eigentlich wohl so sein sollte was uns obliegt ist nicht die lust des lebens aus nicht einmal die liebe die wirkliche sondern lediglich die pflicht gewiss ermittrud wir sind darüber einig es ist dies außerdem auch etwas speziell preußisches wir sind dadurch vor andern nationen ausgezeichnet und selbst bei denen die uns nicht begreifen oder übel wollen dämmert die vorstellung von unserer daraus entspringenden überlegenheit aber es gibt doch unterschiede gerade wenn ich statt zu der stechliner wählerversammlung lieber zu dr sponholz oder zu alten stinten in klosterhut die ja schon früher einmal dabei war gefahren wäre so wäre das doch vielleicht das bessere gewesen es ist ein glück daß es noch mal so vorübergegangen aber darauf darf man nicht in jedem falle rechnen aber man darf darauf rechnen daß wenn man das pflichtgemäße tut man zugleich auch das rechte tut es hängt soviel an der wahl unseres alten trefflichen stechlin er steht außerdem sittlich höher als kortschädel dem man trotz seiner siebzig allerhand nachsagen durfte stechlin ist ganz intakt etwas sehr seltenes und einem sittlichen prinzip zum siege zu verhelfen dafür leben wir doch recht eigentlich dafür lebe wenigstens ich gewiß ermintrud gewiß in jedem augenblicke seiner obliegenheiten eingedenk sein ohne erst bei neigung oder stimmung anzufragen das habe ich mir in feierlicher stunde gelobt du weißt in welcher und du wirst mir das zeugnis ausstellen dass ich diesem gelöbnis nachgekommen gewiß ermintrud gewiß es war unser fundament und wenn es sich um sittliche pflicht handelt wie doch heute ganz offenbar wie hätte ich da sagen wollen bleibe ich wäre mir klein vorgekommen klein und untreu nicht untreu ermintrud doch doch es gibt viele formen der untreue das persönliche hat sich der familie zu bequemen und unterzuordnen und die familie wieder der gesellschaft in diesem sinne bin ich erzogen und in diesem sinne tat ich den schritt verlange nicht daß ich in irgend etwas diesen schritt zurücktue nie das kleine dienstmädchen eine heideläufer tochter deren storres haar von keiner bürste gezähnt immer weit abstand erschien in diesem augenblicke meldend daß sie das teezeug gebracht habe katzler nahm seiner frau arm um sie bis in das zweite nach dem hof hinausgelegene zimmer zu führen als er aber wahrnahm wie schwer ihr das gehen wurde sagte er ich freue mich dich so sprechen zu hören immer du selbst ich bin aber doch in unruhe und will morgen früh zur frau schicken sie nickte zustimmend während ein halb zärtlicher blick den guten katzler streifte der solange das ihm nur so wohl bekannte gespräch über pflicht gedauert hatte von minute zu minute verlegener geworden war ende des achtzehnten kapitels und nun war wahltag morgen kurz vor acht erschien lorenzen auf dem schloß um in dubslavs schon auf der rampe haltendem kaleschwagen einzusteigen und mit nach reinsberg zu fahren der alte bereits gestiefelt und gespornt empfing ihn mit gewohnter herzlichkeit und guter laune das ist recht lorenzen und nun wollen wir auch gleich aufsteigen aber warum haben sie mich nicht an ihrem pfarrgarten erwartet muss ja doch dran vorüber und dabei schob er ihm vollsorglichkeit eine decke zu während die pferde schon anrückten übrigens freut es mich trotzdem man widerspricht sich immer daß sie nicht so praktisch gewesen und doch lieber gekommen sind es ist ne politesse und die menschen sind jetzt so schrecklich unpoliert und geradezu unmanierlich aber lassen's mir's ich kann es nicht ändern und gräm mich auch nicht weil sie gütig sind und jene heiterkeit haben die menschlich angesehen so ziemlich unser bestes ist dubslav lachte ja soviel ist richtig kopfhängerei war nie meine sache und wäre das verdammte geld nicht hören sie lorenzen das mit dem mammon und dem goldenen kalb das sind doch eigentlich alles sehr feine sachen gewiß herr von stechlin und wäre das verdammte geld nicht so hätte ich den kopf noch weniger hängen lassen als ich getan aber das geld da war noch unter prinz friedrich wilhelm den dritten der alte general von der marwitz auf friedersdorf von dem sie gewiß mal gehört haben der hat in seinen memoiren irgendwo gesagt er hätte sich aus dem dienst gern schon früher zurückgezogen und sei bloß geblieben um des schlechtesten willen was es überhaupt gäbe um des geldes willen und das hat damals als ich es las einen großen eindruck auf mich gemacht denn es gehört was dazu das so ruhig auszusprechen die menschen sind in allen stücken so verlogen und unehrlich auch in geldsachen fast noch mehr als in tugend und das will was sagen ja lorenzen so ist es na lassen wir's sie wissen ja auch bescheid und dann sind das schließlich auch keine betrachtungen für heute wo ich gewählt werden und den triumphator spielen soll übrigens ich gehe einem totalen kladderadatsch entgegen ich werde nicht gewählt lorenzen wurde verlegen denn was dubslav da zuletzt sagte das stimmte nur zu sehr mit seiner eigenen meinung aber er mußte wohl oder übel so schwer es ihm wurde das gegenteil versichern ihre wahl herr von stechlin steht glaub ich fest in unserer gegend wenigstens die globsower und tagower gehen mit gutem beispiel voran lauter gute leute vielleicht aber schlechte musikanten alle menschen sind wetterfahnen ein bißchen mehr ein bißchen weniger und wir selber machen's auch so schwapp sind wir auf der andern seite ja schwach ist jeder und ich mag mich auch nicht für all und jeden verbürgen aber in diesem speziellen falle selbst koseleger schien mir voll zuversicht und vertrauen als er am donnerstag noch mit mir plauderte koseleger voll vertrauen na dann geht es gewiß in die brüche wo koseleger amen sagt das ist schon so gut wie letzte ölung er hat keine glückliche hand dieser ihr amtsbruder und vorgesetzter ich teile leider einigermaßen ihre bedenken gegen ihn aber was vielleicht mit ihm versöhnen kann er hat angenehme formen und durchaus etwas verbindliches das hat er und doch so sehr ich sonst für formen und verbindlichkeiten bin nicht für seine man soll einem menschen nicht seinen namen vorhalten aber koseleger ich weiß immer nicht ob er mehr kose oder mehr leger ist vielleicht beides gleich er ist wie ein bäsetorte süß aber ungesund nein lorenzen da bin ich doch mehr für sie sie taugen auch nicht viel aber sie sind doch wenigstens ehrlich vielleicht sagte lorenzen übrigens hat koseleger in mitten seiner verbindlichkeiten und schönen worte doch auch wieder was freies beinahe gewagtes und ist mir da neulich mit bekenntnissen gekommen fast wie ein charakter lorenzen aber lorenzen wie können sie sich so hinters licht führen lassen ich verwette mich er hat ihnen irgendetwas über ihre gaben gesagt das ist jetzt so ein lieblingswort das die pastoren immer gegenseitig brauchen es soll bescheiden und unpersönlich klingen und sozusagen alles auf inspiration zurückführen für die man ja wie für alles was von oben kommt am ende nicht kam es ist aber gerade durch das hochmütigste war es so was hatte meinen klugen lorenzen ehe er sich als charakter ausspielte durch solche schmeicheleien eingefangen es war nicht so herr von stechlin sie tun ihm hier ausnahmsweise unrecht er sprach überhaupt nicht über mich sondern über sich und machte mir dabei seine konfession er gestand mir beispielsweise dass er sich unglücklich fühle warum weil er in quadenhennersdorf deplatziert sei deplatziert das ist auch ein solches wort aber das kenn ich wenn man durchaus will ist jeder deplatziert ich sie krippenstapel engelke ich müsste präsent von einem stammtisch oder vielleicht auch ein badedirektor sein sie missionar am kongo krippenstapel kustos an einem märkischen museum und engelke nun der müsste gleich selbst hinein nummer 113 deplatziert alles bloß eitelkeit und größenwahn und dieser koseleger mit dem konsistorialratskinn er war galopin bei einer großfürstin das kann er nicht vergessen damit will er es nun zwingen und in seinem ärger und unmut spielt er sich auf den charakter aus und verteidigt sich wie sie sagen bis zur konfessions und gewagtheiten und wenn er nun reüssierte gott verhüt es so haben sie den scheiß der haufen mann komilfo und der erste der rauf muss das sind sie denn er wird sofort das bedürfnis spüren seine gewagtheiten von heute durch irgendeinen brandopfer wieder gut zu machen unter diesem gespräch waren sie schließlich aus dem walde heraus und näherten sich einem beinahe meilenlangen und bis an den horizont sich ausdehnenden stück bruchland über das mehrere mit kropfweiden und silberpappen besetzte wege strahlenförmig auf reinsberg zuliefen alle diese wege waren belebt meist mit fußgängern aber auch mit fuhrwerken eins davon aus gelblichem holz das hell in der sonne blinkte war leicht zu erkennen der fährt ja katzler sagte dubslav überrascht mich beinahe es ist nämlich was sie vielleicht noch nicht wissen werden wieder was einpassiert er schickte mir heute früh einen boten mit der nachricht davon und daraus schloss ich er würde wohl nicht zur wahl kommen aber ermyntrud mit ihrer grandiosen pflichtvorstellung wird ihn wohl wieder fortgeschickt haben ist es wieder ein mädchen fragte lorenzen natürlich und zwar der siebente bei sieben freilich müssten es jungen sein darf man glaube ich den kaiser zu gevatter laden übrigens sind mehrere bereits tot und alles in allem ist es wohl möglich dass sich ermyntrud über das beständige bloß mädchen allerlei sorgen und gedanken macht lorenzen nickte kann mir denken dass die prinzessin etwas wie eine zu leistende sühle darin sieht sühle wegen des von ihr getanen schrittes alles an ihr ist ein wenig überspannt und doch ist es eine sehr liebenswürdige dame wovon niemand überzeugter ist als ich sagte dubslav freilich bin ich bestochen denn sie sagt mir immer das schmeichelhafteste sie plaudere so gern mit mir was auch am ende wohl zutrifft und dabei wird sie dann jedes mal ganz ausgelassen trotzdem sie eigentlich hochgradig sentimental ist sentimental was nicht überraschen darf denn aus sentimentalität ist doch schließlich die ganze katzlerei hervorgegangen bin übrigens herzlich in sorge wo hoheit den richtigen taufnamen für das jüngstgeborne hernehmen wird in diesem stücke vielleicht dem einzigen ist sie nämlich noch ganz und gar prinzessin geblieben und sie lieber lorenzen werden dabei sicherlich mit zurate gezogen werden was ich mir nicht schwierig denken kann sagen sie das nicht es gibt in diesem falle viel weniger brauchbares als es sich vorzustellen scheinen prinzessinnen nahmen an und für sich ohne weitere zutat ja die gibt es genug aber damit ist ermindrot nicht zufrieden sie verlangt ihrer natur nach zu dem dynastisch genealogischen auch noch etwas poetisch märchenhaftes und das kompliziert die sache ganz erheblich sie können das sehen wenn sie die katzlersche kinderstube durchmustern und sich die namen der bisher getauften ins gedächtnis zurückrufen die katzlersche kronprinze heißt natürlich auch ermindrot und dann kommen ebenso selbstverständlich dagmar und thyra und schließlich begegnen wir einer ines und einer maud und zuletzt einer arabella aber bei arabella können sie schon deutlich eine gewisse verlegenheit wahrnehmen ich würde ihr wenn sie sich wegen des jüngstgeborenen an mich wendete was altjüdisches vorschlagen das ist schließlich immer das beste was meinen sie zu rebecca lorenzen kam nicht mal dazu dubslav diese frage zu beantworten denn eben jetzt waren sie durch das stück bruchland hindurch und rasselten bereits über einen ein weiteres gespräch unmöglich machenden steindamm weg scharf auf reinsberg zu war in ausgezeichneter laune das prachtvolle herbstwetter dazu das bunte leben alles hatte seine stimmung gehoben am meisten aber das er unterwegs und beim passieren der hauptstraße bereits gelegenheit gehabt hatte verschiedene gute freunde zu begrüßen von der kirche her schlug es zehn als er vor dem als wahllokal etablierten gasthause zum prinzregenten hielt in dessen fronte noch bereits einige mehr oder weniger vor wegen aussehende wahlmänner standen alle bemüht ihre zettel an mutmaßliche parteigenossen auszuteilen drinnen im saal war der wahlakt schon im gange hinter der urne präsidierte der alte herr von zühlen ein guter siebziger der die groteskesten feudalansichten mit ebenso grotesker bonomie zu verbinden wußte was ihm auch bei seinen politischen gegnern eine große beliebtheit sicherte neben ihm links und rechts saßen herr von stobeck und herr van den peerenboom letzterer ein holländer aus der gegend von delft der vor wenig jahren erst ein großes gut im rubinerkreis gekauft und sich seitdem zum preußen und was noch mehr sagen wollte zum grafschaftler herangebildet hatte man sah ihn aus allen möglichen gründen auch schon um seines fannwillen nicht ganz für voll an ließ aber nichts davon merken weil er der bei den meisten grafschaftlern stark ins gewicht fallenden haupteigenschaft eines vor so und soviel jahren in batavia geborenen holländisch javanischen kaffeehändlers nicht entbehrte seines nachbarn von storbeck lebensgeschichte war durchschnittsmäßiger unter denen die sonst noch am komiteetisch saßen befand sich auch katzler den ermintrud wie dubslav richtig vermutet mit der bemerkung daß im modernen bürgerlichen staate wählen so gut wie kämpfen sei von ihrem wochenbette fortgeschickt hatte das kind wird inzwischen mein engel sein und das gefühl erfüllter pflicht soll mich bei kraft erhalten auch gundermann der immer mit dabei sein musste saß am komiteetisch sein benehmen hatte was aufgeregtes weil er wie lorenzen bereits angedeutet wirklich im geheimen gegen dubslav integriert hatte dass er selber unterliegen würde war klar und beschäftigte ihn kaum noch aber ihn erfüllte die sorge daß sein vor aufgegangenes doppeltes spiel vielleicht an den tag kommen könnte dubslav wollte die sache gern hinter sich haben er trat deshalb nachdem er sich draußen mit einigen bekannten begrüßt und an jeden einzelnen ein paar worte gerichtet hatte vom vorplatz her in das wahllokal ein um das so rasch wie möglich seinen zettel in die urne zu tun es traf ihn bei dieser prozedur der blick des alten zühlen der ihm in seiner mischung von feierlichkeit und olk sagen zu wollen schien ja stechlin da hilft nun mal nicht man muß die komödie mit durchmachen dubslav kam übrigens kaum dazu von diesem blicke notiz zu nehmen weil er katzlers gewahr wurde dem er sofort entgegentrat um ihm durch einen händedruck zu seinem siebten töchterchen zu gratulieren an guter mann ging der alte ohne notizname vorüber dies war aber nur zufall er wusste nichts von den zweideutigkeiten des siebenmühleners und nur dieser selbst weil er ein schlechtes gewissen hatte wurde verlegen und empfand des alten haltung wie eine absage als dubslav wieder draußen war war natürlich die große frage ja was jetz tun es ging erst auf elf und vor sechs war die geschichte nicht vorbei wenn sich's nicht noch länger hinzog er sprach dies auch einer anzahl von herren aus die sich auf einer vor dem gasthause stehenden bank niedergelassen und hier dem likörkasten des prinzregenten der sonst immer erst nach dem diner auftauchte vorgreifend zugesprochen hatten es waren ihrer fünf lauter kreis- und parteigenosse aber nicht eigentlich freunde denn der alte dubslav war nicht sehr für freundschaften er sah zu sehr was jedem einzelnen fehlte die dasaßen und aus purer langeweile sich über die vorzüge von allasch und chartreuse stritten waren die herren von melchow von krangen und von gneko dazu baron betz und ein freiherr von der nonne die die natur mit besonderer rücksicht auf seinen namen geformt zu haben schien er trug eine hohe schwarze krawatte darauf ein kleiner vermickerter kopf saß und wenn er sprach war es wie wenn mäuse pfeifen er war die komische figur des kreises und wurde gehänselt nahm es aber nicht übel weil seine mutter eine schlesische gräfin auf inski war was ihm in seinen augen ein solches übergewicht sicherte daß er wie friedrich der große jeden augenblick bereit war die sich etwa einstellenden basquille niedriger hängen zu lassen ich denke meine herren sagte dubsler wir gehen in den park da hat man doch immer was an der einen stelle ruht das herz des prinzen und an der andern stelle ruht er selbst und hat sogar eine pyramide zu häupen wie wenn er sie sostris gewesen wäre ich würde gern einen andern nennen aber ich kenne bloß den natürlich gehen wir in den park sagte von kneko und es ist schließlich immer auch ein glück daß man so was hat und auch ein glück ergänzte von melchow daß man solchen wahltag wie heute hat der einen ordentlich zwingt sich mal um historisches und bildungsmäßiges zu kümmern bis marken ist es auch mal so gegangen noch dazu mit deiner reichen amerikanerin und hat auch gleich das heißt eigentlich lange nachher das rechte wort dafür gefunden der hat immer das rechte wort gefunden immer aber weiter molchow nun als die reiche amerikanerin so runde vierzig jahre später ihn wieder sah und sich bei ihm bedanken wollte von wegen des bildermuseums in das er sie halb aus verlegenheit und halb aus ritterlichkeit hineingeleitet und ihr mutmaßlich alle bilder falsch erklärt hatte da hat er all diesen dank abgewiesen und ihr ich sehe und höre ihn ordentlich in aller fidelität gesagt sie habe nicht ihm sondern er habe ihr zu danken denn wenn jener tag nicht gewesen wäre so hätte er das ganze bildermuseum höchst wahrscheinlich nie zu sehen gekriegt ja glück hat er immer gehabt im großen und im kleinen es fehlt bloß noch daß er hinterher auch noch generaldirektor der königlichen museen geworden wäre was er schließlich doch auch noch gekonnt hätte denn eigentlich konnte er alles und ist auch beinah alles gewesen ja nahm gneko der aus langeweile viel gereist war seinen urgedanken daß solcher park eigentlich ein glück sei wieder auf ich finde was molchow da gesagt hat ganz richtig es kommt darauf an daß man reingezwungen wird sonst weiß man überhaupt gar nichts wenn ich bloß an italien zurückdenke sehen sie da läuft man nu so rum was einen am ende doch strapaziert und dabei dieser ewige pralle sonnenschein ein paar stunden geht es aber wenn man schon zweimal kaffee getrunken und granito gegessen hat und es ist noch nicht mal mittag ja ich bitte sie was hat man denn da was fängt man da an geradezu schrecklich da kann ich ihnen bloß sagen da bin ich ein kirchlicher mensch geworden und wenn man dann so von der seite her still eintritt und hat mit einem mal die kühle um sich rum ja da will man gar nicht wieder raus und zieht sich so seine fünfzig bilder an man weiß nicht wie ist doch immer noch besser als draußen und die zeit vergeht und die stunde wo man was reguläres kriegt läppert sich so heran ich glaube doch sagte der für kirchliche kunst schwärmende baronbez unser freund gneko unterschätzt die wirkung die vielleicht gegen seinen willen die quadrozentristen auf ihn gemacht haben er hat ihre macht an sich selbst empfunden aber er will es nicht wahrhaben daß die frische von ihnen ausgegangen sei jeder der was davon versteht ja baron das ist es eben wer was davon versteht aber wer versteht was davon ich jedenfalls nicht unter diesen worten war man vom prinzregenden aus die hauptstraße hinuntergeschritten und über eine kleine brücke fort in den schloßhof und dann in den park eingetreten der see plätscherte leis kähne lagen da mehrere an einem steg der von dem kiesufer her in den see hineinlief ein paar der herren unter ihnen auch dubslav schritten sie die ziemlich wackelige bretterlage hinunter und blickten als sie ans ende gekommen waren wieder auf die beiden schloßflügel und ihre kurz abgestumpften türme zurück der turm rechts war der wo kronprinz fritz sein arbeitszimmer gehabt hatte dort hat er gewohnt sagte von der nonne wie begrenzt ist doch unser können mir weckt der anblick solcher friteritianischen städten immer ein schmerzgefühl über das unzulängliche des menschlichen überhaupt freilich auch wieder ein hochgefühl daß wir dieser unzulänglichkeit und schwäche herr werden können tod wo ist dein stachel hölle wo ist dein sieg dieser könig er war ein großer geist gewiß aber doch auch ein verirrter geist und je patriotischer wir fühlen je schmerzlicher berührt uns die frage nach dem heil seiner seele die seelenmessen das empfind ich in solchen augenblick sind doch eine wirklich trostspendende seite des katholizismus und dass es selbstverständlich unter gewehr eines höchsten willens in die macht überlebender gelegt ist eine seele frei zu beten das ist und bleibt eine große sache sagte molchow machen sie sich nicht komisch was haben sie für ne vorstellung vom lieben gott wenn sie kommen und den alten fritzen frei beten wollen werden sie rausgeschmissen baron betz auch ein anzweifler des philosophen von sanssouci wollte seinem freunde noch nicht zu hilfe kommen und erwog einen augenblick ernstlich ob er nicht seinen in der ganzen grafschaft längst bekannten vortrag über die schiefe ebene oder se le premier pas qui gut noch einmal zum besten geben wolle klugerweise ließ er sie doch wieder fallen und war einverstanden als dubslav sagte meine herren ich meinerseits schlage vor daß wir unseren ausflug von dem wackelstege der auf wir hier stehen jeden augenblick kann einer von uns ins wasser fallen endlich aufgeben und uns lieber in einem der hier herumliegenden kähne über den see setzen lassen unterwegs wenn noch welche da sind können wir teichrosen pflücken und drüben am anderen ufer den großen prinz heinrich obelisken mit seinen französischen inschriften durch studieren solche rekapitulation stärkt einen immer historisch und patriotisch und unser etappen französisch kommt auch wieder zu kräften alle waren einverstanden selbst nonne gegen vier war man von dem ausfluge zurück und hielt wieder vor dem auf einem mit alten bäumen besetzten platz der wegen seiner dreiecksform schon von alter zeit her den namen triangelplatz führte die wahlresultate lagen noch keineswegs sicher vor es ließ sich aber schon ziemlich deutlich erkennen daß viele fortschrittler stimmen auf den sozialdemokratischen kandidaten feilenhauer torgelo übergehen würden der trotzdem er nicht persönlich zugegen war die kleinen leute hinter sich hatte hunderte seiner parteigenossen standen in gruppen auf dem triangelplatz umher und unterhielten sich lachend über die wahlreden die während der letzten tage teils in rheinsberg und wutz teils auf dem platten lande von rednern der gegnerischen parteien gehalten worden waren einer der mit unter den bäumen stehenden ein intimus torgelos war der drechslergeselle söderkopf der sich schon lediglich in seiner eigenschaft als drechslergeselle eines großen ansehens erfreute jeder dachte der kann auch mal noch bebel werden warum nicht bebel ist alt und dann haben wir den aber söderkopf verstand es auch wirklich die leute zu packen am schärfsten ging er gegen gundermann vor ja dieser gundermann den kenn ich brettschneider und börsenfiluh jeder groschen ist zusammengezoppert sieben mühlen hatte er aber bloß zwei redensarten und der fortschritt ist abwechselnd die vorfrucht und dann wieder der vater der sozialdemokratie vielleicht stammen wir auch noch von gundermann ab so einer bringt alles fertig unke während söderkopf so sprach war von baum zu baum immer näher gerückt und machte seine notizen in weiterer entfernung stand büterke schmunzelnd und sichtlich verwundert was unke wieder alles aufzuschreiben habe büterkes verwunderung aber des aufschreibens war nur zu berechtigt aber sie wäre es um ein gut teil weniger gewesen wenn sich unkes in aufhorchender diensteifer statt dem sozialdemokraten söderkopf lieber dem gespräch einer nebenstehenden gruppe zugewandt hätte hier plauderten nämlich mehrere staatserhaltende von dem mutmaßlichen ausgange der wahl und daß es mit dem siege des alten stechlein von minute zu minute schlechter stünde besonders die reinsberger schienen den ausschlag zu seinen ungunsten geben zu sollen hole der teufel das ganze reinsberg verschwor sich ein alter herr von kratz dessen roter kopf während er so sprach immer röter wurde dies elende nest wir bringen ihn wahr und wahrhaftig nicht durch unseren guten alten stechlin und was das sagen will das wissen wir wer gegen ihn stimmt stimmt auch gegen den könig das ist all eins das ist das was man jetzt solidarisch nennt ja kratz nahm melchow an den sich diese rede vorzugsweise gerichtet hatte das wort nennen sie es wie sie wollen solidarisch oder nicht das eine sagt nichts und das andere sagt auch nichts aber mit ihrem wort über reinsberg da haben sie es freilich getroffen aufmuckung war es ja immer zu hause von anfang an erst frondierte fritz gegen seinen vater dann frondierte heinrich gegen seinen bruder und zuletzt frondierte august unser alter forscher prinz august den manche von uns ja noch gut gekannt haben ich sage frondierte unser alter august gegen die moral und das war natürlich das schlimmste zustimmung und heiterkeit und bestraft sich zuletzt auch immer denn wissen sie meine herren wie's mit augusten schließlich ging als er durchaus in den himmel wollte nein wie war es denn molchow ja er musste da wohl eine halbe stunde warten und als er nun mit einem anschnauzer gegen petrus rausfahren wollte da sagte ihm der fels der kirche königliche hoheit halten zu gnaden aber es ging nicht anders und warum nicht er hatte die elftausend jungfrauen erst in sicherheit bringen müssen stimmt stimmt sagte kratz so war der alte der reine täubelskerl aber schneidig und ein richtiger prinz und dann meine herren ja du mein gott wenn man nun mal prinz ist irgendwas muß man doch von der sache haben und soviel weiß ich wenn ich prinz wäre ende des neunzehnten kapitels